und herzlich willkommen zum xxl guten morgen stream an diesem wunderschönen obwohl er eigentlich nicht so schön ist er heute nicht zumindest nicht wenn man aus dem fenster guckt ich glaube der winter kommt zurück oder bei wem war er dann gar nicht weg was geht moin moin herzlich willkommen zu einem weiteren leitzend spüren heute xxl guten morgen streamen habe ich noch nie gemacht ich habe glaube ich in meiner zeit auf youtube habe ich das noch nie so bewerkstellst gesagt habe so sonntag morgen klar guten morgens temu kennt man aber sonntag morgen und dann als xxl uiuu ja gut ist ja immer mal was anderes geben soll immer mal was neues geben und ja meine lieben freunde wir haben sogar heute zwei glückliche wildcard besitzer die hier mit auf dem server drauf sind das ist einmal justus das andere ist eigentlich der franz der franz ist aber bisher leider noch nicht da ich weiß nicht genau was da das problem ist vielleicht kommt er ja noch wir werden aber gleich den server natürlich öffnen meine freunde erst einmal fettes dankeschön wir haben diesen stream mit über 150 daumen nach oben gestartet die nach unten gibt es ja nicht war die youtube entfernt warum auch immer ich habe das bis heute nicht so ganz verstanden 150 likes freunde das haben wir das letzte mal ich glaube irgendwo so zum recess ls 22 geschafft also so gut für vor ein jahr ein jahr zwei monate ein jahr ein monat also ein jahr mindestens das ist schon lange her leute das ist der absolute knaller schön dass ihr alle da seid einem wunderschönen guten morgen an diesem doch wirklich sehr schönen sonntag ja wir dürfen heute noch mal den stream genießen und dann geht es schon wieder an die arbeit der wochenende schon wieder rum aber ganz ehrlich leute ich muss sagen bis jetzt war es ein cooles wochenende vor allem entspanntes wochenende was ich schon mal sehr geil finde leute wie versprochen zuschauer anzeige ist wieder da und natürlich auch der abo zähler 255 leute die hier noch abonnieren müssten damit wir die 50.000 in einem live stream schaffen das wenn natürlich muss ich sagen noch eine coolere kiste wenn man einfach diese 255 abos in einem einzigen live stream schaffen also werden wir auch vor allem live sind acht das auch franz perfekt hat funktioniert da ist auch franz also ich habe heute zwei wildcard mitspieler justus ist wieder weg das ist auch gut moment ich muss mal kurz gucken justus war da gerade noch da jetzt ist franz da aber justus nicht hä wo ist denn jetzt ah ne ich glaube justus ist noch gar nicht dem Hof beigetreten ja da ist ne da ist nur franz okay das ist auch gut da ist nur franz so einmal als admin einloggen meine lieben freunde und dann starten wir auch franz nicht wundern ich gebe dir fahrmanager fahrmanager hat was damit zu tun dass ich ach so dann ist das janik der noch fehlt der janik fehlt noch justus herzlich willkommen der janik fehlt noch ich hatte eigentlich heute zwei die die wildcard einlösen wollten das heißt den ganzen stream über mitspielen schauen wir jetzt mal ob der janik eventuell noch kommt meine lieben freunde wir sind zurück auf der ostseeküste mods findet ihr in der videobeschreibung einfach einmal herunterladen dem dokumenten ordner des ls22 beifügen und dann einmal die updates machen ich glaube dass hier dieses dpd pack oder wie das heißt das hat ein update bekommen und dann dürft ihr sehr gerne mitspielen freunde ich freue mich zu diesem guten morgen stream xxl cool dass ihr mit dabei seid auf jeden fall ist eine schöne sache wir spielen heute wieder die ostseeküste in einem open end live stream das bedeutet mal schauen wie lange es geht da freue ich mich richtig drauf so jetzt gucke ich noch mal ganz kurz auf discord was ich sehr geil finde ist wir haben wirklich noch am frühen morgen ok janik ist nicht da ne dann stellen wir jetzt das passwort um denn wir wollen natürlich auch loslegen freue mich auf jeden fall sehr drauf und und ich hoffe ihr habt viel spaß dabei müssen gleich erstmal den fan von der leitplanke befreien der hängt dann nämlich so ein so ein bisschen auf halb acht ich liebe diesen 9 42 ich weiß nicht warum ich finde einfach dieses fendt gewicht das fendt gewicht mit dem seil und dann hast du den als 9 42 in diesem wunderschönen dunkelgrün das ist einfach nur mega geil fliegelhänger hinten dran und los geht die ganze tour freunde heute wieder realismus zocken das bedeutet wir spielen in der innenansicht wir spielen mit rum gucken wir haben verkehrsschilder wieder aufgebaut und wir haben natürlich die verkehrsregeln die wir uns halten müssen wir wechseln regelmäßig den dd server durch ist wie immer 16 slot server für alle verfügbar egal ob pc konsole mac ihr dürft alle gerne mitspielen leute wenn ihr noch back habt auf den season pass year 2 spreche ich auch gerne normal der season pass year 2 ist ja zwar schon released worden in dem sinne dass giants natürlich eine ankündigung dazu gemacht hat das erste dlc gibt es aber noch nicht aber natürlich muss ich ganz ehrlich würde ich mich sehr überfreund wenn ihr da bock drauf habt und euch den season pass season 2 gerne gönnen wollt dann schaut mal die video beschreibung rein da findet ihr den direkten link dazu und wir haben schon die erste donation vom lieben marlon marlon vielen 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 dank für deinen support so jetzt muss man kurz gucken das passt das passt das passt müsste eigentlich alles in den richtigen einstellungen sein moment synchronisierte daten müsste eigentlich alles noch richtig eingestellt sein vom letzten mal ich habe nur ein bisschen was umgestellt ich habe ein bisschen was aufgeräumt ich habe ein paar updates gemacht ich habe die ganzen maschinen soweit zum hof gemacht beziehungsweise zur bga ein zwei maschinen stehen schon an den feldrandern und freue mich auf diesen zweiten teil des xxl leute kann ich auf meine eine wildcard in ja seine wildcard bekommst du die kanalmitgliedschaft als landwirt dann kriegst du einmal im monat die möglichkeit einen ganzen stream über mitzuspielen das schöne hat jetzt zum beispiel wie gesagt der liebe franz deswegen hat er jetzt hier auch einen mannequin der darf jetzt den ganzen stream über mitspielen und der stream geht vier fünf stunden wenn es gut läuft wenn es wenn es der rücken mitmacht ich habe mir direkt mal die wärmflasche in den rücken das sollte eigentlich funktionieren ich habe nämlich gleich sturmfreude halb zehn haben wir jetzt kurz nach neun da ist sie marlon vielen dank ab 10 uhr sturmfrei so kann man erst mit einem kumpel spielen wenn man die gleichen mods hat bei will mit einem kumpel spielen geht aber nicht kannst du helfen ja das ist richtig marlon erstmal vielen dank für deine fünf euro super chat und das ist korrekt du musst die gleichen mods wie dein kumpel haben also wenn dein kumpel einen server öffnet dann wird er ja mods mit rein nehmen dann suchst du dir diesen server multiplayer raus und da müsste da eigentlich das beitreten nicht möglich sein und dann gehst du auf details und dann zeigt dir die an welche mods noch fehlen du brauchst exakt die gleichen mods die dein kumpel auf dem server nur auf dem server nicht auf seinem pc selber auf dem server ähm aktiviert hat so grüße genauso ja ja geht schon mal häckseln leute ihr könnt schon mal losfahren ich komme gleich nach hallo yvonne felix matthes niklas maler und sabine jetzt willkommen pace gaming schön dass du da bist leute wieder drei häcksler fahrer und einer muss mindestens in die bga hallo alles zucker niklas flocks moin hallo hannes philippe guten morgen xo schön dass du da bist du niklas johannu felix leon moin yvonne schön dass du da bist du ulrike und nicole malern gerne wann machst du wechsel alle halbe bis dreiviertelstunde elias herzlich willkommen hallo dirk ich wohne neben fliegel und das ist ja geil flocks dann hier ne ein wunderschöner fliegel ich glaube ich muss nochmal putzen ne der sieht so ein bisschen naja aber ey er macht sich er macht sich auf jeden fall hallo daniel guten morgen cool hans grüß dich herzlich willkommen kann mir wer eine gute map für ps4 empfehlen pace the old stream farm hallo sören moinsen grüße dich so moderatoren haben wir glaube ich auch schon der w moin moin schön dass du da bist ey leute wir haben 9 uhr wir sind jetzt schon 250 zuschauer um 9 uhr absoluter wahnsinn dass schon so viele hier sind vielen 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 dank freunde herzlich willkommen lasst ein like da haut ein abo raus let's go 50.000 50.000 50.000 elias ausrufzeichen mitschwing justin und lucas herzlich willkommen packt eine 1050 super ein shader das musst du ausprobieren felix ich empfehle dir für mich persönlich jetzt eine eine rtx zu holen die rtx kann sowas hier machen so wie ich es hier habe da hast du quasi den grafik shader da brauchst du dir über den mod tab oder so kein shader oder über externe seiten kein shader herunterladen sondern nutzt einfach deine grafikkarte als shader du kannst die dann über das rtx menü aktivieren und kannst dann die verschiedensten einstellungen vornehmen um es dir einfach schöner zu gestalten so wir haben tagfällig ich fahre mit licht heute ich liebe diesen fan entschuldigen dass ich viel fan fahre leute ich muss ganz ehrlich sagen er ist einfach nur ein wunderschönes teil wirklich also ich finde den so geil nevio grüßt sich hallo anja moin rafael moinsen hallo alex gg schön dass du da bist ich habe eine 1650 super aber das ist ja eine gtx oder hallo alex grüße dich ich habe schon abonniert yvonne dankeschön zwar nur neben dem agro center aber trotzdem fliegel ja das ist doch geil da muss man daniel grüßen der arbeitet nämlich bei fliegel hallo rieke ls gaming guten morgen hallo lewe moinsen mike grüße dich lawrence moin ja das schöne ist auch hier ich habe ja auch die möglichkeit die tür zu öffnen und das heckfenster dachluke geht ähm auch ja hier übers mausrad ah ja cool cool also das finde ich ja gerade so schön an dem ls wenn es traktoren gibt die so eingebaut sind dass man äh wirklich einstellungen vornehmen kann und zum beispiel eine dachluke öffnen kann oder halt die tür wenn man aussteigen möchte ihr denkt daran meine lieben freunde in der bga gilt beim aussteigen ja dankeschön franz beim aussteigen die wahnwesten pflicht das äh versuchen wir eigentlich immer so beizuhalten ich finde das ist ein bisschen was mit hat ein bisschen was mit realismus zu tun finde ich immer eine schöne sache so ähm was ziehen wir nun heute an es gibt ja nur von fendt gibt es ja so ein ganz körper kondom ne das wollte ich eigentlich nicht anziehen ne 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 lass uns mal kurz gucken laufen wir heute im giant software rum eigentlich müsste ich ja fliegel oder ähm fendt anziehen aber ich glaube gibt es beides so nicht ach komm ich ziehe heute ein schönes hemd an wir haben wir haben heute ein wunderschönes wetter hier ziehen wir heute mal ein schönes blau kariertes hemd an so und jetzt gucke ich mal ob ich die mütze kann ich die auch so ein bisschen in blau ne leider nicht ja dann mach ich die ach komm ich mach die in blau so passend zur jeans hi sooo zack einmal umgezogen perfekt guten tag herzlich willkommen mein lieben jens du hast eine rtx 3060 ja dann kannst du zum beispiel ein shader nutzen äh alexander das ist die ostseeküste eine wirklich sehr schöne map soll ich jetzt noch putzen gehen ach ne komm let's go ich putz heute nicht mehr so fendt 615 wollt die bga machen äh vorteil an bga ist ihr dürft eventuell je nachdem wie es läuft ein bisschen länger auf dem server bleiben weil natürlich die bga nicht rund um die uhr was zu tun hat deswegen gucke ich immer dass ihr eventuell ein bisschen länger bleiben könnt damit ihr in aller ruhe euch die bga antun könnt so einmal das einwandstraßenschild noch umgestellt wunderbar so server ist voll das ist richtig gerne hast du gut erkannt äh moin leon grüße dich cedric moinsen schön dass du da bist 3 ja freunde ihr seid der wahnsinn real nick moinsen ostseeküste 320 zuschauer am frühen morgen ihr seid so geil ihr seid so geil drauf wirklich vielen 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 dank so fangen die denn an also hier oben ist noch ein häcksler bitte den auch besetzen da sind sie dran und da sind sie dran das ist auch geil die haben jetzt einfach irgendwo mittendrin angefangen wir haben das jetzt hier oben so schön gearbeitet jetzt ich mach einer hier und einer macht da ja vielleicht kann man da oben noch den hexer besetzen dann treffen wir uns an feld nummer 9 feld nummer 9 wäre eine ganz schöne sache dass wir natürlich uns von oben nach unten arbeiten ne wäre auch eine gute sache denke ich mal ich habe am freitag ein fendt 414 tms abgold 440 ich wollte gleich dass es ein 400er sogar gibt bauer lennart moin sind grüße dich hallo jannik jeder kann mitspielen natürlich schön dass du da bist timstar ostseeküste liebe deine videos macht es spaß vor allem auch die qualität und deine unterhaltung vielen dank nick qualität versuche ich immer zu verbessern mittlerweile wie gesagt mit einem grafikkarten shader unterwegs wo das war das pinke monster mit einem grafikkarten shader unterwegs und natürlich versuche ich immer den content ein wenig zu verbessern zu korrigieren leute let's go komm wir machen jetzt erstmal 49.800 voll mein gefühl sagt man so es ist tatsächlich eine sache der möglichkeit heute 50.000 also 250 abos es geht es ist möglich hallo kai dankeschön guten abend ne guten morgen guten abend ja gehen wir alle wieder schlafen ah man ja natürlich moin moin aus dem norden deutschlands jasmin guten morgen das ist der mit der runden motorhaube ja wie gesagt ich wusste gar nicht dass es so ein 400er zum beispiel schon gibt also ich kenne mich da nicht so gut aus warum das pumps in hauses nein heute keine dlcs die geld kosten heute alles kostenfrei fährst du heute auch noch einen häckslasern das kann ich gerne machen ja aber erst im laufe des streams jetzt möchte ich erstmal wieder ein bisschen abfahren und euch diese wunderschöne map zeigen ostseeküste hier mit so einem kleinen bachlauf und einem kleinen bäschlein ähm ist wirklich sehr sehr schön gemacht hendrik guten morgen schön dass du da bist und ich finde natürlich die diese extrem kleinen straßen richtig geil gemacht so erstmal die fußgänger durchlassen dass wir die nicht mit der fetten haube hier weghauen ich finde diese engen straßen einfach extrem geil gemacht 10 dollar wenn du alle trecker pink machst nö äh man ist wechsel dann mit wechsel ist an für sich leute alle halbe bis drei viertelstunde ein bisschen geduld und dann äh werdet ihr schon einen oh wir haben uns verfahren einen rechtzeitigen wechsel mittwoch das ist auch geil wenn jeder dem hecksler hinterher fährt und dann bemerkt oh wir sind ja am shop hahaha ja das ist ein bisschen falsch hier ich fahr nochmal ne runde Ne, 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 komm jetzt nicht da rein. Wir müssen rechts rum. Wir haben uns ein klein wenig verfahren. Schlorino, dankeschön. Ui, 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 ui. Ja, warte, jetzt geht gar nichts mehr. Fahr durch. Hallo, morgens Zeit. Grüß dich, hallo Ulrike. Schön, dass du da bist. Halt dich in der Kuhle-Karte. Und die Ostsee ist eine krasse Karte, finde ich auch jetzt. Ja, sie macht auf jeden Fall viel Spaß. Schlorino, ich komm da nicht rum. Fahr. Ich komm doch nicht da rum. Da steht da so ein blödes Auto. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hier ist heute wieder was los, Freunde. Verkehr bis zum Erliegen hier. Oh, jetzt halt ich auch noch den Fußgänger auf. Tut mir leid. Aber das finde ich cool gemacht, dass die Fußgänger jetzt im LS22 vor dem Traktor stehen bleiben. Früher wären sie einfach durchgelaufen. Jetzt bleiben sie stehen. Das finde ich auch sehr geil gemacht. Mit Co., guten Morgen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. Wir sind auf dem Weg zu Feld Nummer 9. Da haben wir beim letzten Mal aufgehört. 750 Abos für dritte Leute. Let's go. Party Alarm. Dankeschön. Oh, mit Money Rain. Vlogs. Moin. Ah, 2008er Bau. Ja, okay. Joe, grüß dich. Der Verkehr im LS ist jetzt wieder verkehren echt, ne? Ja. Nicht immer ganz perfekt, aber so relativ. Also ich muss sagen, er ist eine ganze Ecke besser geworden, macht eine ganze Ecke mehr Spaß und ich finde es halt ganz cool, der Verkehr denkt tatsächlich stellenweise jetzt wirklich gut mit. Er achtet, er achtet darauf, wie wir als Traktoren unterwegs sind, bleibt sogar hinterm Traktor stehen, ähm, fährt auf den Straßen relativ schnell, mal weniger, mal weniger, äh, mal mehr, mal weniger gut. Aber im Regenfall fahren die jetzt tatsächlich auch realistisch, ja, und ich finde es halt sehr geil, dass die wirklich die Fußgänger stehen bleiben. Hier auch wieder das Besondere der Map, Freunde, die Maisstoppeln, die stehen bleiben, werden plattgefahren. Und man sieht jetzt hier vor meinem Reifen, da ist noch eine Reihe, die stand, und guckt, jetzt ist sie plattgefahren. Ne, vorm Reifen oben, hinterm Reifen unten. Also das ist, ähm, in die Map eingebaut worden, dass Maisstoppeln plattgefahren werden und man immer so seine Fahrspuren sieht. Kann auch PS4 mit spielen. BGA Beckerdorf, ja, PS4 kann auch mitzocken. Natürlich. Zockst du Minecraft, Mietko? Ne. Minecraft ist so... Kannst mich mitjagen. Sag ich mal, wie es ist. Minecraft ist für mich persönlich... Das macht mir keinen Spaß. Ist leider so. Ich, ich, ja... Es soll ja Spaß machen, ne? Minecraft, ich... Hatte mal so eine... Ich hatte mal so eine, so eine Testversion für eine halbe Stunde. Nein, für zwei Stunden. Ich habe eine halbe Stunde gespielt. Entschuldigung. Ich habe eine halbe Stunde gespielt und bin... Bin damit einfach nicht klargekommen. Gibt es 2023 jetzt eigentlich wieder ein neues LSD? Nein, Chris, das kann ich dir jetzt schon sagen. Auch wenn... Die Giants da... Ja, ne, die Giants hat ja eben nichts angekündigt. Nein, also es wird kein 2023 neues LS-Teil geben. Mit dem einfachen Grund, es gibt den Season Pass Year 2. Ihr bekommt dieses Jahr fünf DLCs für den LS 22. Auch wenn Giants nichts dazu gesagt hat, ich bin mir 100% sicher, dann bringen die natürlich keinen neuen LS-Teil raus, wenn sie jetzt erstmal DLCs für den 22 rausballern. Deswegen gibt es den Season Pass Year 2. Schaut mal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr euch den vorbestellen. Konsole kann natürlich auch vorbestellen, aber nicht über meinen Link. Das geht leider nicht. Wenn du den meist auf der letzten Wachstumsstufe hast, gibt es mehr Ertrag. Ich... LS... Also auf der letzten Wachstumsstufe. Ich weiß, was du meinst. Nicht erntereif, sondern letzte Wachstumsstufe. Weiß ich, LSZock. Habe ich nicht dran gedacht. Tut mir leid. Hallo Johannes, guten Morgen. Habt leider keine LS-Vlogs. Achso, okay. Anita! Dankeschön fürs Abo. Abo. Sehr geil. Danke, danke. Moin, moin. Anita. Erstes öffentliche Abo heute hier. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Hallo Richard. Moin. So, Drohnenpilot. Schön, dass du da bist. Wie lange streamst du heute? Schauen wir mal. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vorsicht hier. Ach, ich glaube, ich habe noch den Metalltisch. Das ist das DB-Pack. Da kam ein Update jetzt. Mit, ich glaube, neue Reifenkonfigurationen, neue Farben. Eigentlich ein ganz geiler Hänger, muss ich sagen. Der macht es auf jeden Fall. Ich bin mit Lenkrad, Nick. Ja, mit Lenkrad, mit Shifter. Mit Kupplung, mit Gas, Bremse. Also alles drum und dran ist mit dabei. Servus Sascha. Guten Morgen und herzlich willkommen in diesem wunderschönen Samstag. Schön, dass du da bist. So, ich bin schon dran. Guck mal, das klappt hier schon mal sehr gut mit dem Jan. Guck mal, der passt sogar auf beim Rückwärtsfahren, dass er nicht an den Anhänger dran hackt. Und jetzt darf er hier Schäffe beladen. Ja, jetzt wird hier Schäffe beladen. Die Map heißt Ostseeküste. Korrekt. Korrekt. Ostseeküste. Eine wunderschöne Map, muss ich wirklich sagen. Also auch so vom Menüaufbau her. Ich finde die so schön gemacht. Es ist wirklich eine Map, die viel Spaß macht. Kann man ein schönes Multiplayer-Projekt drauf starten. Haben wir auch mittlerweile. Denn hier läuft ja unsere Viehwirtschaft. Die wir natürlich auch noch weiter betreiben werden. Also da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Das geht immer weiter. Ja, gerne. Nick, wenn du Bock hast und Zeit hast, komm gerne auf den Server. Niklas, die Mods findest du in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Da kannst du alle herunterladen. Machst du nur kurz die Updates. Ich glaube, ein Update kam raus. Dafür war ich mir aber zu schade, jetzt einen neuen Ordner anzulegen. Da dachte ich so, komm, das Update kriegt ihr auch hin. Hallo, ich. Moin. Ich gucke dir einfach gerne zu. Du bist für mich der Beste. Dankeschön, Kai. Vielen, 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 vielen Dank, Kai. Das ist super lieb von dir. Ist die Map Crossbell? Es gibt zwei, die RealNick. Nicht wundern, es gibt zwei Ostsee. Die eine Ostseeküste ist die für den PC. Da ist noch irgendwas mit der Ernte zusätzlich eingebaut. Ein Script, was auf Konsole nicht geht. Und dann gibt es die Crossbell-Map. So, Lukas. Dankeschön fürs Abo. Let's go, Leute. Road to 50.000. War es Samstag? Leider schon wieder Sonntag. Oh, habe ich gesagt an diesem wunderschönen Samstag? Sagt mir, heute ist leider Sonntag. LS 22 zockert ihr auch. Dankeschön. Micha, es wird. Es wird auf jeden Fall. Es wird. 280 Likes. Umfrage leicht geknackt. Aber nur ganz leicht. Leute, vielen Dank für 200. Was? Wir haben schon 300 Likes. Vlogs, keine Fremdbeerbung. Dankeschön. Ich kann seit zwei Teilen keine LS mehr spielen, wenn ich den LS starte und in ein Fahrzeug gehe. Stürze ab. Hast du eine Lösung? Drohnenpilot. Mal alle Mods entfernen. Entfernen mal alle Mods und dann schauen wir mal weiter. Das Problem kriegen wir heute gelöst auf jeden Fall. So, ich habe auch von den Wheel-Landwirten gelernt. Beim Mais häxeln fährt der Hänger immer neben dem Häcksler, damit der Häckslerfahrer den Hänger sieht. Komm, später, wenn ich fertig bin, hoch, auch noch, wüsste nicht, wo ihr aufgehört habt. Moment, was jetzt, Andy? Du kommst gleich noch spielen. Oder was meinst du jetzt? Was sind deine Lieblingstrecker? Alte Trecker habe ich gar keine Lieblinge. Also ich fahre wirklich sehr gerne John Deere und klar, es muss aber mittlerweile auch sagen, dass mir der Fendt hier der 942 extrem gut gefällt. So, 90 Prozent, da mache ich mir die Rundumleuchten an. Und das ist für mich einfach für den Häckslerfahrer der Hinweis, pass auf, 10 Prozent noch. Was sagst du zu der neuen Drohne im Mod-Tab? Eine Drohne? Was für eine Drohne? Ich weiß nichts von einer Drohne. Keine Ahnung. Ich war zwar im Mod-Tab, habe aber nichts mit einer Drohne gesehen. Aber wofür denn auch eine Drohne, muss man sich jetzt mal überlegen. So, Rundumleuchten an, Leute. Wir haben 40.000 Liter in diesem wunderschönen Fliegen. Ich liebe diesen Fliegel. Wir können natürlich gerne gleich mal zum Shop fahren. Mal schauen, ob wir noch was anderes Tolles finden. Ich feiere halt so MB-Track und alten John Deere und Case. Ja gut, MB-Track finde ich auch geil. Da hast du auf jeden Fall einen guten Geschmack. Was gibt's, Leute, hier? Abo-Alert ist am Start. Hallo Lars, Dankeschön fürs Abo. Luik, Luik ist wieder da. Moinsen, mein Freund, wie geht's dir? Machst du noch eine neue Umfrage? Kann ich machen, Leve? Was möchtest du denn gerne wissen? Hallo Martin, Moinsen. Boah, ich habe hier schöne Spiele heute auf dem Server. Aber Agrar-Bände auch hier wunderbar. Schön auf mich gewartet, dass ich hier rausziehen kann. Sehr schön. Hallo FLK, das ist die Ostseeküste. Es gibt jetzt eine Drohne, die kann man für Aufgaben nutzen. Aha. Okay, also ich bin stolz darauf, dass ich Zocker-Bro und Moritz habe. Die machen mir nämlich immer die Bilder. Und die sind da mit am fittesten drin. Ich kann das gar nicht. Hallo Ben, moin. Nico, Ausrufezeichen, mitspielen. Ne, bin am Hexen, habe aber unten angefangen und komme dann in eurem... Ach, du bist auf dem Server, Andy. Ja, perfekt. Wie wird man eigentlich? Schmott-Aktivität. Also mal als Beispiel, Andy ist drei Jahre dabei. Daniel ist im fünften Jahr. Moritz und Zocker-Bro sind im vierten oder fünften Jahr. Sascha, äh, Sascha. Steffen ist im sechsten Jahr. Also Aktivität. Wenn es heute geht, wer ist auch gleich wozu herkommt. Ich hoffe es so sehr. Sascha, es kann ja auch nicht sein, dass es bei dir immer scheitert. Wir müssen das mal hinbekommen. Hallo Nickel, grüße dich. Moin. Hat sich aber gerade umbenannt, ne? Also ich persönlich sage ja, die Drohne, die bringt da nichts. Okay, ich habe keine Ahnung, Kai. Ich wusste nicht mal, wie gesagt, dass es ein Brodel gibt. Aber es scheint ja auch nur PC zu sein, ne? Umweltsünder. Herzlichen Dank. Hast du dir schon mal den Kiyowetz-Kasimon aus dem Mod-Hub angeschaut? Nö. Den brauche ich auch nicht, oder? LS-Oberfuscher. Moinsen. Schön, dass du da bist. Natürlich. Ich habe eine Frage. Ben, hau raus. Joe, neu. Moin. Grüße dich. So, voll hat Vorfahrt, ne? Voll hat Vorfahrt. Mathis, sehr gut. Genau. Deswegen haben wir extra auch die Schilder hier aufgestellt. Leute, hier ist was los. Weißt du, was man machen kann, wenn man LS-22 im Steam startet, aber das Spiel sich nicht öffnet? Neunzündchen, oder? Alexander, Moinsen. Jonas, was machst du da? Ist Jonas falsch eingebogen? Lauri, ne, Lauri Freestyle. Herzlich willkommen. Doch, Johannes ist ja Mod-Hub. Das geht auf jeden Fall. Was geht ab? Leute, fast 400 Leute an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Warum haben wir eigentlich schon Johnny Häcksler? Ja, weil wir es können. Lumi, genau jetzt. Das ist schon geil. Ich habe gerade das angefangen und schon wird nach dem nächsten Stream gefragt. Ich bin zwar kein Mod, aber auch gleich mal fünf Jahre dabei. Sascha, fünf Jahre. Und was man sagen muss, von fast Beginn an ist der Sascha hier als Lohner in der Kanal-Mitgliedschaft unterwegs. Also Sascha, vielen Dank und 414 Zuschauer. Leute, ihr seid der Knaller. Was ein geiler Open-End-Livestream. Ich freue mich drauf. Ne, habe ich nicht. Tick, tack. Ich weiß, äh, DSDS ist wieder angelaufen, aber, äh, nee. Nee, bei mir regnet es echt. Ah, hier ist bewölkt. Ähm, ich spiele sehr viel LS22, habe aber auch ein Wheel-Life mit der Landwirtschaft zu tun. Oh, das ist gut, Jasmin. Also wenn ich dann Fragen habe, kann ich zugekommen, ne? Das ist immer gut. Ich kann seit ein paar Monaten im Kanäle des 22 spielen, weil wenn ich eine Map gehe und dann in einen Traktor gehe, dann sehe ich nicht die Displays. Entferne mal die Mods. Das hatte ich das letzte auch. Das war, wie hat der Zerkerbro gesagt? Irgendein Lua-Fehler oder so? Äh, es heißt, ein Fernausrufezeichen mitspielen. Die Mods habe ich schon deinstalliert. Spieldatei auf Steam überprüft. Spiel neu installiert, friert aber immer noch ein. Dann solltest du, glaube ich, mal den Giant-Support anschreiben. Oh, der Schlau-Reno, der scheint nicht so der Drehschemel-Liebhaber zu sein. Er hat ein paar Probleme mit dem Drehschemel, aber ist okay. Ist schon ein cooles Gefühl mit Wildcard. Franz, ja, stehe ich voll hinter dir. Kann ich verstehen. Gönne ich dir auf jeden Fall auch. Vielen Dank auf jeden Fall für den Support, ne? Wer schaufelt denn diese Lagen in die Fermenter? Das macht normalerweise auch hier der BGA-Meister. Also falls hier rechts, nein, liebe Freunde, an die BGA-Meister hier. Falls hier rechts die später mal fertig gegärt ist, dann gerne den Fermenter damit, ne? Das hast du richtig verdient, dass du so viele zuschauen hast. Micha, vielen Dank. Danke, danke, danke. Was ist dein Lieblings-Anhem im LS22? Ähm, hier, der Fliegel. Warte, ich zeige ihn dir mal. Oh, Moment. Boah. Jetzt hätten sie mich fast platt gefahren, weil ich keine Warnweste anhatte. Ne, Moment. Gibt's nicht die so zum Überziehen? Gibt's nicht diese? Hatten wir nicht mal so eine ganz einfache? Hier, sowas. Aber das ist dann als Forst-Ausstattung. Ach, die gibt's gar nicht. Doch, da ist sie doch. So. Ich zeige's ihm dir mal. Dieser wunderschöne Fliegel ist meiner. Den finde ich so geil. Ja, er sieht einfach sehr geil aus. Muss ich echt sagen. Also ich finde Fliegel allgemein bot schöne Anhänger. Gibt's sogar mit Kornschieber. Ähm, aber ich finde einfach, das ist ein sehr, sehr schöner Anhänger. Na, auch mit dem Guckfenster. Und dann zum Anhexeln kannst du ja hinten auch die, äh, Klappe runter machen. Also, der ist schon echt geil gemacht, muss ich sagen. So, schade, dass die die Farbe nicht beibehalten. So. So, Sandro ist, äh, leer. Genau, Leute, wenn ihr kippt, äh, schön in Reihe, ne? Wie lange geht der leistet? Nicole, Open End. Ist in XXL Guten Morgen Stream. Da bleiben wir jetzt dabei bei Landwirt und Support. Seid ihr gegönnt? Dankeschön. Franz, vielen, vielen, vielen Dank. Achso, der will tanken. Der will tanken, der JSH. Ich wollte gerade sagen, was will der JSH hier, aber wir sind langsam in dem Moment, wo wir auch mal tanken müssen. Hallo, Jonas. Grüß dich, Transporter Jonas. Moinsen, Janik Ostseeküsse. Schön, dass du da bist. Das Spiel ist voll, Jonas. Wir wechseln aber regelmäßig durch. Jeder darf mitspielen. Wirklich jeder, Leute. Oh, nee, nee, Moment. Der Fan 615, der muss aber jetzt auch ihr Gas geben. Ich muss ein bisschen weiter nach rechts. Dass ich hier schön neben den anderen Haufen kippe. So. Das sieht gut aus. Also, er installiert, er gibt es auch dann eine Ferne und dann deinstalliert er es wieder. War es der Mod? Nee, nee. Du musst installieren und dann das Spiel neu starten. Das ist ein typisches Mod-Hub-Problem. Cool, das ist wie ein Butter. Vielen Dank. Wo ist Nutella? Ach, nee. Brot isst man ja bei Nutella ohne Butter, ne? Das ist so die gängige Umfrage. Nutella mit oder ohne Butter, ne? Die Hover-Boardler. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, da kommt Metz. Moment, ich guck mal. Ja, da ist Metz. Metz hat Vorfahrt. Wir haben extra die Schilder hier aufgestellt. Voll hat Vorfahrt. Das ist einfach so. Okay, perfekt, Sascha. Ich freue mich auf dich. Was ihr redet, ist für mich so fremd. Echt? Aber wir reden doch Deutsch. Agrarluka. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Willkommen im Good-Morning-Stream. Hi. So, habe ich jetzt eigentlich Fernlicht an? Nee, so ist Fernlicht, ne? So ist normales Licht. Ohne Butter, ne? Ja, natürlich ohne Butter. Ich weiß, das ist so eine Umfrage, wenn ich die mache. Ah, auf Ewigkeit, ne? Würde die bestehen. So, wir ballern wieder hoch, Freunde. Wir gucken immer mal in die Map rein, wer gerade in dem Moment einen Abfahrer braucht. Aber normalerweise gibt es da genug zu tun. Guck mal, da kommt Franz und Tobi. Gibt auf jeden Fall genug zu tun hier. Vorsicht. Der wollte mich nicht reinlassen. Achtung, Palaschen. Tobi, sehr gut gemacht. Guck mal, ein Stückchen zurückgefahren. Extra für mich. Tobi, sehr schön. Ist extra für mich ein Stückchen zurückgefahren. Leute, let's go. 360 likes the channel. 767. Leute, was macht ihr hier? Ich sag's euch. Im Stream 50.000. Ich sag's euch. Mich juckt es in der Nase. 50.000. Ob man die 600 Likes bis 12 Uhr schafft als Umfrage. 600, ich würde sagen, wir machen mal heute wieder die 1.000 voll. 1.000 Likes beim XXL Mais häxeln. Mit das beliebteste Projekt auf meinem YouTube-Kanal. Bin ich selbst von begeistert. Ich muss sagen, ich häxel so gerne. Es macht mir einfach meistens Spaß. Auch wenn man jetzt denkt, du sitzt den ganzen Tag da im Traktor. Ja, aber ich weiß, es macht einfach wahnsinnig. Tja, danke schön fürs Abo. Es macht einfach verdammt viel Laune, einfach hier rumzufahren und zu häxeln. Es ist einfach was sehr Geiles, muss ich sagen. Heute 50er Maunzeit. Wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind auf dem Weg auf jeden Fall dahin. Lohnt es sich die Seitekonsolution? Agra Luca, ich bin super damit zufrieden. Ich habe sie auf jeden Fall sehr gern. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da vorne kommen sie. Okay. Ja, ja, komm. Ich starte gerne eine neue Umfrage. Die haben wir ja fertig. So, einmal plus. Ich würde dann aber gerne häxeln, wenn es geht. Klar, das kriegen wir hin. Umfrage starten. Schaffen wir im heutigen Livestream die 1000 Likes und 50.000 Abos. Boah, das wäre es, Leute. Aber sowas von. Abo, nee. Like und Abo sind da. Oh, passt nicht. Verdammt, minus eins. Ich lasse einfach das Komma weg. Heute mal nicht. So, zack, Umfrage ist da für euch. Hallo, it's Puma. Ah, da kommen sie. Oh ja, Entschuldigung, Tim. Ich fahre vor. Der hat nämlich noch zwei. Deswegen, ich wollte mal kurz hier warten. Da der Jan hier noch zwei Abfahrer hat. Und das Feld nicht allzu groß ist. Denke ich mal, brauchen die mich da noch nicht. Deswegen brauchen die mich gleich bei 45. Das ist natürlich ein geiles Feld. Und danach arbeiten wir uns hier hoch. Leute, gleich Feld 30, Leute. Mit eins der größten. Guckt mal, hier Feld 5. Boah, das wird doch so geil. Hier können wir sogar mal gucken, ob wir hier vielleicht Feld 30 mit zwei Häxlern fahren. Und wenn wir mal hier so Richtung Feld 7 kommen, ob wir da dann mit drei sogar fahren. Hallo, Gaming-LP. Moinsen. Also für die, die jetzt von hier kommen, bitte nicht überholen. Ich stehe hier mit Absicht, weil ich kurz warten wollte. Wie die zwei, obwohl ich glaube, ich muss. Ich fahre mal rüber. Matze, Dankeschön fürs Abo. Hallo, Simon. Schön, dass du da bist. Rechte. Welche Rechte, Ulrike? Gaming-LP. Grüß dich, Eike. Moinsen. Piggy Hero Gamer. Schön, dass du da bist. Patrick, guten Morgen. Bitte, zeig mal den Johnny. Welchen Johnny, Robin? Dreschen ist geil in real life. Ist auch geil hier, ne? Solange, also ich, ich hab's nicht in real life, also find ich's einfach hier geil, ne? Solange ich mich im Büro langweile, schaust du dir zu. Jetzt, wenn du sollst arbeiten. Moment mal. Es ist Sonntag. Welches Büro? Hallo, Matze. Guten Morgen. Daniel, Moinsen. So, Leute. Lieb sein. Moderator ist da. Schön, dass ihr da seid. Leute, wir waren gerade fast 500 Leute, die wieder mit hier dabei sind. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Wirklich, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist, es ist geil. Sonntagmorgen, es geht ab hier. Hallo Sebastian, guten Morgen. Wenn, kein Problem. Bis gleich. So, Rundumleuchte aus. Ich hab mal gelernt, Rundumleuchte macht man aus dem Feld aus, ne? Weil man muss ja hier keinen mit, äh, Überlänge, Überbreite warten. Und wenn man dann auf dem Feld ist, dann exilt man sich voll, dann fährt man vom Feld runter und dann kann man gerne die Rundumleuchte anmachen. Ich bin schlecht, klar und lieb sein. Habt ihr gehört, Leute? Hallo, rum. Grüße dich. Simon, das ist die Ostseeküste. Moin, moin, Justus. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Was ich auf jeden Fall sehr geil finde, ist schon mal, dass die Jukebox läuft. So muss das sein. Bin hauptberuflich im gehobenen Polizeidienst. Oh. Jetzt muss ich mich erst recht benehmen. Hallo Kakashi Nord. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Kann man mitspielen, Max. Auf jeden Fall mitspielen. Ist möglich. Sehr gerne. Ausrufezeichen mitspielen. Dann bekommst du schon mal Servername und Passwort. Und sobald wir gleich einen Wechsel machen, darfst du gerne joinen. Wie kann man Moderator werden? Die Hoverboardler-Aktivität. Hallo Michi, guten Morgen. Hallo Paul. Grüß. Schön, dass du da bist. Ich mach die Rundumleuchten in echt immer an oder immer aus. Je nachdem. Ja. So gehört sich das ja auch im Wegefall auch, ne? So, perfekt. Also gut, dass ich draufgefahren bin. Nils Krieger. Dankeschön fürs Abo. Ich hätte gedacht, die schaffen das zu zweit. Aber es sind tatsächlich doch einiges an Maisstoppeln, die hier stehen. Sodass der jetzt hier mit einer Runde zwei Hänger vollgemacht hat. Schaffst du es heute wohl, meinen Namen mal richtig auszureden? Auszurechnen? Ne, rechnen kann ich nicht. Bin ich zu doof hier. Wie lange geht es? Lumi Open End ist ein XXL. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Guten Morgen. So, der Jan, muss ich sagen, der macht das schon sehr, sehr gut. Also er ist auf jeden Fall ordentlich hier. Schaut auch wirklich immer, dass er die Hänger nicht mitnimmt. Viele haben halt das Problem, dass sie beim Häckseln, im Häckslersitzen, wahrscheinlich in der Innenansicht spielen, Bayern LP jetzt bekommen, aber dann leider nicht darauf achten, wenn sie rückwärts fahren und so. Und dann plötzlich knallen sie dir in den Hänger rein, weil du halt als Abfahrer neben dem Häcksler herfährst. Und dann beim Wendekreis für die nächste Bahn steht halt der Hänger neben dir. Also ich zeige euch das gleich mal. Ich glaube, ich komme noch dazu. Mathis, Moinsen, herzlich willkommen. Jo, Daniel, alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Dankeschön für 780 Freunde weiter so. Ihr seid der Wahnsinn. Guten Morgen, Tuningking. Welche Map Ostseeküste, oder? Ja, korrekt. Das hier ist die Ostseeküste. Sebastian, guten Morgen. In der Landwirtschaft ist das ein schwammiges Thema mit der Rundumleuchte an Fahrzeugen. Ja, eine Rundumleuchte ist ja eigentlich auch, soweit ich das weiß, nur zugelassen für Überlänge oder Überbreite oder Überhöhe. Also wenn du jetzt als normaler Trecker hier unterwegs bist, ich glaube, in dieser Kombi hast du keine Überbreite. Ich glaube, dann darfst du die gar nicht, also in real life jetzt, glaube ich, darf man die gar nicht anmachen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist ja nur ein Warnhinweis für zum Beispiel, wenn du Überbreite hast. Oder wenn hinten das Fahrzeug ausschert. Es gibt ja Anbaugeräte, die haben ja eine Lenkachse. Und die scheren eventuell ein bisschen beim Wendekreis um. Ja, aus. Und dafür sind auch die Rundumleuchten aus, dass halt das Fahrzeug ausschert. Hast du einen Giant Spanner? Klar, Drohnenpilot. Pijoko. Also, Pijoko. Also, ohne Minus, alles großgeschrieben und zusammen. P-G-I-O-C-O. Ne, quasi wie mein YouTube-Kanal, nur nicht... Hallo, ich bin noch nicht voll, Tobi. Nur nicht, äh, mit dem Bindestrich. Was macht Jan da? Ich bleib einfach mal vorsichtig stehen. Mach mal ein Blaulich und ein Horn drauf. Ja, das wäre vielleicht auch mal eine Idee, ne? Du kannst die Rundumleuchten immer anmachen, aber ob es halt nötig ist... Ja, ich glaube, das ist so ein gängiges Thema, ne? Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wir machen ja jetzt hier keine Real-Life, sondern wir sind ja auf, äh, in einem Game. Und das soll Spaß bringen. Da haben die Kollegen auch richtig Ansichten, da die STVO das nicht eindeutig klärt. Dann, dann, dann seien wir uns einfach einig, ich mach's da an. Was auf jeden Fall nicht erlaubt ist, sind blaue Rundumleuchten. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Hahaha, das ist so geil. So, nochmal schauen. Sandro, ich denke mal, du kannst direkt geradeaus weiterfahren zum nächsten Feld. Freunde, wieder zurück zur BGA, zweite Tour. Ich wollte heute mal zählen, wie viele Touren. Ich hoffe, oh, da kommt schon Andy. Perfekt, da ist Andy. Jetzt geht's ab hier, Leute. Jetzt sind hier zwei Häcksler am Start. Jetzt wird hier richtig was los sein. Ah, sehr schön. Zweite Tour. Das bedeutet für mich 80.000 Liter mittlerweile. MK, also maximal, bis meine Frau nach Hause kommt. Die, die fährt jetzt gleich weg. Also ich hab so ab 10, Viertel nach 10 Sturm frei. Und dann, sobald sie WhatsApp schreibt, komm jetzt wieder nach Hause. Dann mach ich Feierabend. Und wie spät das wird, kann ich dir, ehrlich gesagt, gar nicht genau sagen. Ui, 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 ui. Hey, bisschen weiter rechts fahren. Bisschen weiter rechts fahren. Ich hab schon extra das Licht an, damit sie mich hier sehen in meinem Panzer. Ah, das ist so geil. 9, 42. Ich muss sagen, ja, im LS19 hatte er einen geileren Sound. Das hier ist, glaub ich, original, einfach original Fansound. Im LS19 hatte er einen gemoddeten Sound. Wenn ich das noch richtig im Kopf hab. Der war, der klang schon geil, ja. Aber, okay, komm. Machen wir jetzt das Beste draus. Ich muss sagen, ich find den halt vom Optischen sehr schön. Ist einfach ein toller Trecker. So, Freunde. Wenn ich jetzt in der BGA abgekippt hab, machen wir auch den versprochenen Wechsel. Muss ich hier kurz auf internen Fuge warten. Wann ist der nächste Leistung? Nicole, genau jetzt. Warum hat jedes Fahrzeug den gleichen Sound? Nee, das Fahrzeug hat nicht den gleichen Sound. Das ist falsch, Ben. Der John Deere klingt anders wie der Fendt. Es ist aber einfach so, dass die meisten Fans alle gleich... Okay, ja gut. Warum? Da kann der Tim jetzt nix für. Ich mach ihm kurz Platz. Tim, fahr links raus. Fahr am besten links raus. Da kann der Tim jetzt nix für. Er war schon in der Straße drin. Aber man kann ja auch links rumfahren. Und zum Ziel kommt man immer. Deswegen seh ich da gar kein Problem mehr. Zum Ziel kommt man immer. Da können wir ja die Sau rauslassen, wenn du deine Frau nicht nix hast. Ja, gleich ist Sturmfreie, Bruder. Gleich fahren wir auf die Kacke. Das können wir aber glauben hier. Die manchen Tanken... Ja, ja. Ich sag ja, die meisten John Deeres klingen gleich. Das ist leider so. Ja, oh, guck mal hier. Alle fleißig am Tanken. Habe ich so viel Sprit verballert? Nein, Alex. Heute ohne DLCs. Heute einfach nur Mods aus der Videobeschreibung herunterladen und zocken kommen. Und dann machen wir jetzt auch gleich den Wechsel, meine lieben Freunde. Lass mich noch kurz abkippen hier. So, ich geh gleich eine Runde durch den Wald spazieren, aber guck trotzdem weiter hinzu. Sehr gerne, Kai. Freue ich mich. Hast du da drin überhaupt Internet im Wald? Nicht, dass du dann da stehst und plötzlich ohne Internet herumläufst. Und dich dann auch noch verläufst. Und dann noch der Akku leer wird. Der Franz ist ja schon wieder hinter mir. Ich glaube, der Franz macht mit mir Touren fahren heute hier. Er hat ja auch die Wildcard, Freunde. Wildcard für euch. Kanalmitgliedschaft. Schaut mal gerne rein. Und ich glaube sogar, es ist jetzt über Tablet und Handy möglich, Kanalmitgliedschaften zu verschenken. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, YouTube hat da irgendwie schon wieder ein Update gebracht oder so. Das ist ja so ein Beta-Test gewesen. Der scheint ja zu funktionieren, ne? Ich habe im Wald 5G. Jetzt ernsthaft? Also, wenn ich hier im Wald gehe, dann habe ich minus 5G. So, lass uns mal einen Wechsel machen. Freunde, wenn ihr joinen wollt, das dürft ihr dann jetzt sehr gerne machen. Einen Moment, wer ist denn der BGA? Der Fensex 15, okay. Den schmeiße ich jetzt noch nicht raus. So, Leute, einen wunderschönen Wechsel. Und wie gesagt, Fensex bleibt noch ein bisschen drin. So, der ist gerade erst reingekommen. So. Perfekt. Ich muss lernen. Jo, Silvana, dann mach das mal. Wir machen heute noch ein bisschen Mais hier. Let's go. Nächste Tour, so 80.000 haben wir. Zwei Touren bis jetzt. Michael, guten Morgen. Grüße dich. Hast du gut geschlafen? Schön, dass du da bist. So, PS5 hat gejoint. Slot Limit auf 4,4. Und wenn da gleich 2,6 steht, dann ist PS4 gejoint. Das kann man ganz schön daran erkennen. So, ich fahr wieder hoch. Natürlich tummelt sich da oben jetzt so ziemlich alles, weil da ziemlich viele Hexer sind. Denkt dran, Leute, drei Hexer müssen besetzt werden. So, zwei Sechser Slot Limit bedeutet PS4 oder Xbox haben gejoint. Nein, mein Wald kenne ich auswendig oder habe ich genug WLAN? Also genug Internet. Ach so, dann ist es okay. Hallo Fabi, moin. Schön, dass du da bist. 500 Zuschauer, Leute. Ihr seid ja knallert. Ich kann leider nicht rumschreien, sonst wecke ich noch meine Frau. Fabi, moinsen. Alter, ihr seid der Wahnsinn. Vielen, vielen. Daniel, wir haben 500 Zuschauer. Was geht hier heute ab, Leute? Road to 50.000 Abonnenten. Ich glaube, ich hätte das in den Livestream-Titel reinschreiben müssen. Livestream mit 50.000 Abonnenten. Oder im Livestream 50.000 Abonnenten. Ihr seid so geil. Was bedeutet Slow Limit? Katharina, wo siehst du das? So, Leute, macht den Server mal voll. Hier stehen noch ein paar Attraktoren. Und ich bin alleine. Wieso? Du bist doch hier bei mir. Nein, hast ja geklopft. Da kann man mich nicht so schnell erschrecken. Man hat es so richtig. So, ich kann mich nicht so schnell erschrecken. Du st könnt ihr恩. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hallo, Entschuldigung So, Leute, ihr müsst nicht direkt hier abschalten Nur weil ich mal kurz nicht da bin Es ist nicht so, dass ich Dann absolut abwesend bin Jawohl, wer hat den denn jetzt da hochgeballert? Wer Verdammt, ich hab leider grad nicht aufgepasst Wer hier gefahren ist Ähm, keine Ahnung So, Max, ein Dankeschön fürs Abo Ich hab kurz Frau Tschüss gesagt Verdammt, ich hab nicht aufgepasst, wer hier Ich hab nicht aufgepasst, wer hier eingestiegen ist Ich hab nicht aufgepasst Ich hab leider nicht aufgepasst, wer hier eingestiegen ist Und dadurch konnten wir jetzt leider Nicht mitbekommen, ähm Verdammt, das hab ich jetzt nicht gesehen Wer den hier drauf gesetzt hat Ich find das halt immer wieder peinlich Ne, wenn man einen Unfall baut Ähm, dann wird drauf hingewiesen, Leute Ich meine auch, es wär Paul gewesen Ich weiß aber jetzt nicht, ob's der Paul Es gibt noch einen Paul Ich mein, es wär Paul, ne? So, ne, dann wird mal kurz geschrieben, Leute Und dann, dann kriegen wir das schon irgendwie hin Na, dann, dann wird er mal kurz geholfen Siehste? Und schon klappt's wieder Ja, Peggy Paul ist ja gar nicht hier auf dem Server Peggy Luca ist hier auf dem Server Oder hat Peggy Paul schon wieder verlassen? Nö So Kann, kann ja mal passieren, Leute Kurzer Hinweis und dann ist das so So, ich hab mal kurz Meine Frau war kurz im Zimmer Dann muss ich mich kurz muten Und, ähm Dann geht's auch direkt wieder weiter Ne, also deswegen, Leute Vielen Dank für eure Geduld Ich bin wieder da Gut geparkt Ja, das kann man auch so nennen Genau Für, für eine Inspektion im Unterboden Kann man so parken, ja Hahaha Ähm, warum steht man nicht einfach zu seinen Fehlern So macht man einfach nur noch alles schlimmer Yo, Crazy Chaos Gut Morgen So ist es Ich bin einer, Freunde Wenn ihr irgendwie hier einen Fehler macht Schreibt es Weil, ihr müsst das zusehen Wenn ihr, wenn ihr einen Fehler zugibt Fliegt ihr nicht vom Server Dann beheben wir das Aber Wenn es nicht Dazu steht Und Wir bekommen das mit Dann kriegt ihr einen Permabahn Also was wollt ihr Dumm Also Einen Unfall bauen Und dann zugeben Sorry, mir ist hier was passiert Können wir kurz helfen Oder Unfall bauen Oh, ich geh mal schnell in einen anderen Traktor Und dann sehen wir das Und dann gibt es einen Permabahn Hm So muss man sich das mal überlegen Ich glaube, das wollt ihr doch nicht Mein lieben Freunde So, welcher Server ist das? Was meinst du mit welcher Server ist das? Das ist ein Multiplayer Server Ein 6. Slot DD Server über dein Server Host Die wir übrigens immer noch nicht geschrieben haben Wegen unserem zweiten Server Ja, ich war es Sorry, Luca Dann steh doch dazu Luca, einfach kurz Bescheid geben Dankeschön für 790 Luca, einfach kurz Bescheid geben Dann helfen wir dir Und dann geht es direkt weiter Aber nicht in dem Zuge Dass du einfach nichts sagst Das Glaub mir Das tut dir nicht gut So Wir müssten eigentlich hier links ins Feld Aber ich sehe sie Ich sehe sie da vorne schon fahren Jetzt ist natürlich die Frage Sind die schon voll? Ne, guck mal Die kommen schön rum Sehr gut So Ja, Lumi 16 wahrscheinlich Ja, Luca Ist ja alles okay Kommt drauf an Wie und was passiert War es ausgesehen Dann geht es ja noch Aber wenn sowas mit Absicht war Dann geht es sowieso überhaupt nicht Nö, dafür gibt es ja den Permaband Knopf Den drücke ich auch sehr gerne Guck mal Es ist auch nicht so, dass hier Keiner geblockt ist Das sind alles geblockte Spieler Also die können nie wieder mitspielen So was hier zum Beispiel Na Also ich mache das nicht Dafür habe ich wen Aber hier Das sind so alles so Leute Die wir auf den Servern gebannt haben Weil sie leider Paul bist du voll? Anscheinend ist er voll Okay Das sind alles Leute Die wir hier auf den Server gebannt haben Weil sie so dumm sind gebaut haben Wer? Oh Das kann ich eigentlich nicht lesen Pierre QG Thank you Welcome to the stream Kannst mal gucken wie viele noch frei sind Nein Guten Morgen Julian Schön, dass du da bist Herzlich willkommen In diesem wunderschönen guten Morgen Livestream Freue mich, dass du mit dabei bist Ich habe jetzt angefangen an Unimog Was? Jetzt real life oder was? Paul Moin Blinker Ja ich weiß Ich habe gerade Warenblinker an So wie fährt Leo jetzt? Leo echt die ganze Zeit Die kurzen Waren Okay Der Driver Welcome to the stream Aus der Niederlande Sehr geil Maximilian Ich glaube es sind nur irgendwas um die 40 Und 406 zu restaurieren Achso Geil Leo dann musst du aber auch kurz warten Bis ich gedreht habe Nicht einfach fahren Hi Paul Guten Morgen Schön, dass du da bist Willkommen im Livestream Ist immer geil Die drehen Und dann fahren die schon mit dem Hexer los Und ich kann Ich hatte nicht mal die Chance zu drehen Kannst mich in Bann Weil ich möchte mitspielen Letztes Mal hast du gesagt Du machst es Markus Wie war der Name? Du hast recht Ich habe gesagt Ich mache es In real life Ja das ist natürlich sehr geil Alex Sehr geil Einen wunderschönen guten Morgen Smiolcarbo Grüß dich Ciao ciao Jasmin Moin Komm mit mal Moin Marc Mitspielen ist möglich Ja So Leo fahren jetzt die lange Bahn Ne Leo will immer noch die kurze Bahn fahren Leo Warum fahren wir nicht mal die lange Bahn? Scharinga ist mein Name Okay Markus Ich gucke jetzt gleich mal Ich weiß Du hast zu meinem letzten Mal schon Dich für deinen Dummsinn entschuldigen Denk dann aber Markus Du stehst unter Beobachtung Noch einmal und es gibt den Permaband für immer Digga wie schnell joinen die Alexander wir sind 500 Leute Was denkst du? Das geht ganz schnell Lennart Moin Grüße dich Viele sitzen da und machen Dauerspam Hier Janik Wolltest du nicht heute Weitkart einlösen? Klingt noch wie guten Morgen Schön dass du da bist Corinna Grüße dich Moinsen Schön dass du mit dabei bist Vielen Dank Hallo Arion Moin Dankeschön für 790 Ach jetzt Jetzt Ja jetzt fahren wir die lange Bahn Okay Jetzt wo ich hier so schön drehen will Geht Kein Problem Leo Dann fahren wir jetzt die lange Bahn Das finde ich gut Okay viel länger ist sie jetzt auch nicht Aber das Feld Das ist halt sehr knifflig Das geht nämlich da gleich so um die Ecke rum Ihr seht ja selbst Wir sind bei Feld Nummer Ich glaube 40 oder 41 So ist das Ähm 45 Das geht da so um die Ecke rum Also die Bäume hier zwischen Sind eigentlich kein Hindernis Hallo Moin Grüße dich So ich muss gucken wie Ich muss mich einfach an Leo richten Kann ich beim nächsten Wechsel beitreten? Nein Janik Das geht nicht mehr Du weißt genau das geht nur für Streamstart Ich hab dir gestern Abend noch geschrieben Du hast ja auch geantwortet wie das vorläufige Passwort ist Während des Streams ist Dieses Einlösen von der Wildcat ganz schwierig Obwohl du hast das Passwort ne Dankeschön Andy Du hast das Passwort Ja wir gucken mal Wir gucken mal Kannst du mal jemanden Kriegt mal ein Internet Wollt ihr nicht? Nein Janik Der nächste Wechsel ist so Zwischen Viertel nach 10 und halb 11 Dann kann ich gerne wechseln Und dann kannst du gerne joinen Äh LS Wenn du den Server nicht willst Machen wir Ausrufezeichen Server Wie komme ich auf deinen Server? Über den Multiplayer Selbstverständlich Ganz einfach So Schon wieder voll Dritte Tour Satans Braten Teufel Guten Morgen Johannes grüß dich Eine Frage Gibt es auf der Konsole auch einen Warnblinker Und wie kann ich den einschalten? Nein Gibt es leider Doch Gibt es Das ist ganz lustig Johannes Seit dem LS 19 Weiß ich es Der Warnblinker ist verbaut Du kannst ihn aber über den Controller Nicht aktivieren So Klaas Farmer ist querfeldeinfahrer Das ist schon Notiert Weil hier ist die Feldausfahrt Ähm Also Du kannst Seit dem LS 19 Auf der Konsole Den Warnblinker anmachen Allerdings nicht über deinen Controller Weil da ist es komischerweise Nicht belegt Sondern Normalerweise Machst du das Über die Seitenkonsole Es gibt ja eine Die SciTech Seitenkonsole Die kannst du dir ja Kaufen Und die funktioniert An den Konsolen Und dort Kannst du Ähm Einen Knopf drücken Der ist tatsächlich belegt Dann geht der Warnblinker an Auch auf den Konsolen Habe ich zu Auch mal ein Video gemacht Im LS 19 Glaube ich hat 40.000 Aufrufe Oder so Müsst ihr euch mal anschauen Geht einfach mal auf meinen Kanal Und Andy rechts ist Gas Geht einfach mal auf meinen Kanal Und dann gibt dir mal ein Warnblinker In meinem Suchfenster Müsstet ihr eigentlich Das Video dazu finden Und da erkläre ich das auch Ich hab nämlich Das mit einem meiner Abonnenten Vor Äh Früher gedreht Der hat Ist bei mir auf den Server gekommen Und hat über die Seitenkonsole Ähm Den Warnblinker angemacht Damit ihr auch seht Dass es auch wirklich geht Und das ist auch im 22er verbaut Aber wie gesagt Das bescheuerte ist halt Es ist nicht auf dem Controller hinterlegt Und das finde ich sehr schade Für die Konsolenspieler Hallo Fiete Guten Morgen Du wolltest doch nach den genannten Spieler Gucken Ist doch schon erledigt Lumi Hat doch Andy schon gemacht Andy hat den Markus schon entband Ich geh jetzt zum Frühstück Alles klar Janik Guten Hunger Viel Spaß Dankeschön Vielleicht Ja bis gleich Leute Nicht abschalten hier Let's go 500 Zuschauer Ist der absolute Knaller hier Vielen, vielen, vielen Dank Leute Haut gerne ein Abo raus Haut Ein Like raus Und seid mit dabei Wenn wir die 50.000 voll machen Hallo Timo Grüße dich Ich kann gerade nur 44 kmh fahren Ich weiß nicht was Andy da fährt Fährt der einen alten Fendt Und vielleicht den Turboshift Der klingt wie der Turboshift Tatsächlich Der fährt den 800er Turboshift So dunkler Socken Einen wunderschönen guten Morgen Schön, dass du da bist Die Belegung am Controller kann man doch nachkonfigurieren Ja, aber leider nicht alles Und wie gesagt Warmblinker ist anscheinend nicht mit dabei Bist du heute Nachmittag auch noch live Jason, ich weiß nicht was für dich Nachmittag ist Ich muss mich mal kurz beschweren Über den Luca Luca Fahr doch Du kannst doch links rumfahren Ja, anstattdessen fährt er hier Also ich weiß Ihr denkt euch jetzt so Warum regt der sich gerade so aus Ich finde einfach Wenn man so in Real Life fährt Also ich wäre Chef Ich würde knallen Ich würde aussteigen Euch aus dem Dreck herauszählen Und sagen, kannst nach Hause gehen Wenn man hier so querfällt Einen über die Felder fährt Wenn noch Verkehr ist, Leute Fahrt doch links rum Ihr könnt ja auch links rumfahren Guck mal, da gibt es auch Eine wunderschöne Straße Da an Feld 12 Dann könnt ihr an Feld 12 Meinetwegen drehen Und wieder zurückkommen Aber es gibt genug Möglichkeiten Noch anders rumzufahren Leute Macht es so wie in Real Life Und nicht querbeet Manu, guten Morgen Hallo Nico LP Trainfilm Moinsen Mit der Tastatur Ja, bei der Tastatur Ist der Warnblinker Auf nummernblock 2 Es gibt nichts Schöneres An einem Sonntagmorgen Beim Kaffee Deine Leistung zu gucken Mal weiter so Sascha, vielen Dank Sonntagmorgen Ja, Sonntagmorgen Stimmt Sonntagmorgen Klar, 10 Uhr hier Hallo Max Moinsen Grüße dich Nice for life Auch mit dabei Wunderschönen guten Morgen So Ich muss Mal auf jeden Fall gleich Was trinken hier Ja, der Dings Wird langsam trocken Janka, Moinsen Dafür sind ja Straßen da Genau Die Straßen sind ja dafür da Damit sie eben genutzt werden Es ist ärgerlich Wenn man das manchmal so macht Man kann ja auch Einen kleinen Umweg fahren Parasite herzum kommen Oder? Man kann ja auch links fahren Und dann dreht man irgendwo oben Wenn es nicht anders passt Hallo Markus Guten Morgen Grüße dich Also die Möglichkeiten Gibt es auf jeden Fall Man ist circa wieder weg Selennat zwischen Viertel nach 10 und halb 11 Hoffe ich zumindest Ich bin gerade aufgeschaut Echt LPD-Train Also ich bin jetzt mittlerweile Seit Ähm Hier Daniel mach mal Permaban bitte Danke Ich bin seit 8 Uhr live Wo ist Luke Baumeister Wegen Silo Ja Ich glaube der hat verschlafen Oder der ist noch am schlafen So Luchi Noch ein einziges Mal Werbung für den eigenen Server Und du fliegst raus Vor allem Luchi Findest du es nicht ein bisschen peinlich Den Server genauso zu nennen Wie meiner heißt Und wir hoffen Dass du dann Leute findest Die bei dir mitspielen Geht es dir echt so schlecht Also Heieiei Zwickmühle Muss man sagen Also wirklich Geht es dir so schlecht Luchi Eigentlich doch nicht Oder Leute Geht es euch wirklich so schlecht Dass ihr einen Server nach mir benennen müsst Und dann hoffen müsst Dass die Leute rein join Eigentlich doch nicht Oder So schlecht kann es euch doch allen Gar nicht gehen Oder Hallo Lana Hallo Lana Mir geht es gut Wie geht es dir Schön dass du mit dabei bist Willkommen im Livestream So dritte Tour 120.000 Hab ich mittlerweile Übergebracht Luchi Moin Ah guck mal hier Der Franz Auch sehr vorbildlich Ist die Schilder Wieder am hinstellen Auch der Sound Von dem Anhänger Ist so geil Du hörst halt Wie die Die Bolzen Ineinander fahren Da fehlt doch Eine Silowand Wo fehlt Eine Silowand Hast du gut gemacht Franz Franz Hat er aber gerade Bei den Schildern Ein bisschen neu hingestellt Hier wieder Die werden nämlich Gerne mal umgefahren Schade drum So Ben Willkommen zurück Parasite Like und Abo sind da Bin aber erst wieder raus Wünsche weiterhin viel Spaß Beim Streamen Dankeschön Parasite Mach's gut Ja mir geht es schlecht Ich brauche das Du brauchst was Den Streamen oder was Du musst nur zweimal Auf den Bildschirm klicken Und ihr seid Also Leute Ich habe heute einen Moderator Hier im Chat Der ist sehr schlecht gelaunt Warum eigentlich Hallo Adi Spielts Spielts auch privat LS Nö Wenn ich spiele Dann bin ich auch live Hallo Fabian Moinsen Also ich setze mich In den seltensten Fällen Hier an den PC Und spiele einfach so Ohne zu streamen Nö Kein Problem LP Training Ich weiß noch nicht Was noch am Sonntag Sofort Aber ich wünsche dir Einen schönen Tag Alex macht's gut Dankeschön So Mathis Moinsen Grüße dich Glück gehabt Glück gehabt Boah Entschuldigung Einmal zu viel In den Chat Einmal zu viel In den Chat geguckt Und schon passiert sowas Das darfst du keinem erzählen Gibt es den Film Auch für Konsole Welchen Film Wir gucken keinen Film Martina Moinsen Hat keiner gesehen Einmal zu viel In den Chat geguckt Und schon kommt die Ja Die Leitplanke Ich rufe dann gleich Mal in die Gemeinde an Einmal bitte Leitplanke reparieren Ist das jetzt eigentlich Fahrerflucht? Das war jetzt Fahrerflucht Hupsala Ich spiele jetzt ETS Vita Alles klar Macht das viel Spaß Dabei Ich hab jetzt Sturmfrei Sturmfreie Bude Schalalala Guten Morgen Edgar Ich grüße dich Schön dass du mit dabei bist Herzlich Willkommen So ich fahre 45 wieder Mein Freund hat zwei Class Xerion 3300 Sehr geil Vlogs Cool Also real life Geil Zählen jetzt Traktoren Schon als Fahrrad? Ja klar Hallo Markus Grüße dich Schön dass du da bist Hab was zu tun Wenn ich zocke Das ist okay Ja so soll es ja Eigentlich auch sein Sekundenschlaf Ja das So kann man es auch nennen Das war bestimmt Ein kurzer Sekundenschlaf Ich bin noch Ich bin noch nicht So ganz wach Oh der Leo Der lässt aber auch Viele hier stehen Guck mal da 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 Och du heiliger Bim Bam Leitplanken sind teuer 500 Euro der Meter Oh Da redet einer aus Erfahrung Nils was ist passiert? Schon mal Leitplanke mitgenommen? Oder reparierst du die zufällig? Leitplanken sind mal wirklich teuer Ja Tut mir echt leid Ich habe aber schon die Kommune angerufen Die Gemeinde Die Gemeinde Ostsee Die kommen gleich und reparieren die Ich denke mal gleich Wenn ich schon wieder beim Abfahren bin Dann ist die auch schon repariert Schlechter Drescherfahrer Ne Ne Mark Hexler Wenn dann fahren wir heute Hexler Und ein Klaas Arion 660 Das ist geil Den habe ich hier als Modell stehen Den Arion Den habe ich mir Damals bei der Farmcon Von Giant Software Bei Klaas In Erlang War mir Ne Erlang Ne Erlang war der Sitz Wo war Klaas nochmal? Auf jeden Fall am Arsch der Welt Äh Habe ich schon geholt Leute 800 Leute Man glaubt es kaum Es sind noch 200 Leute 200 Hase Winkel Hase Winkel Ja Da habe ich mir so ein kleines Glasmodell Sag mal Was macht ihr hier? Ach das Ach das ist eine Ausfahrt Leo 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 Ein bisschen ordentlicher fahren Danke Und Leo Leo Ja Ja Moment Ich drehe ja schon So Leute 200 Abos noch Wiege Oh der fährt hier aber auch Huiuiui Kumpel von mir hatte Auf der Autobahn einen Unfall Hat eine Leitplanke mitgenommen 2000 Euro Nur für die Leitplanke Ja ja Das geht mal schnell in die Tausender Du musst ja Du musst ja die Firma bezahlen Die das repariert Dann musst du die Sperrgenehmigung bezahlen Weil eine Spur ja gesperrt wird Für so eine Reparatur der Leitplanke Das kostet alles ne Das ist leider so Ja Mannes Wechsel Fanfans Durch ein Viertel nach 10 und halb 11 Machen wir den wunderschönen Wechsel So ich Also bei Leo muss ich echt aufpassen hier Kann Tim wieder kommen Polizei Genau Polizeieinsatz wegen der Unfallaufnahme Aber dafür gibt es ja Versicherungen Oder Aber man gönnt es ja keinem ne Da das mal so schnell in die Tausender geht Dann geht halt die Versicherung Also die Versicherung bezahlt ihr im Regelfall Aber dafür geht ja dann Die Versicherungssumme in die Höhe ne Also euren monatlichen Beitrag Den ihr zahlen müsst Ich hoffe dass du die 200 noch schaffen tust Ja Kai let's go Freunde Wenn ihr Bock habt Heute 50.000 Dann einfach mal den Stream teilen Soziale Netzwerke dürft ihr Sehr sehr gerne nutzen Dafür gibt es zum Beispiel Instagram Discord Wenn es euer eigener Discord-Service Oder auf den anderen Discord-Servern Das erlaubt ist Es gibt Snapchat Twitter Facebook Würde ich mich sehr drüber freuen Hallo Kerstin Morgen Könnt ihr Alles gerne mal nutzen Und einen Support rausholen Ah sehr geil Der Franz Hexe Franz Tolle Geste Dankeschön Der Franz Der zeigt es mal wie das geht hier Kerstin Moin Wir zählen Leute Wir zählen Das wäre so krass in dem heutigen Livestream Wenn wir das einfach mal packen würden Bitte Keine Zweitkanäle machen Ihr wisst ja wie das ist Die werden dann eh wieder gelöscht Aber alles andere Wirklich Vielen Dank Einfach nur mega geil Versicherung ist im Urlaub Ach so sieht das aus Jeder meiner Freunde hasst LS22 LP Train Für mich gut dass ich dein Freund bin Ich hasse ihn nicht Also kannst du rein theoretisch gerne hier mitspielen Bei mir in meiner Gegend Könnt jeder deinen YouTube Kanal Ja das ist ja klar Wenn man auf dem Dorf wohnt Wo nur 50 Einwohner sind Dann Ja Kai Vielen Dank Das hat sich sehr geil So Ach guck mal Jetzt Ja das klappt schon besser Fertig mit Lern Silvana Das war ja gerade mal eine halbe Stunde Musst du nur Vulkabeln lernen Oder was Stehe vor der Tür Komm nur noch nicht rein Ne Ich mach die Tür auch heute nicht auf Jens So rum Willkommen zurück So vierte Tour Hi Luis Moin Es ist schade Dass hier so viel stehen geblieben ist Das ist immer ärgerlich Wenn so viel Mais stehen bleibt Ich hatte ja echt mal die Hoffnung Dass man wirklich so ein Feld Exakt wegbekommen Also wirklich Bis aufs kleinste Fitzelchen Alles weg Schularbeit Ach so Ja aber das ist doch dann nicht Lernen Das ist doch dann Hausaufgaben Oder nicht Wie kann man jetzt spielen Mathe ist Ausrufezeichen Mitspielen Ach du bist auf dem Server Jens Oder wo Vor welcher Tür stehst du Also vor meiner stehst du nicht Das weiß aber Gott sei Dank keiner wo ich wohne So der Herr Leon Meyer Der scheint zu warten Dass ich hier wieder in Ruhe rausfahren kann Sehr gut Leon Das ist eine sehr gute Arbeit Die hier verzieht Muss man sich auch mal schön für bedanken Mario Vielen Dank fürs Abo Herzlich Willkommen 50 wären bei mir schon großstadt Denn ich wohne da mit vielleicht mit 25 bis 30 Ach guck mal Türling Wenn du denen allen mal Bescheid sagst Dann sind wir schon bei 835 Dann sind es nur noch 165 Abos Ja ist geil Dorf oder Stadtkinder Dorf leben Dorf leben So muss das sein Freunde So muss das wirklich sein Sehr sehr geil Ich habe meinen Nachbarn zum LS bekommen Er hat mal zugeschaut bei mir Dann wollte er es selber mal probieren Dann sind wir losgefahren Und er hat es sich gekauft Ja so muss das sein Also ich habe jetzt keine Freunde Die das unbedingt spielen Brauche ich aber ehrlich gesagt nicht Ich habe ja euch Also wenn ich jetzt jemanden Zu Witspielen suchen würde Oder jemand der mir Zum Beispiel Bei einer Vorbereitung einer Map hilft Dann müsste ich ja nur meine Community Also euch fragen Und dann würde das schon von allein laufen Boah also von daher Joa Finn darfst du Sehr gerne Wir wechseln gleich regelmäßig durch Mach mal Ausrufezeichen mitspielen Da bekommst du schon mal Servername und das Passwort Und dann kannst du gerne joinen Ich liebe es einfach so realistisch zu fahren Das macht einfach verdammt viel Spaß Guck mal da oben Seht ihr klein Bambi Es lebe hoch hinaus Klein Bambi Geil So Lebe Willkommen zurück Hallo Florian Grüße dich Schön dass du da bist Hättest du bekommen Oh was ist hier los Was machen die da Der Noah zerballert hier den Anhänger Heieieiei Heieiei Muss doch echt aufpassen hier Dana Moinsen Grüß dich Muss ich schon tanken Ne muss ich noch nicht Okay Ja komm ich nutze mal kurz die Zeit Wenigstens einmal kurz Scheibe sauber machen Ich kann nämlich fast nichts mehr raus sehen hier So So Jetzt kriege ich von aus die Tür nicht zu Ne Egal Kevin Dankeschön für dein Abo Herzlich willkommen So Einmal kurz Scheibe sauber Mann Ich kann ja fast nicht mal raus gucken hier Einmal kurz die Scheiben sauber machen Wenigstens wieder ordentlich raus gucken kann Den Anhänger mache ich jetzt nicht sauber Äh das wäre unnötige Wasserverschwendung So Das sieht eigentlich schon alles gut aus Kommen wir können ja hier hinten Damit ich keinen Ärger mit der Polizei bekomme Mal kurz hier hinten ein bisschen sauber machen So kriege ich wieder Ärger mit der Polizei hier Wir haben da Mais auf dem Hänger Wenn sie den verlieren das gibt Ärger So Reicht So Äh Die Master Luca Wenn man mich drauf hinweist was es ist Habe ich da grundsätzlich eigentlich kein Problem mit Ich muss ja auch mal mit dir wieder quatschen Wann er mal wieder ein Best of für uns machen kann Ja Alexander Wechsel kommt Du musst halt das so sehen Alexander wir geben jedem die gleiche Chance mal mitzuspielen Das wäre unfair wenn ich jetzt die Leute hier rausschmeiße Und die dann sagen Ja ich habe da erst 20 Minuten So was ist mit dem Johnny hier los Der steht da ein bisschen komisch muss ich sagen Ich weiß nicht was da jetzt passiert ist Ich muss noch kurz fragen was hier los ist Da steht irgendwie der Johnny rum Bei mir hat der Server nicht angezeigt Doch Janik du weißt doch dass der da ist Servus Ähm bin auch wieder mit dabei Hallo Mika Grüße dich Hallo Jonax Ja Ja so sehe ich das nämlich auch Clips sind erlaubt aber nicht ohne meine Erlaubnis hochladen Das bedeutet erstmal Info an mich Ähm Was für ein Clip das ist Und wo du den hochladen möchtest Und so weiter und so fort Und dann sehe ich da kein Problem drin So Ähm Faunus Moinsen mir geht's gut Wie geht's dir So was ist jetzt hier mit dem Johnny Dieser Damjovic Was ist Rein in den Johnny Und Gas geben Okay Er verlässt lieber den Server Okay Ja ist okay Andy Kein Problem Moin Ich Florian Dein Kanal ist geil Ich war gestern bei meiner Freundin Sehr geil Moinsen Schön dass du mit dabei bist Nein Alexander Ich mache dann den Wechsel Wenn du aufhörst mich zu nerven Entschuldigung dass ich das so sage Aber ich habe einen Grundsatz Je öfters ich gefragt werde Nach diesem Wechsel 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 Desto länger dauert es Bis ich den Wechsel mache Grundsätzlich ist meine Regel Jeder darf eine halbe Bis dreiviertel Stunde mitspielen Vorher ist kein Wechsel Und je öfters man mich fragt Desto länger dauert der Wechsel Das ist dann einfach Vorteil für die Die hier auf dem Server sind Die können dann halt länger mitspielen So der Jonas Der macht das jetzt hier Kommen wir nicht rein Ist gesperrt Der Server ist voll Der coole Moinsen Noah Gut wie geht's dir Schön dass du mit dabei bist Ja So Achtung Achtung Er fährt einfach nochmal Eine Ehrenrunde Okay sehr geil Das ist nämlich die Einbahnstraße Wir haben ja hier Diese Verkehrsschilder aufgestellt Das hier ist nämlich Eine Einbahnstraße Die geht einmal ums Silo herum Und dann darf abgekippt werden Deines Wienes sind cool Ben vielen 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 Dank Schön dass es dir gefällt Das freut mich sehr Danke danke Noah perfekt So muss das sein An diesem wunderschönen Sonntagmorgen Zum XXL Guten Morgen Stream Freue ich mich auf jeden Fall Dass ihr mit dabei seid XXL Guten Morgen Stream Guten Morgen Stream Ist ja am Sonntag bei mir schon Fast gesetzt Mache ich seit mittlerweile Fünf Jahren so Sechs Sechs Jahre jetzt 2017 habe ich angefangen Sind jetzt sechs Ich bin jetzt im sechsten Jahr Mit diesen Guten Morgen Streams Am Sonntag Und heute als XXL Variante XXL mit dem Hintergrund Ich habe heute Sturmfrei Meine Frau ist Frühstücken gegangen Mit einer Freundin Und normalerweise Stream ich sonntags Immer so Von acht bis halb elf Manchmal schon um sieben Bis halb elf Kommt immer noch an So wie ich fit bin Aber heute geht es Im Open End Also irgendwo Nach halb elf Wie lange weiß ich nicht Gestern habe ich Neben einem X5 gepackt Alter mein Auto Sah aus wie ein Motorrad Kann ich dir ein Bild Auf Discord schicken Nein du musst sagen Wie ein Bobbycar Habe ich nicht Jason Der andere ist wahrscheinlich Fake Server Guten Morgen PG Dominik Sorry fürs zu spät kommen Ist doch kein Problem Dominik Schlaf sei gegönnt Bei mir zeigt er ein Schloss Dann Jens Dann fehlen dir Mods Wenn das Schloss da ist Nein Moment Das Schloss ist das Passwort Das Schloss Jens Ist das Passwort Wenn du X drücken kannst Also beitreten Dann brauchst du nur Das Passwort eingeben Wenn du da aber nicht Auf beitreten klicken kannst Dann fehlen dir die Mods Tanja Niemann Grüße gehen raus Ich kann kein Gras mehr sehen 20 Felder mit Gras runtergehalten Das ist geil hier Wir sind gerade beim Oh beim 30. Ich denke mal 30. Felden Mais Alles schon Ja nehmen X5 Daniel ist ein Ford Wirklich ein Bobbycar Ja Silvana Viel Spaß dabei Danke schön fürs Zuschauen Schön dass du mit dabei bist Danke schön fürs Einschalten Nach einer Stunde Schon so eine Eskalation Ja Freunde Review passieren lassen Wir sind jetzt live Eine Stunde und 13 Minuten Seppi Moinsen L. Bundy Sven Moinsen Auch großer L. Bundy Fan Eine schrecklich nette Familie Also Nach einer Stunde 13 kurz Review passieren lassen 575 575 Likes Haben wir bis hierhin Muss kurz Platz machen 575 Likes Und schon 60 70 An die 70 Abos Haben wir schon gemacht Leute In der Zeit jetzt Das ist schon Das ist schon sehr geil Ach Scharinger fährt gar nicht rein Ah der muss bestimmt auch mal tanken Der muss bestimmt auch mal tanken fahren Weil ich Ich muss ja jetzt rechts rein hier So Bayerisches Brot Nicht Bernd das Brot Sondern das Bayerische Brot Dankeschön für dein Abo Also das ist schon sehr geil Nach über einer Stunde Haben wir schon fast 600 Daumen Ach ja Und Wir haben 500 Zuschauer geknackt Franz muss auch tanken Alle müssen hier tanken fahren Nein Leo Ohne Pumps & Hoses Zum Warnblinker Kann man auch auf der Konsole Mit der Tastatur den anmachen Ne Die Tastatur geht ja leider nicht Tastatur geht ja leider nicht Jan Komm 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 mein Freund Eck mach dir Platz Kannst du meinen Bruder Grüße von Tanja Ist die Map für PS4 Ja Mika Die Map gibt es auch auf PS4 Da wollen wir kurz warten Bis der Leon hier durch ist Ich glaube die Hexer sind gerade tanken fahren Seppi Das ist die Ostseeküste Das geht also leider nicht Ich glaube die Konsole Unterstützt keine Tastatur mehr Ich glaube das war mal so Das ging Aber ich glaube mittlerweile Ist das so nicht mehr möglich Schaffen TV Guten Morgen Schön dass du da bist Ach auch schon fertig Ach hier ist alles fertig Okay Leute Treffpunkt ist Feld 39 Direkt an der Ostsee Let's go Da können gerne zwei Hexer auf einmal hinkommen Wenn ihr jetzt tanken wart Feld 39 Da gibt es jetzt richtig was abzufahren Wahnsinn Die sind hier schon fertig Es ist geil wie schnell die heute sind Also die Hexerfahrer geben heute auf jeden Fall gut Gas hier Hallo Jonas Guten Morgen Mit welchem Spiel hast du angefangen mit YouTube live zu gehen? Live war ich das allererste Mal mit dem Landwirtschaftssimulator 17 Mein erstes Video auf YouTube habe ich durch Need for Speed hochgeladen Äh ein Drift Contest Das Video existiert aber nicht mehr Weil ich es leider löschen muss Damit ich die Kanalmonetarisierung aktivieren kann Deswegen gibt es das auf meinem YouTube Kanal nicht mehr Aber das war mein erstes Video Ein YouTube Video zu Need for Speed im Drifting Und das erste Mal live wie gesagt mit dem Landwirtschaftssimulator 2017 2017 zur damaligen Zeit Das war 2017 So jetzt Ich muss mal kurz das langsamer fahren Leute Weil wir müssen mal gucken Ich kenne mich hier absolut nicht aus Ich weiß jetzt noch nicht so ganz Gleich stehen wir wieder auf dem Parkplatz Und gucken uns die Ostsee an Wenn ich so weitermache Ich glaube nämlich nicht Dass man von hier aus zu dem Feld kommt Weil wir sind jetzt mitten in der Stadt Oder kann man hier noch Warte mal kann man hier nochmal Ne hier ist auch nur wohnen 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 Ey ich habe hier keine Lust reinzufahren Leute Ich fahre jetzt einfach mal hier rein Sollen wir mal hier reinfahren Ach du heiliger Bim Bam Ich gucke jetzt mal ob man von hier rein kann Ach du Du ahnst es nicht hier Wann kommt eigentlich LS23 Agra Luca Keine Bekanntgabe Hallo Ben grüße dich Ich habe die Hoffnung dass ich jetzt hier Wo fahren wir hier gerade lang Kann man jetzt hier links Verdammt hier ist ein Parkplatz Leute wir müssen mal kurz aussteigen Achso das ist so bekloppt man kann die Tür nur öffnen wenn der Motor an ist Leute steigt mal kurz aus wir müssen mal kurz hier gucken gehen Wir müssen hier zu unserem Feld Kann man von hier das sieht gut aus Ach du heiliger Bim Bam Hier soll ich reinfahren Aber dann bin ich tatsächlich auf unserem Feld Ja Ja äh Freunde Ich glaube wir müssen mal hier hin Hey Ja das wird ein Spaß Da haben sie sich ja wieder ein schönes Feld hier ausgesucht So erstmal Kaffee Kaffee Oh ist das hier schön Oh Gott da kriege ich Gänsehaut wenn ich das hier sehe Da habe ich direkt wieder Bock auf Urlaub hier Vita Open End Livestream Eieiei Ja ich würde sagen Wir fahren mal hier rein Stellen uns aber hier an die Seite hin Dass erstmal der Hexler durch kann Ja das kriegen wir schon irgendwie hin Das das Ja ja das Das kriegen wir schon irgendwie hin hier Eieiei Ja die wollen hier alle rein So ich muss erstmal den Hexler ordern Bitte zu Feld 30 Zwei Stück Wenn es geht So Du kannst auch rechts unten am Feld Ja aber hier ist doch gerade das geile Diego Das macht doch gerade richtig Spaß hier Ich hätte nicht links vermisst Nein gerade das hier macht doch so viel Laune So dahinten kommt schon der Herbert Boah das ist hier ein Chaos Okay Dann müssen wir jetzt mal gucken Dass wir hier reinkommen Wir haben mal kurz ausgekundschaftet Also wir müssen tatsächlich Wir müssten tatsächlich hier jetzt links Boah das Das ist gerade das Leute Das muss ich euch jetzt einfach mal erzählen Das ist gerade das was mir an dieser Maishexe so viel Spaß macht Dieses Diese verdammt engen Straßen Dieses einfach mal mitdenken Mal aussteigen Gucken gehen Das macht mir einfach mal viel Spaß am Landwirtschaftssimulator Das ist das was zum Spiel dazu gehört Das muss so sein Leute So nicht anders So zwei drei hier in die Reihe Einer rechts hier rein Dass der Hexler auf jeden Fall durch kann Ähm wir müssen jetzt erstmal warten Dass der Hexler kommt Genau das macht Spaß Ja ne Und dann mal Tür aufmachen Mal aussteigen Mal kurz hier warten Wir müssen jetzt erstmal den Hexlerfahrer hier durchlassen Weil ich denke mal Wenn ich jetzt hier schon durchfahre Wird das nicht passen Ja gut wir könnten uns noch hier rechts hinstellen Aber hier müssen wir uns anhexeln Oh Hier müssen wir gleich aufpassen Leute hier sind Fußgänger unterwegs Ja das kann gleich was werden hier Das kann gleich was werden So jetzt müssen wir erstmal kurz den Hexler hier freimachen Hier der, guck mal Herbert Du hast einen Drehschirmel Du kannst noch hier reinfahren Komm hier rein Herbert Guck mal kannst du dich hier so schön lang reinstellen Das sollte man eigentlich hinbekommen Ich spiele es mit Lenkrad und sein Korrekt nur Langsam Herbert Langsam Kein Stress hier Nicht nervös werden nur weil Schäffe hier ist Guck mal kannst du dich hier noch reinstellen So jetzt genau Genau jetzt Ja Oh ja 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 so 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 ist nicht gut Piggy Basti moin Warte Franz Warte Ah Ah Moment Wir müssen erstmal den Herbert hier rüber bekommen Ja warte Ich fahr noch was vor Ich fahr einfach noch was vor So Passt das? Ei 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 Ja mach einfach Nachbars Auto kaputt Ist auch kein Problem Ah da kommt noch einer Ja jetzt wollen sie es wissen Jetzt kommen sie wirklich mit den zwei Häckselern an Nicht schlecht So Herbert hat das Auto kaputt gemacht Deine Versicherung zahlt Meine nicht Angel raus Mittagessen gefangen Ja Ist auch geil ne Ein Bierchen und ein bisschen angeln Ja So Moment Ich muss die Ich muss die Heckklappe runter machen Zack Damit ich hier angehäckselt werden kann Und dann läuft das hier Sehr geil Ey das ist sogar Ja Ich muss sagen mit Lenkrad und Seitkonsole macht das Ganze natürlich nochmal Ne ganze Nummer mehr Spaß Hat den einfachen Hintergrund Es ist Realismus pur muss man dazu sagen Es macht einfach viel Spaß Du hast ein Lenkrad in der Hand Du kannst selber schalten Solange du schaltbetriebene Traktoren hast Und Ja So Scharinger Du wartest kurz Ich fahr zu Franz Und zu dir kommt der nächste Häcksler So Dann fahr ich nämlich mit Franz Jetzt müssen wir mit den Fußgängern aufpassen Und bei dir Scharinger Geht dann der nächste rüber So Wir müssen ein bisschen mit den Fußgängern hier aufpassen Es ist eins der Felder Die jetzt wirklich hier an der Ostseeküste entlang gehen Einfach nur schön gemacht hier So Soundprobleme sind wieder am Start Haha PG Bastian Open End Livestream Road to 50.000 Freunde 50.000 Ist das geil Guten Morgen Bastian Grüßet Schön dass du da bist Willkommen im Livestream Scharinger Wart mal ein bisschen Scharinger Halt mal kurz ein bisschen Abstand Bis der nächste Beiziehen kann Weißt du dass Das nicht dein Silo Immer zu meinem rüber geht Oder andersherum Hast du ein DLZ Auf wenn man sich kaufen muss Nein Janik Das ist das ganze Mal Ostseeküste mit Wotterpots Habt ihr 600 Likes Vollgemacht Lenny Dankeschön fürs 600. Däumel Vielen vielen Dank Genau so Scharinger Dann geht nämlich Deiner nicht immer Auf meinen Hänger rüber Dass hier Ein Hexer Pro Anhänger fährt So Soundprobleme Da kann ich leider nichts für Das ist immer mal zutreffen Wenn zu viele Maschinen Auf einer Position sind Dann kann es sein Dass der Sound abbricht So jetzt ist er wieder da Funktioniert das Der Logitech Shifter Mittlerweile Der Logitech Der Schaltung Klar Die funktioniert doch schon Seit Release Oder Also ich hatte eigentlich Nie Probleme damit Du musst halt Ein Traktor fahren Der Schaltung hat Brauch Hilfe Konnt nicht rein Bei mir ist gesperrt Jens Ich frage dich noch einmal Jens Kannst du sagen Server beitreten Wenn das nicht geht Finden die Bots Du musst mich da ein bisschen Darüber in Kenntnis Versuch dir zu helfen Hallo Daniel Wenn ich auf Abonnieren drücke Wird das irgendwie rot Ne das ist falsch rum Jonas So ich bin so gut wie voll hier So Moment jetzt muss ich erstmal kurz So fernlich wieder aus So jetzt müssen die übernehmen Jetzt muss ich kurz mal was gucken Ich hab nicht eine WhatsApp bekommen Von meiner Frau Der liebe Lost Boy Haut ein Abo raus Dankeschön Der dritte Hexer ist nicht benötigt Leute wir brauchen drei Häxler Bitte drei Häxler belegen Sonst sind wir viel zu viele Abfahrer Bitte belegt alle drei Häxler Dafür haben wir drei Stück Also Leute Schwingt euch den Häxler rein Und los geht's Wir haben jetzt eins Der größeren Fälle Gefällt 30 Ist wirklich recht groß Und mit dieser wunderschönen Aussicht Direkt an der Ostsee Einfach nur schön gemacht hier Ja ne kein Problem Toplitz Moin Grüß dich Lost Boy Herzlich Willkommen Und Dankeschön auf jeden Fall Fürs Abo Schön dass du mit dabei bist Sehr geil Schön dass du da bist Willkommen Livestream Wir müssen mal kurz hier rückwärts rausrangieren Wie gut dass ich heute keinen Drehschirmel fahre Da hätte ich jetzt gar keinen Nerv zu gehabt Hier mit dem Drehschirmel rückwärts raus zu rangieren Das geht aber gerade nicht anders Ich denke nämlich mal Dass ich hier noch nicht drehen kann Moin Moin Sven Kannst du heute auch mal häxeln? Ja ich werde bestimmt auch gleich mal irgendwo in den Häxler reingehen Manfred Moin Grüße dich Kann ich gerne mal an Pierre Moinsen Schön dass du mit dabei bist Guten Tag Hallo Flashy Flashy Auch geiler Name Nicht Flash sondern Flashy Moinsen Leute hier wohl kein Problem Macht ja keinen Stress Alles gut 500 Leute Ihr seid der Wahnsinn Ihr seid der Wahnsinn Vielen 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 Dank dafür FLK Wechsel Gegen halb elf Ungefähr Wir werden gleich einen Wechsel machen Keine Sorge So jetzt kann ich hier drehen Ich muss jetzt hier drehen Was anderes bleibt mir nicht über Nur kurz mit den Fußgängern jetzt hier aufpassen Hallo Sven Guten Morgen Bennett Und Daniel euch auch einen wunderschönen guten Morgen Schön dass ihr da seid Moment ich lasse einen Warnblinker an Solange wir hier noch rausfahren Die ist richtig geil hier muss ich sagen Also das ist glaube ich jetzt schon mein Lieblingsfeld hier Weil es hier einfach so verdammt eng ist Müssen wir auch aufpassen Da kommt Luca Und der Radau Bauke Bennett Moin Grüße dich Schön dass du da bist Jetzt muss ich kurz warten Am besten fahren die hier rechts an die Seite Hallo Felix Moinsen Ne Luca fahr rechts Also links Fahr links an mir vorbei Ne links Links Ja ja Fahr links Fahr links Links Da kommt doch noch einer Fahr links Da kommt doch noch einer Fahr links Ihr müsst links an mir vorbei Ich komm doch da nicht vorbei Da ist doch noch einer Genau Ja so genau Links an mir vorbei Genau so Weg Moin Grüße dich Schön dass du da bist Genau so Ja wunderbar Also hier ist jetzt mitdenken angesagt Leute Du bist auf dem Server Sascha echt jetzt Jawollo Leute Sascha hat es endlich mal geschafft Sehr geil Wenn PS4 Spieler mitspielen Sehen die dann auch den Chat Ja sie können ihn aber leider nicht in dem Sinne nutzen dass sie schreiben So die erste Fahrt hier raus Des Nachbarns Hecke am besten heile lassen Boah Leute Was tut ihr mir hier nur an Aber es passt Boah ist das hier eng Boah bin ich froh dass wir hier nicht Also hier rechts rum wären wir auf keinen Fall gekommen Ähm Gut ab an die die Drehschimmel fahren Ihr habt es jetzt richtig gut hier Weil ihr kommt hier Wäsche Moinsen Ah Leo Moin Einsatzfahrten LS Feuerwehr Moin Also die die jetzt hier mit dem Drehschimmel unterwegs sind Die haben es jetzt richtig gut Du machst das richtig voll Macht Platz für Lea Ne eigentlich ist er umgekehrt Lea muss Platz machen für voll Aber ich muss ja mitdenken Hallo Steyr Grüße dich Weil Drehschimmel kommt hier richtig gut durch Das ist halt der Fall deines Drehschimmel Anhänger Der hat einen ganz anderen Wendekreis Hallo Daniel Moin Der Sand ist viel zu groß für die Map Der Sand Welcher Sand Sand ist doch nur an der Ostsee Aber es ist doch normal dass an der Ostsee dann auch Sand ist oder Also Sandstrand Was hier an Ostseeküste Moinsen BG Ich bin heute sehr mutwillig Aber ich muss trotzdem noch Hausaufgaben machen So viel Moinsen Ja dann mach ich schnell Hausaufgaben Und dann kommst du Stream gucken Musst deine Klappe machen Ah ja ich muss die Klappe wieder hoch machen Hast du recht So zack Dankeschön Landwirtzocker Ben grüße von Vesh Schönen guten Morgen zusammen Grüße euch allen hier drauf Hallo Cylon Grüße dich Ah Basti ist die Ostseeküste Habe gehört Der Nachbar ist bei sowas nicht so nett Doch der Nachbar hier ist sehr nett Der bringt sogar immer Kaffee raus Wir fragen zwar immer ob wir nicht irgendwie Ein alkoholfreies Radlau oder so haben können Oder ein alkoholfreies Weizen Aber er will immer nur Kaffee Fita Moinsen Grüße dich Vorsicht Also wer Drehschwimmeln fährt Hat es jetzt richtig gut gleich Ich zeige euch das gleich nochmal Hallo Ben Äh Noah Du kannst auf der PS4 auch Mods herunterladen Aber es sind Äh Crossplay Mods Ah Floks perfekt Hausaufgaben Das war früher was Das war früher was Hausaufgaben machen Helle Leute Helle pur Sehr geil Michel Moment mal Ich sitze am PC Schaue dir zu Und sehe die Nordsee Wohnst du an der Nordsee? Leer macht immer Platz für voll Das ist richtig Faunus Leer muss immer Platz für voll machen Deswegen haben wir hier an der BGA Auch die Verkehrsschilder zum Beispiel aufgestellt Dass halt voll zuerst fahren darf Guckt hier Wir haben Vorfahrt Wir sind voll Und die die in der BGA drin sind Die müssen halt warten Weil sie ja automatisch leer sind Deswegen das ist richtig Ja Das ist wie Ähm Bergab Muss bergauf immer Platz machen In real life jetzt Egal was es da ist Es ist meistens so in diesen Bergstraßen Dass Ähm Der der Berg hoch fährt Vorfahrt hat Weil Im Berg anfahren Ist schwieriger Wie einfach Bergab rollen lassen Ne Ich mach die später erst noch Stream gucken So viel Denk dran Schule geht vor Aber vielen Dank So Ich glaub der Herbert Hat nichts mehr zu tun hier Wenn ich das so sehe Ja Ja gut Wir sind halt jetzt auch Sehr weit weg Mussten jetzt kurz Ähm Mussten jetzt auch kurz Auf ähm Unsere Mitarbeiter warten Die den Hexler fahren Ne Auf der 30 Chaos Pool Das ist normal Das kriegen die halt Nicht so gebacken Was ich mir aber Eher mal überlegen muss Ist Was füllen wir hier nach Oder wir Ja was machen wir Jetzt eigentlich Ich mach einfach das andere Silo Dann heimlich leer Ne Hat dann keiner gesehen Hallo Andi Grüß dich Kannst du den Case Puma unternehmen Ich kann nicht join Nein Isabel Warum Es ist ein Mod Hub Case Den kannst du dir einfach Mod Hub herunterladen Bailey Moin Grüße dich Schön dass du da bist Kann auch sein Dass die jetzt alle Auf Feld 30 sind Oh ja Es sind sehr viele Auf Feld 30 Äh Sind denn die Hexler belegt Sind alle drei Hexler Unterwegs Ich hoffe es doch ne Hallo Andi Moins Servus Grüß dich Schön dass du da bist So das eine Verkehrsschild Ist schon wieder verrutscht Ich weiß echt nicht Warum die da so oft Gegenfahren Die stehen eigentlich Muss ich sagen Das muss so rum Die Schilder Muss ich sagen Stehen eigentlich Ich finde sie Sie stehen sehr gut hier Aber Warum das jetzt zum Beispiel Wieder so rum steht Ich hab keine Ahnung Ja manchmal hab ich halt Bedenken Dass es vielleicht zu nah Am Straßenrand steht Aber das ist kein Problem So Und stelle ich die jetzt Einfach mal so So Daniel mir geht's gut Wie geht's dir Schön dass du da bist Jetzt wir kommen Livestream So Keine Warnwärts Ja Entschuldigung Herbert Schande über mein Haupt Mann hat auch keine an Guck mal ey Wieso steht das Schild Jetzt hier Was machen die Das Schild steht eigentlich Da hinten Das ist nämlich das Schild Nur geradeaus fahren Was haben die gemacht Oh mein Gott Entschuldigung Heieiei Weißt du Das Schild steht eigentlich Hier Ich weiß echt nicht Warum die immer Gegen die Schilder fahren Wie schaffen die das eigentlich Das einzige Schild Was jedes Mal überlebt Ist das Einbahnstraßen Schild Hast du schon von der neuen Seitenkonsole gehört Mit Touch Ja klar Mit der Touchfolie Klar Ist mein Partner Ich helfe ihm ja Oder ich hab ihm mal Bei der PS4 Oder bei der Konsolenseitenkonsole Geholfen Aber ja Die kann ganz geil werden Was ich schade finde Ist dass die nicht beleuchtet ist Das wäre vielleicht schon Ein geiles Highlight gewesen Wenn die kleinen LEDs beleuchtet wären Aber ansonsten Ist die schon geil Ja Stotti Moinsen Grüße nach Börde Ich liebe diesen Fans 942 Geil ne Deswegen mach ich keinen Server Mehr Chaos pur Er kommt ja nicht mal mehr zocken Hallo Philipp Moinsen Achso Wechsel ne Wechsel 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 Alle außer Sascha Ich muss gucken Dass ich den Sascha drin lasse Mit seiner White Card Äh Da Sascha Xbox Spieler Er hat es endlich mal geschafft hier Er hat es endlich mal Auf den Server geschafft So Freunde Dankeschön an all die Die mitgebracht haben Wir machen einen fetten Großen Wechsel Joint alle rein Wenn ihr Bock habt 13 Leute können joinen Also das kann jetzt so gut werden Ne LS macht mir gar keinen Spaß mehr Du spielst jetzt viel Need for Speed Du spielst ein neues Need for Speed Ne Hast du das Hallo Pilot Hallo Philipp Moinsen Agra Ben Einen wunderschönen guten Morgen Schön dass du da bist Vielen Dank 637 Leute Weiter geht's Ich liebe den Fan TMS 39 Fan TMS 9 Das ist doch Wart mal Den hab ich glaube ich sogar hier auf dem Server Ist das nicht der mit der großen Schnauze vorne Moment Ne der ist bei Großtraktoren Ist das nicht der hier Wart mal Der Ja ne Der hier ne Den haben wir glaube ich sogar Ja Einer im Besitz Cattleway Einen wunderschönen guten Morgen Schön dass du da bist Willkommen live stream Ja Der hat auf jeden Fall was Ist ein sehr schöner Traktor Muss ich sagen So ich fahre mal langsam wieder zurück Leute Ich zeig euch jetzt diese verdammt enge Stelle wieder Ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer Ähm Sodass jeder joinen kann Jakob Dankeschön fürs Abo Ihr müsst mal hier richtig eskalieren Leute Der Waldmeister Moin Äh Ja klar Chaos Crew Franzen Soll einer mit dem Mit dem Häcksler auf das andere Feld fahren Ich wollte ja auch nur zwei Häcksler haben Dann fährt bitte Der dritte Häcksler bitte zu Feld 31 rüberfahren Ja Tyside Productions Moinsen Grüße dich Ich fahre jetzt extra was langsamer Ich hab nicht keine Lust da gleich in dem Chaos anzukommen Die müssen ja jetzt erstmal wieder alle rein joinen Jens Ausrufezeichen mitspielen Wie kann man joinen Tristan Ausrufezeichen mitspielen Ich hab einen Fendt 39 als Spielzeug So elektrisch oder was Also zum fahren Ich spiele gerade LS22 Ich sehe den Streamband Genau richtig so Das waren sehr viele Die schauen sich den Livestream an Und spielen nebenbei auch noch LS Und wer da natürlich dann Bock hat Kann auch gerne auf den Server kommen Also das neue Need for Speed ist echt nice Nur dass langsam Updates kommen könnten Ist ja ein paar Fehler im Spiel oder was Klar Simon Du kannst auch in die BGA Es sollte kein Problem sein Elektrisch Ne und nicht von Siku Das ist geil Hab ich mir auf YouTube schon so viele Videos zu angeguckt Es gibt ja so ein paar YouTube Kanäle Die diese Diese kleinen Modelle immer testen Und so ne Und dann auch so ein Pistenbully im Schnee Und so Also schon geil Hallo Zocker Bro Moin Grüße dich Bodobo auch wieder mit dabei Hier vorne sehe ich schon einen Traktor im Graben Ich spiele gerade LS Dana Sehr geil Hier vorne sehe ich schon einen Traktor im Graben Oh ich glaube hier hat es geknallt Hei 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 Hast du die neuen Tasten von Seitenkonsole Ja klar Leo Klar Oh Ja Das sieht gut aus hier Das sieht gut aus Oh 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 Was ist denn hier passiert Der hängt ja Der hängt ja sogar auf dem Zaun drauf Könnt ihr den mal bitte befreien Seid ihr so nett Wie lange geht es so noch Open End Content Updates meint Die Story ist relativ schnell durch Und außer ein paar Sammlung kannst Wenig Mann und Online ist auch Moment mal Ich dachte die Story wäre voll lange Da waren noch YouTuber Die haben da über 100 Stunden dran gespielt oder Es gibt auch Leute Die haben einen Mähweg und einen Dreckhals gespielt Und die mähen damit den Rasen Ja habe ich auch schon gesehen Es gibt sogar Leute die haben so So einen Häcksler und so ne Pierre Weil dir wahrscheinlich die Mods fehlen oder Hallo PG Klaas John Deere Hättest du kommen Ist das Mais Das ist Mais Ja Ja natürlich Nick Auch die Xbox kann mitspielen Xbox Playstation PC und Mac Ja Franz Sag mir die Namen Und die schmeiße ich direkt alle raus Kein Problem Wenn die Franz Wenn die wirklich so querfeld einfahren Und damit was kaputt machen Oder über Gras fahren Wo gar keine Straße ist Sag mir die Namen Ich schmeiße die raus Nur noch 109 Leute 160 Abos nur noch Das ist der Wahnsinn Mit gut JCB Ja klar Aber jetzt gerade In der Ich glaube engsten Stelle Die es hier auf der Map gibt Wir müssen hier rein Es ist meine zweite Tour hier rein Und ist Chaos pur hier Okay Luis Dankeschön fürs Zuschauen Hallo Len Moin Das ist Wahnsinn Weißt du wie man die Hofbank runterhält Ja auf externen Seiten Kannst du die runterladen Kommt drauf an Ich hatte ihn glaube ich Innerhalb von anderthalb Wochen durch Obwohl ich arbeite Und so weiter Also vielleicht eine Stunde Und am Tag wenn überhaupt Okay das ist echt nicht so viel Ich hätte gedacht die Story wäre voll riesig Das ist so krass hier David Guten Tag Herzlich Willkommen Schön dass du da bist Nein Das ist doch gerade das geile AMLS Das hier macht mir gerade so viel Spaß Wir haben auch gerade hier alle geparkt Und haben auf unsere Hexer gewartet Und haben einen Kaffee getrunken Mal die Angel reingehalten Ein Fisch hat leider nicht angebissen Aber Ist mit das geilste Feld Was wir hier haben Klar ihr könnt auch von da unten links fahren Gar kein Problem Aber es ist langweilig Gerade hier oben Das ist richtig geil Hier zu fahren Oh hier ist aber wieder viel stehen geblieben Ich glaube hier müssen sie aber nochmal nachlegen Hier ist eine ganze Reihe stehen geblieben Hei 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 Moin David Grüße dich Was ist dein Lieblingsfahrzeug im LS22 John Deere und Klaas David Dankeschön fürs Abo Hier steht noch eine ganze Reihe Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal nachlegen Die Reihe muss noch weggekselt werden Keine DLCs Michel Nein Du musst kein Geld ausgeben Um hier mitzuspielen So Sind jetzt Ah da hinten ist der andere Hexer Ich wollte gerade sagen Sind jetzt beide Hexler vom Feld runter Leute Fahren mal bitte ein paar Abfahrer zu Feld 31 rüber Dankeschön Aber bitte nicht über die Acker Sondern schon die Straßen nutzen Seit wann kann PS4 Xbox und Playstation Äh und PC zusammenspielen Äh Wheelskipper Seit dem LS22 Also der neue Teil hier Den es ja seit November Ähm 21 gibt Hat Crossplay Ja Was hast du für eine Grafik Hat Lenny Ich habe eine RTX 2070 Super Der Waldmeister Ausrufezeichen Server Mit 50 übers Feld Ja Moment Wenn es gerade ist Geht das Solange es gerade ist Ne Dann geht das schon Du musst halt Innerhalb von einer Spielwoche Dein Auto auf einer bestimmten Leistungsstufe Tune um Geld sammeln Dann am Samstag im Spiel Hast du drei große Rennen Die du gewinnen musst Also Real life Samstag Hallo Patrick Warum ist der Franz jetzt auch noch dabei Franz ist Wildcard Markus Franz ist Kanalmitglied Landwirt Und hat für heute Seine Wildcard eingelöst Moin Moin Rune Ich grüße dich Hast du einen Shader Äh Grafikkarten Shader Ja Die RTX macht es möglich HP Train Sehr geil Mattreich Moinsen Karl Einen wunderschönen Ach nein im Spiel Achso Entschuldigung Da hast du so drei Rennen An einem Samstag Okay Und die Die musst du gewinnen Dann kriegst du gut Geld Also ich glaube Es ist das Problem Das Hauptproblem ist Geld machen Ne Autos gibt es ja mehr als genug Du hast da ja Du möchtest du fahren Franz Okay die lange Du hast da ja mehr als genug Ähm Mehr als genug Fahrzeuge zur Auswahl Wolfgang Moin Grüße dich Ich hab mir das schon oft angeguckt So ist es nicht Daniel Aber Mich 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 reizt einfach diese Comic Grafik nicht Das Problem ist Du schadest damit dem Boden Wenn du so rast Achso Also in real life Würde man mit 50 kmh Wenn man hier übers Feld fährt Dem Boden schaden Echt Okay NRW Das ist die Ostseeküste Ja ist verdammt Was ich halt schade finde Dann viel zu wenig Ne Moment mal Ist überhaupt Audi dabei Ne ne Audi fehlt mir Ich bin großer Audi Fan Fabrizio Moin Doch Ridskipper Playstation Plus brauchst du leider Du brauchst Playstation Plus Oder Xbox Live Um online zu spielen Das ist nach wie vor gesetzt Nevio Daniel und ich Wir quatschen gerade über Need for Speed Unbound Ich finde die Comic Effekte Echt gelungen Gibt kein Audi mehr Gar kein Audi mehr Boah Puh Die Comic Effekte Ja es sind Geschmackssache Sag ich es mal so Ich bin schon wieder voll Leute könnt ihr bitte noch den Johnny befreien Das wäre sehr nett Ja das stimmt Da schädigt man den Boden gerade an Gewässern Okay Okay also nicht zu schnell In real life über die Felder fahren Schon wieder was gelernt Feuerwehr Sven Guten Morgen Jeder Audi fährt ein Audi Ist das so Karl fährst du auch Audi Ja ne Also ich fahr keinen Aber es sind halt schöne Autos Sind halt wirklich schöne Autos Euch auf die Felder auf Das ist ganz ganz viel Leute Ihr müsst euch aufteilen Unbound hat mir nicht so gefallen Durchgeführt wird jetzt wieder verkauft Echt Oh Master of Terror Okay durchgespielt Und jetzt wieder weg damit Okay Ich glaube der Multiplayer Ist gleich geblieben Wie zum Vorgängermodell Früher war halt nur S5 Sportback Und vielleicht ein R8 Und das war's Genau Und das Ich finde das schade Hat Audi keine Lust da drauf Ich weiß es nicht Servus Yannick Moinsen Wann ist wieder Wechsel So Viertel nach Elf Ungefähr Nagelt mich nicht drauf fest Ich fahre ein Audi S3 Oh schönes Auto Jetzt das ganz neue Modell Also wirklich das ganz ganz neue Das ist ein schönes Audi S3 Ja Kann man LS durchspielen Nein Sophie Also In dem Sinne rein theoretisch nicht Der LS hat Ich häng fest Das ist zu eng Der LS hat in dem Sinne Keine Karriere Schönes Auto Nimm jetzt Sehr schönes Auto In grün Welche Farbe hast du Es gibt doch dieses Kamali grün glaube ich Heißt das ne So Moment Ne das ist verdammt eng hier Ich will halt dem Nachbarn Seine Hecke nicht kaputt machen Dann kriegt er wieder Ärger Guck mal der Geier hat schon wieder Aus seinem Fenster raus Da guck mal da steht er schon wieder Und ist am Geiern hier Ja 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 Jedes Mal ist er am Rumgeiern Ja das ist eigentlich ganz nett Aber er geiert halt gerne ne Genau LS ist Genau Ist ein Sandboxspiel Also es gibt im LS22 War ich kurz noch am erzählen Es gibt im LS22 In dem Sinne Keine Karriere Also du kannst jetzt nicht Bei null anfangen Und dann musst du Einzelne Missionen Und so erfüllen Und Trecker von A nach B Und dann machst du bitte Das und das Sondern es ist Sandkastenmodus Das heißt du startest Eine Map Und erwirtschaftest dir Dein Geld Und kaufst dir was du willst Kaufst Felder Baust Höfe Und kannst eigentlich Ganz ganz groß werden In dem Sinne Wäre es durchgespielt Glaube ich Wenn ihr 5 Millionen auf dem Konto habt 1000 Kühe 1000 Schweine 1000 Schafe 1000 Hühner Und eigentlich alles an Maschinen Dann ist es rein Politisch durchgespielt Schwarzmatt Sehr schön jetzt Cool Matte Farbe Ja Nachteil Was Man kann nicht nach Nachmatten Wie sagt man dazu Einmal matt Immer matt Wenn es hochglanz wird Kann es nicht mehr matt sein Weißt du wie ich meine Wenn du zum Beispiel Wenn du Wenn du bei einem Hochglanzauto Einen kleinen Steinschlag hast Da gehst du mit Politur drüber Ist das Ding weg Oder ein Kratzer Wenn du mattlack Einen Kratzer hast Hast du echt ein Problem Warte Ruf die Gärtner an Sie müssen deine Hecke neu pflanzen Naja Machen wir später Ne der bewundert Deinen Fanschlepper Ja das würde ich in seinem Zuge auch machen Hier ne Ist das nicht schön Es ist ein geiles Teil Oh oh Mookie Bar kommt Ich muss Gas geben Was ist deine Lieblingsmarke John Deere und Klaas Überfährt er noch Fast die Tiere Aber auch nur fast Genau Polieren Keine Chance Ne Oder ist er foliert Jetzt hast du foliert Dankeschön Leute 850 Es sind nur noch 150 Leute Ihr seid der Wahnsinn Vielen Vielen Dank Für euren Support Äh LPTray einfach nochmal posten Ich finde deinen Anhänger zu klein Ey ich finde den genau richtig Ich bin immer so der Meinung Der Anhänger darf in der Höhe Ein klein bisschen höher sein Als der Traktor selber Der Mookie Bear Franz Der ist doch hinter mir Der fährt doch gerade hinter mir Ne ist mattlackiert Oh Okay Also da musst du echt aufpassen Ne Weil das ist der Nachteil Leute Mattlack Schön und gut Sieht richtig geil aus Aber keine Chance Wenn ihr einen Kratzer habt Ihr könnt ihr nicht Ihr könnt ja einen Kratzer Nicht einfach wegpolieren Weil es wird ja dann Hochglanz Aber ist schon geil Wann streamst du noch Butter Das ist unterschiedlich YouTube ist mein Hobby Magic Map Markus Das ist die Ostseeküste Der Trecker würde auch Einen Vierachser ziehen Ja Aber mit dem Vierachser Hier fahren Post Mahlzeit Mattgrün oder mattblau Sieht auch echt top aus Mattblau So ein Babyblau ne Ja Meint ihr echt Der Hänger könnte Ja aber Leute Dann könntet ihr das vergessen Dann wäre vorbei Mit Mit fahren Vor allem in dieser engen Straße Da Da würde ich niemals rauskommen Da würde ich glaube ich So niemals rauskommen Also so So sehe ich das Ich gucke gleich mal Auf offener Straße Wie es aussieht Aber ich glaube Das wäre sehr schwierig Also hinter Neuner Tridim Aber kein Tandem Tridim Was ist denn ein Tridim Ich finde halt den Fliegel so schön Das ist für mich ein absoluter Mein Oder mit einer Der absoluten Lieblingshänger Dreiachser Krone Ja So verschwindest du aber Deine Leistung Der macht dann Mit dem Sprit Hallo Alexander Guten Morgen Grüße dich Schön dass du da bist Dankeschön fürs Einschalten Schön dass ihr immer noch alle da seid Wir gucken mal kurz Also der Fliegel Der Fliegel Der ist natürlich auch geil Ne Aber naja Mit 50 Kubik Ja ne So Moment Wo ist mein Anhänger Wo ist der Fliegel Moment 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 Der ist ja irgendwo hier vorne Da So der hat 40 Kubik Ja also 40 Kubik Kaweku Tridim Das müsste doch hier Mod Anhänger Der hier ne Du meinst den Radium 40 Kubik hat der Also dann sind die ja hier alle zu klein 38 Kubik zu klein 26 zu Silber Moinsen zu klein Zu klein Zu klein Auch alle zu klein Auch zu klein Hier 24 Kubik 37 Kubik So und hier kommen wir jetzt an die Großen 38,5 47 Und 52 Finde ich zu groß Dreiachser Finde ich Für mich Ne Regnet es bei dir Ähm Ne Bei mir ist wechselhaft Hallo Prof Train Guten Morgen Den Tridim Kaweku Tridim Moment Wo haben wir den denn Das ist der Radium Habe ich den überhaupt Habe ich den überhaupt mit drin Muss ja einer sein der hier auf dem Server ist Also wir können gerne mal einen Hänger wechseln Ich hab da gar kein Problem mit Den anderen kann da gerne wer anders mitnehmen Hat auch 260 Kubik Geht ganz gut das Teil Ja S3 Ähm Also was hast du den Limousine Oder hier Äh Äh Kurzeck Da warst du doch gerade Der heißt Radium Guten Morgen Paul Grüße dich Also ich find den hier ganz cool Mit 47 Oder Radium 260 Näh Vergiss es Ich fahr kein Dreiachser Näh 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 Wir gucken mal den hier Ich muss die aber mal nebeneinander stellen Das hat auch ein bisschen was mit Optik zu tun Ähm Ich find halt den Fliegel Optik sehr schön Ne Was hat das eigentlich Was hat das eigentlich zu bedeuten Kann man hier Werbung drauf machen Tridim bedeutet dass er drei Achsen hat Achso Ja Zuckerberg für dich meinetwegen aber nicht für mich Was hat das hier Kann man hier Werbung drauf kleben Also jetzt geht hier gar nichts Aber das ist halt Design Da kann man bestimmt seine eigene Werbung drauf machen Hier Pete Jocko Paul Ja die Konfiguration lassen Ähm Die Konfiguration lassen zu wünschen übrig Ne Was haben wir denn hier noch Der hätte jetzt 47 Kubik Gut wir hätten noch Joss Skin Aber auch hier schon als Dreiachser Die Zweiachser haben nur bis 34 32 38 50 Ah 44 Ist aber Klaas Wie gesagt Ich muss ja zum Vergleich zu dem Fliegel mit 40 Hier könnt ihr ihre Werbung gestehen Hahaha Jaja Genau so Lass uns mal kurz gucken So BKT mit drei Treifen Ich mach ohne das Design Moin Marv Grüß dich Ja gut geschlafen Ich hoffe du natürlich auch So mach ich den jetzt in orange Oder in so einem grünen Ton Ich mach den in so einem grünen Ton So da geht ja nur weiß Und dann machen wir jetzt Warte mal Leute 854 Abos Für euch mach ich genau dieses Kennzeichen drauf Ich kauf den einfach mal Und gucken wir gleich mal Am Shop an Wir schauen einfach gleich mal So Boah Ja LPC Rain Da schaue ich mir dann mal an Von der Lakima könnte es auch ein Glashanger sein Ja Ah guck mal Mathis zeigt mir schon Wo er den Anhänger hin haben will Kein Problem Mathis Mach ich Gerne gerne Fellow Hallo Moin Grüße dich Sportback Oh schön 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 mit dem abgeflachten Heck Ich finde den Sportback schöner als den originalen Das ist ein sehr schönes Auto Nils war aus gutem Geschmack Es läuft bei dir würde ich sagen Kann sich wahrscheinlich nicht jeder leisten So ich habe anscheinend schon wieder ein bisschen Stau in der BGA vorgesagt Wo ich mein stehen Wir fahren jetzt mal rüber zum Shop Und schauen uns mal Den Anhänger an Überlade Nee Dunkler Überladewagen Entschuldigung Marlon Kann ich aber leider nichts für Lässt mich raus Oh das ist aber nett von dir Danke danke LP Marlon danke Passt So Geht jetzt Musst du warten bis ich joinen kann Alles klar jetzt perfekt Bis gestern auf 4 Uhr war beim Zapfenstreich Wir haben unseren Verwaltungschefen verabschieden Und das Beste ist Sie wusste von nichts Ah das ist sehr schön War bestimmt eine schöne Überraschung Milan das ist die Ostseeküste Klaas Cargos und Fliege ist eh das gleiche Für uns ist alles das gleiche Ja deswegen Nils Gut pflegen Immer Hand Vor allem Nils Lass mich raten Du fährst mit deinem Auto nie in die Waschstraße Leute wenn ihr ein mattes Auto habt Fahrt nicht in die Waschstraße Ich habe das überall im Netz gelesen Ein mattes Auto Schön und gut Aber Waschstraßen machen alles kaputt Weil ihr könnt es halt nicht polieren Wann fährst du extra lebe Weiß ich noch nicht Schauen wir mal So war hier der Shop Ist das der Shop Ja das ist der Shop Ne das ist nicht der Shop Doch das ist der Shop oder René Dankeschön fürs Abo Doch das ist der Shop So Jetzt schaue ich mal Oh Oh die Handwasch Hier hast du bestimmt so ein Aufkleber drauf Ne Gibt es da so einen geilen Aufkleber für So Okay also von der Ja er ist leicht höher Vielleicht so 10 cm höher Aber halt ein ganzes Stückchen länger Okay ich weiß was ihr meint Man sieht schon einen krassen Unterschied Vier Urkost Achso Urköstritzer Entschuldigung Jetzt habe ich das verstanden Okay So Dann stelle ich den mal hier in die Halle Also wenn ihr wollt Ihr dürft euch den Anhänger sehr gerne holen Tut mir nur den Gefallen Packt dann den Anhänger Den ihr dabei habt Auch hier in die Halle rein Dass wir die jetzt hier nicht auf der Auf der Map rumfliegen haben Die Anhänger Und dann dürft ihr euch gerne den Fliegel holen Also da habe ich jetzt Kein Problem mit Leute Das ist euch frei überlassen 45.000 Oh das ist schon Aber nicht neu oder So Finde den gut Aber hätte den in Orange genommen In Orange Oh Ah jetzt habe ich das Gewicht abgehangen Ah Das ist auch geil Wenn man falsch auswählt Jetzt habe ich das Gewicht abgehangen Anstatt So Du hättest den in Orange genommen Echt Ich glaube ich nehme den in den Grün So Da steht ja eine Lampe Wer hat die Lampe dahin gestellt Ja ich muss sagen Der Trigger Ist auch komisch gesetzt Hier zum Anhängen Sehr schlimm hier So Die meisten Waschstraßen Haben alle Lacke Man muss lange suchen Für eine vernünftige Waschstraße Und besser etwas mehr ausgeben Ja und vielleicht mal gucken Ob irgendwo eine neue gebaut wurde Okay ihr habt schon recht Er ist jetzt ein bisschen höher Er hat glaube ich auch Hat der auch eine Hexe Ja hat auch eine Hexeklappe Landwirtschaft in NRW Guten Morgen Ja ich finde den gut so Cooler Lenny Dankeschön auch für dein Abo Herzlich Willkommen Ihr seid der Wahnsinn Leute Vielen 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 Dank Für all die Die hier ein Abo reinballern Das sieht sehr gut aus Leute Das wird vielleicht Heute in diesem XXL Guten Morgen Stream wirklich Die 50.000 Abos schaffen Da muss ich mir echt Was mit dem 50k Special überlegen Kann man das Seil Auf dem Gewicht Eigentlich irgendwo dran hängen Also abmachen Ne leider nicht so viel Das ist rein optisch Aber allein schon Die Optik ist schön Sieht einfach nach mehr aus Aber du kannst jetzt leider Nicht hingehen An das Seil gehen Und Knopf drücken Das nehmen Und dann wie Wie ein Abschleppseil Irgendwo dran hängen Das geht leider nicht Warum streamst du nicht auf Twitch Jackie Weil ich Twitch nicht brauche Also ich habe zwar Ein Twitch Kanal Aber Nö Lindner Open End Live Stream Für meinen Geschmack Passt das nicht Ah 1-2 Alles gut Äh TJBV Moinsen Echt du hast vergessen Zu liken LP Train Fan Schäm dich Jo bin unterwegs Sascha Achso 31 Ne da bin ich Gerade nicht unterwegs Ich stehe jetzt hier oben Muss jetzt warten Bis der René draußen ist Gamer Pastro Moinsen Hallo Martin Gib ihm 48 Stunden Stream Ja das schaffe ich leider nicht Das macht mein Mein Körper leider nicht Nicht mit Das wäre halt geil Ne Wenn jemand irgendwo Festhängt Und man ihn dann rausziehen Müsste Ja Das geht schon Es gibt ja so Abschleppstangen Ostsee Pastro Like ist da Dankeschön 716 Däumels So wir müssen kurz warten Der René und der Max Die müssen sich jetzt erstmal Da rausquetschen Ich würde ja auch gern Zu dir kommen Sascha Warte mal Wie kommt man denn zu dir Fährt man da über die 44 Sascha Kann das sein Dass ich da über die 44 Fahren muss Meister Hast du schon mitbekommen Dass es mittlerweile auch Blaulichtmods für die Konsole gibt Meister Habe ich mitbekommen TJB Farmer Ja aber Unnötig Meine Meinung Also ich brauche sie nicht Kommt da jetzt noch einer Jetzt kann ich fahren Ja Weiß ich das Okay Sascha Da muss ich mal gucken Was hast du denn Matthias Die Ostseeküste Eine wirklich sehr schöne Map Und Wir sind momentan An dem schwierigsten Feldzugang Den es hier auf dieser Map gibt Vor allem wenn ich jetzt Einen größeren Anhänger Hier wegen der Community Fahren muss Sehr geil Vlogs Sehr geil Ich fände ja persönlich Es ist ein Landwirtschaftssimulator Und kein Feuerwehrsimulator So sehe ich das Deswegen bin ich der Meinung Unnötig Also ich brauche sie nicht Diese sogenannten Feuerwehrmods Klar für Roleplay als Konsolenspieler Geile Kiste Aber jetzt so in Real Life Spielen Ich brauche es nicht Gibt es die Map auch für die Konsole Klar Matthias Wir spielen ja gerade mit Crossplay Selbst die Steier die ich nicht mag Sehen mit der Grafik geil aus Mit welcher jetzt Meine Meinung Deiner Meinung schließe ich mich an Das ganze Theater Bezüglich der Lizenz In den letzten Jahren Kann ich nur Aber nicht mehr nachvollziehen Ja Das ist genauso wie Wann kommt der MB-Trag Für Konsole Ich brauche MB-Trag Ja Mercedes halt Ne Das ist leider so Vlogs Habe ich schon gelesen Ja Wir haben 500 Zuschauer Wir haben 500 Zuschauer Vielen Dank Und herzlich willkommen Wie lange bist du heute live Landwirtschaft in der W Open End Keine Ahnung Bis meine Frau Irgendwann nach Hause kommt Luca Dankeschön fürs Abo Weiter geht's hier Die Jukebox die läuft auf jeden Fall Bin ich sehr stolz drauf Vielen vielen Dank für euren Support Und natürlich auch Dankeschön für den heutigen Kanal Support Wenn ihr Bock habt Kanal Mitglied zu werden Schaut mal Unter dem Video gibt es einen Button Da steht drauf Mitglied werden Ab 99 Cent pro Monat Wäre ein Kanal Support schon möglich Ich würde mich sehr 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 drüber freuen Vielen Dank an all die Die es tun MB-Trag würde ich liebend gerne auf Konsole haben Ich weiß Ich früher auch Dann habe ich gedacht so Ja komm ich spiele jetzt einfach PC Dann habe ich meinen MB-Trag Ja Sachsen Agrar Moinsen Manuela Herzlich willkommen Schön dass du da bist Ich nagel dich jetzt genau auf 11.15 Uhr fest Dann könnte es aber sein Dass der Daniel dich genau auf 300 Sekunden festnagelt Ein 8.24 Ein 8.28 Der Rest sind 7.24 Schöne Traktoren auf jeden Fall Flox Hallo Markus Domio hat sich was im Spielchat gefragt Oh Entschuldigung Moment Domio Wollen wir tauschen Ne Noch nicht Erstmal muss ich noch ein bisschen abfahren hier Wie gut dass das nicht geht Äh Doch Hallo Leon Guten Morgen Schön dass du da bist Ich fahre heute zum Friedhof zu meinem Bruder Okay Einsatzfahren Alice Mach das Alles Gute Ne geht leider nicht Kannst nur du Kann nur ich Ah noch besser Oh Entschuldigung Was ist denn jetzt Was ist denn jetzt hier Hä Was macht der Weiter Geradeaus Die Map Oste gibt es auf Konsole Genau Patrick spielt Genau Thomas So sieht es aus Wir spielen heute mit Crossplay Guten Morgen Thomas Bist du schon lange da Wir spielen mit Crossplay Ihr habt alle die Möglichkeit mitzuspielen Raphael Servus BZ hat Bruce King Karma Achso Bald gibt es bei mir auch ein GPS häxeln Ne Also ganz pflanzen silage Nicht GPS Wird automatisch fahren Medien Technik Dankeschön fürs Abo Abfahrer fühle ich auch mehr Keine Ahnung Vor allem bei so schmalen Straßen Ja da Weiß ich nicht Dann macht das einfach mega viel Spaß Abfahrer zu sein Wenn du so verdammt enge Straßen hast Wo du mitdenken musst Und so Das macht mir mehr Spaß Als dann Hexer zu fahren Ja Karma Du hast mich geärgert Und schon schlecht Karma zu Ivan Moin Grüße dich Schön dass du da bist Das Das ist leider so Karma Schleckt gerne mal zu Ja Jetzt Redet der PC Irgendwas Was ist denn mit dem Du hast immer Probleme Mit dem PC Ne Freu mich schon auf die Osterferen Ach die sind ja auch schon bald wieder Ne Flimmerkasten Ne Flimmerkasten Moinsen Grüße dich Schön dass du da bist Hättest du dich bekommen Ich hab grad einen Stream Guckt Der hat eine Raupe Für den 22 Gebautet Ne Ne Pistenraupe Also Moment mal Ne Pisten Ne Pistenraupe Also Womit man Mais schiebt Oder so ne So ne Planierraupe Aus nem Bergbau Hallo Agravidus Moin Bin am Gülleballern Mit unserem Fendt 39 Moin Bin am Maisballern Mit meinem Fendt 942 Äh Da Mio Alles ok Eben aus dem Bett gefahren Hab bis heute Morgen 5 Uhr American Football Geschaut Da sind Seit letzter Nacht Die Playoffs Ich hab um 1 Uhr Ausgemacht Ich hatte Thomas ich hatte um 1 Uhr Keine Kraft mehr Noch weiter zu gucken Ich hab dann auch Ausgemacht Weil vor allem Ich ja auch um 8 Uhr aufstehen musste Beziehungsweise Viertel vor 8 Um zu streamen Ne Genau Deswegen Real Skipper Die Pistenraupe Gibt es Real life Ne An der richtige Also so ne Raup Aus dem Bergbau Ok Aber was macht man damit Marc Ich bin auf Feld Nummer Äh 30 Ganz oben Links sind wir So ich hab ja grad Neuen Hänger gekauft Und fahr jetzt gleich Schon die erste Tour ab Also selbst der ist sehr schnell voll Geht halt mehr rein Jetzt ne GPS auf Hexler Nein Ne Ganz Pflanzen Also Leute Bei mir bald Bin ich zusammen mit Soccer Bro Und Moritz am vorbereiten Ein Ganz Pflanzen Silagen Häckseln GPS Häckseln Bei mir steht Dass du im Norden Angefangen hast Ja Sophie Aber ich stehe hier auf Waschen Anziehen Zähne putzen Mit dem Hund spazieren gehen Mein Hund füttern Ich was frühstücken PC hochfahren Server starten Deswegen muss ich Im Viertel vor 8 aufstehen Weil ich brauche Etwas mehr als eine Stunde Um alles vorzubereiten So ich hab gelernt Nicht mit 60 Übers Feld ballern Dann kommt die Face Game Luis bei mir Niemals Hallo Iweco Guten Morgen Ja du machst das Aber Moritz Macht für mich ein Bild Also du machst die Map Der Moritz Macht wie immer gern Ein Thumbnail Also ein Bild für mich Ist mal einer so nett Fährt den Klaas mal runter Zur BGA oder irgendwo In der Garage Wenn er nicht gebraucht wird Am besten zum Shop In die Garage Wäre sehr nett von euch Genauso Ich brauche halt ein bisschen Zeit Ich muss halt alles vorbereiten Sophie Das ist ja nicht einfach Aufstehen und an PC Das ist ja bei mir nicht so Game by Pro Herzlich Willkommen Schön dass du da bist So Freunde Noch die nächste Tour hier Jedes Mal wenn ich hier rausgehe Dann denke ich so Okay Aber es ist geil gemacht Sowas hier müsste es eigentlich Dann viel mehr Maps geben Ei Ja komm Ich bin zwar voll Aber Kommen sie rein Können sie raus gucken Kriegen wir hin Genau Ah da kommt noch einer Oh der René mit Pink Lady hier Der Klaas macht mich verrückt Nur vom Vorbeifahren Einfach nur weil der da so steht Ja schrecklich ne Komm lass mal den René auch noch René du musst viel weiter ausholen Hast du gestern Dschungelcamp geguckt? Ja ein bisschen Ein bisschen Ich will die Tiere nicht töten Die tötest du doch gar nicht Haben die nur drei Sterne geholt Fand ich schade Ich hätte ihr alle gegönnt Kann ich später mitmann Lukas? Das musst du mir sagen René Das wird so nix René du musst an mir rechts vorbei Gib ich nicht bekannt zu Ophi Tut mir leid René das Aha Der Junge ist nervös Yoshi Ostseeküste Wartet Wartet Dauert noch ein bisschen Er muss einfach nur hier rechts an mir vorbei René Rechts Ich fahr nochmal ein Stück zurück René Rechts Rechts Oh Oh Chang da komm ich nicht rum Ja 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 Ich bin Polarator Holt mich hier raus So schlimm Guck mal was hier los ist Da steht Max Da kommt Marlon Ey Ja man muss hier halt wirklich weit ausholen Leute Lenkung umstellen Ja Der JCB hat ja Allradlenkung Also alle vier Reifen gelenkt Er kann aber auf Vorderrad Und ich glaube sogar Hinterrad So Da komm ich nicht rum Meine lieben Freunde Da komm ich nicht rum Max Du musst am besten einmal dran vorbeifahren Ey jetzt wart doch mal du Affe Mann 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 Ey Du Dödel So Wir müssen ihm eine Urkunde ausstellen Nein So schlimm ist es jetzt nicht Aber guck mal selbst hier Chaos pur Chaos pur hier Pichoco Im Karton Gong 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 Keine Ahnung Zorro Man weiß ja nie Man weiß ja nie Was die Dinger so alles haben So Hat funktioniert So jetzt sind wir raus aus der Gefahrenzone Gott sei Dank Sehr gut Flashy gegen Viertel nach Elf Ungefähr Was ist das denn Das war ein Pichoco im Karton Den kennst du noch nicht Eieieiei Wieder zurück Ich weiß gar nicht Sechste Tour Siebte Tour Ich glaube siebte mittlerweile Mit der ich jetzt mittlerweile hier unterwegs bin Hab den Andel hinter mir Andel Andel Die Map hat was Muss sie auch bald mal weiterspielen Die ist auf jeden Fall richtig schön Also macht sehr viel Spaß hier auf der Map Hast du noch den Popcorn-Esser Äh der Popcorn-Esser war eigentlich eine Spende Aber nein habe ich nicht mehr Das war beinahe 1 Euro Spende Da ist jetzt ähm Was anderes Den habe ich weggenommen Leon wie immer kann jeder mitspielen So Junge kann mein PC mal schneller reparieren Ja wer weiß was du gemacht hast Geht der Fahrstuhl noch Fahr mal eben runter was du trinken holst Ja können wir hin Fahrstuhl küt So Guck mal die Schilder stehen auch noch GPS Lenkautomatik Nein GPS häckseln Ganz Pflanzensilage häckseln Das werden wir machen Nix GPS Lenkautomatik Wir werden hier bald Also nicht auf der Map Aber auf einer anderen Map Ein GPS häckseln veranstalten Ganz Pflanzensilage Ja Ich zeug gerade auf meiner Map mit 200 Stunden Jonas sehr geil welche ist das Gibt es diese Map auch für den 19er Äh Nein Sag mal Andel Wenn du nicht mal langsam Abstand hältst Ja jetzt hast du mich noch schön drauf geschoben Das ist Leute nicht so dicht auf fahren Immer schön Abstand halten Ihr verpasst schon nichts Nick Einfach mal dem Server beitreten wollen Dann wird dir angezeigt Welche Mods Du benötigst Ja ist das jetzt Mattis oder Muki Der da drin sitzt Ne Timo Timo Blinker So Timo hat nämlich noch einen Blinker an Wer den Vijoko Nicht kennt Ist nicht aktiv dabei So sieht es aus Vijoko im Karton Gibt es seit Sechs Jahren Die gute Leitplanke Ja er muss schon wieder 2000 Euro bezahlen Schon wieder 2000 Euro für eine neue Leitplanke Moin Bernhard Ich grüße dich Schön dass du da bist Willkommen Livestream Ich kenne dich auf YouTube Hattest du noch die 13.000 Ich Ich habe Leute die kennen mich Da hatte ich noch 100 Ja gut Doch 100 Doch Einer meiner ersten Moderatoren zum Beispiel Da hatte ich Knapp 1000 glaube ich Lumi Gleich Hi Black Whiter Herzlich Willkommen Schön dass du da bist So Gleich ist das Ding hier voll Ne Ich kenne Pijogger erst seit 2 oder 3 Monaten Und schon bis zur treue Abonnent So muss das sein Ich kenne dich vom 17er Das ist auch geil Franz was ist mit 28 Seid ihr fertig auf 30 Oh sie sind fertig auf 30 Jetzt fahren die mit diesen fetten Hexlern da wieder raus Und jetzt wollt ihr zu 28 fahren Warum denn zu 28 Ist die nicht schon längst fertig Ach da Stimmt Sascha macht 31 Sascha ich komme gleich zu dir Wo ist hier die Einfahrt Da ne Da ne Okay Also vor Nachfeld 44 Links Sascha ich komme gleich zu dir Kein Problem Tom ich danke dir Schön dass dir bei mir gefällt So muss das sein Was war Was weiß Was du meinst Das ist gut Flox Manche aber anscheinend nicht Ich dachte das ist ein grüner Steier Das hier Hä Es ist Fendt Lauchi sehr geil Vielen 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 Dank Leute Fast 900 sind Es ist unglaublich Ich hätte damit niemals gerecht Ich dachte so Ja gut komm XXL guten Morgen stream Es wird schon was los sein 2-300 Leute Das war aber hier an die 500 Leute sind Das ist Absolut der Wahnsinn Leute Danke danke Ach der Waldrad Der ist fies ne Durch die Farbe ist der echt fies Manche dachten sogar Es wäre ein Fant Wann kommt der Didi Server Lenni Ja dann wird dein Serverhaus Sichtbar meldet Sie melden sich einfach nicht Ich hab keine Ahnung Was da los ist Also das ist gar kein Kipper ne Das ist mit Schubboden ne Oh der hat Schubboden Oh Bin ich nicht so ein großer Fan von Ich liebe es eigentlich In die Hänger hochkippen Oh man Okay Viel Spaß mit Feld 5 Ich hab bei anderen schon das Feld 5 Mit drüben drauf abgeerntet Feld 5 Feld 5 Ach du heiliger Bim Bam Da fangen wir besser mit 3 Hexlern auf einmal Ne Ein Abschieber Okay Marlon komm du hast Vorfahrt Leon aus Ruzei Mitspielen Ich kenn dich seit dem 21.11.2021 Oh Äh Ein Ein Jahr Knapp ne Oh jetzt geht das hier Leute Was habt ihr mir hier angetan Mit diesem Anhänger Ergebe ich nicht bekannt Landwirtschaft Was habt ihr mir mit diesem Anhänger Nur angetan So ein Koloss hier fahren muss So Auf geht's zum Sascha Leute Feuerwehr Sascha hat's endlich mal Auf den Server geschafft Hallo Oliver Servus Grüß Gott Habe die Ehre Oschgatz und Schwab Alles klar So Danke Justus Er hätte eigentlich Vorfahrt gehabt Aber er hat mich rausgelassen Gucke dein Stream Muss mit meinem Kumpel Im LS22 340 Hektar Mais Aber Habt ihr euch was vorgenommen Hier 340 Hektar Das ist gute Arbeit Hallo Tobias Schön dass du da bist Willkommen im Livestream So noch hat meine Frau Nicht geschrieben Das ist immer gut Leute Solange sie nicht schreibt Geht's weiter Ne LS17 Das waren noch Zeiten Früher immer Ort Stream Ja da hab ich ja Meinen guten Morgen Stream an einem Sonntag Mit gestartet So wir haben's mal wieder So wir haben's mal wieder So mal schauen ob sich einer meldet Wir haben mal wieder Ein Profi Der sich hier anscheinend Ah Mucki Was du das Wir müssen dem Mucki mal hier raushelfen Ja hier ist natürlich jetzt Chaos Komm versuchen wir mal Mucki wir helfen dir mal Ist kein Problem Hallo Ja Bisschen Chaos hier Äh Mucki hat sich festgefahren Aber Er bleibt wenigstens stehen Leute ne Er bleibt wenigstens stehen Und wartet darauf Dass wir ihm helfen Und das äh Machen wir jetzt mal grad hier So ich hab ja hier Einen schönen Fan Der hat genug Power Ist gar kein Problem Leute Mal schauen ob wir das hier hinbekommen Naja Louis Auch das ist privat Ich komm aus Deutschland So Seht ihr Gar kein Problem Äh Ah Junge Frau Equatraktor Das wissen sie ne Mucki Mucki Nicht nochmal Ah Fährt der da fast nochmal drüber So Hätte ich dann fast noch die Fußgängerung gefahren Wieder mal die Leitbarken Ja Leit Leitplanken Die Leitplanken Ja die armen Planken ne Das wird immer teuer Hier Und dann hängt sich der Mucki da fast nochmal auf Guck mal selbst die Wildtiere fühlen sich hier wohl So Weiter geht's Sascha Ich bin unterwegs Ich komm aus der Landwirtschaft Sehr geil Leitplanken Monteure werden hier reich Auf jeden Fall Also Die Gemeinde freut sich hier ständig Ja Sag mal Was Was mäht der Mucki Was macht der Mucki da Ah Ich find's immer wieder lustig Wie du dich über den Computerverkehr aufregst Wieso Computerverkehr Das Das Oh Mucki Dein Ernst jetzt Boah Schrecklich Ich hab beim meisten schon oft Rehgulasch gemacht Weil du die Reh immer platt fährst Ne Ja René Das wird so nix So René So kann der Verkehr nicht fahren Ich weiß René Es war nicht dein Traktor Du möchtest es einfach nur auf Seite setzen Aber so So fährt kein Verkehr Florian Moin Grüße dich Schön dass du da bist Ich stell dir mal kurz auf Seite Kann es sein dass du mich freischalten musst Emmerich Nein Wieso Was sollte ich freischalten Ich fahr dir mal kurz Bitte den Fendt kurz Stehen lassen Ja Tut mir den Gefallen Ich fahr den schon rüber Bitte den Fendt stehen lassen Wenn ich bemerke dass einer den Fendt fährt Dann gibt's Kasala Lass den bitte stehen Ich fahr den hier nur kurz rüber zum Shop Der ist direkt hier vorne Und dann geht's auch direkt wieder weiter Alles muss Schäfe selber machen Ne So Zack Lauf, 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 lauf Hallo Lauf, 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 lauf So Guten Morgen Guten Morgen LS22 Playstation 4 Zocker Open End Livestream Schauen wir mal wie lange wir machen Zumindest so lange bis meine Frau nach Hause kommt Oder ich nicht mehr kann So Äh, Moment War das jetzt richtig? Nein, es war falsch, ne? Ah, ich muss noch viel, viel höher Ah, ich bin falsch Entschuldigung Intern Fuge, ich bin falsch Eieieiei Falsch abgebogen Oh Mann am Steuer, das wird teuer Ja, vor allem wenn man sich dreimal verfährt, ne? Ah Eieiei Oh Ja, ich helfe, ich habe gerade Wildunfall gehabt Wildunfall Was haben sie angefangen? Fisch Ja, geil Fisch Auch geil So So, jetzt bin ich richtig, ne? Genau Jetzt muss ich hier gleich links fahren Und dann bin ich da bei Sascha Okay Sehr gut Boah Da, man verfährt sich echt gut hier, ne? So Jetzt müssen wir hier rein Ist das richtig? Jawohl, das sieht gut aus Einmal mit Profis Echt, Sascha Also wirklich Was machst du denn den ganzen Tag? Guck mal, hier links ist ein Graben Da kann man reinfahren Wir haben abgenommen, das ist 15 Wechsel Johannes, es ist schön, dass ihr das abgemacht habt Mit mir zwar nicht, aber ist ja kein Problem Ich habe gesagt, gegen Viertel nach Johannes Und ich habe einfach den Grundsatz Je öfters ihr mich nach einem Wechsel fragt Desto länger dauert es Hat einfach was damit zu tun Es nervt Das ist nicht bös gemeint, Leute Aber ich glaube, ihr könnt das verstehen Wenn jeder hier fragt Wann ist Wechsel, 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 Wechsel Viertel nach, Viertel nach Hallo, Wechsel Hier, ich will auch Schmeiß mal einen raus Ja, nee Jeder bekommt die Chance Hier lang genug mitzuspielen Ich möchte dafür jeden fair halten Sonst kommt doch der eine an und sagt Ja, ich durfte jetzt nur 25 Minuten Morgen worfen der andere 35 Minuten Das ist der Hintergrund dahinter Tom, das ist die Ostseeküste Eine wirklich sehr schöne und anspruchsvolle Map So Ich muss sagen, du hast dich echt kein Stück geändert Ist das jetzt gut oder schlecht? Cedric, Dankeschön Was ist hier los? Hallo Hallo Rechts ist das Gas Die sind doch noch gar nicht voll Kann man auf der PS4 die einstellen für das Lenkrad ändern? Ich kann dort die Kamera nicht drehen Leider nicht, Oliver, nein Also ich glaube, eine Teilanpassung geht Aber sehr vieles geht leider nicht Ich muss auch nur Leuchten ausmachen Ja, Moin, Woon Herzlich willkommen Schön, dass du da bist So, Sound ist wieder weg Wahrscheinlich wieder zu viele Maschinen Es sind eigentlich nur vier Hm Guckt, Sound ist wieder weg Ich fahre E-Traktor Kennt ihr das schon? 777 Daumen, Leute Gut, bis kein Stück abgucken Dankeschön, Luis Danke, danke Vielen Dank Luis, das ist Es ist wirklich sehr nett von dir Danke Das rührt einen wieder zu einem Ja, man bemerkt selber, was man macht Lindner, Dankeschön Freue ich mich natürlich, dass es dir gefällt Also vielen, vielen Dank, Luis Das ist wirklich der Meinung bis hier Kein Stück verändert Bis immer noch der, 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 wo man warst Das ist ja eigentlich auch eigentlich mein Ziel, ne Ich will mich einfach auch nicht verändern Ich will halt auch der Mensch bleiben, der ich bin, ne Warum blinkt der? Wer blinkt? Wer ist am Blinken? Hier blinkt doch keiner Oder was meinst du mit Blinken? Der blinkt mal rechts, mal links Der hat den Treckerfahrer, der will Hallo sagen Ja, E-Tracker kenne ich, aber Ist aber unnötig, kauft doch keiner Ist nur Deko Gibt es Also doch, stimmt Es gibt E-Traktoren schon, ne Irgendwie bekomme ich es nicht hin Die Hofbergmauer runterzuladen Judith, wo lädst du sie denn herunter? Danke euch, schade Eigentlich echt nervig, dass man die Kamera nicht drehen kann Moment, jetzt muss ich mal fragen Oliver, was meinst du mit Du kannst die Kamera nicht drehen Du, du kannst dich doch mit dem Joystick umsehen Im, im, im Innenraum Oder was meinst du mit Kamera drehen? Die guten Morgen Streams verbessern den Tag So siehst du aus, Lindner Vielen Dank Schön, dass du da bist Fiete, Open End Livestream So, jetzt hat Treckerfahrer leider den Server verlassen Weiß ich jetzt auch nicht, was da passiert ist Er ist noch gerade gelobt, ne Er, 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 er grüßt mich Indem er links rechts blinkt Jetzt ist er vom Server runter Naja, okay Beim LS gibt es auch mehrere E-Traktoren Ähm, da gibt es diese E-Tele-Lader Aber gibt es auch E-Traktoren? Sind das, sind, warte mal Sind die kleinen E? Nee, oder? Ich muss gleich mal gucken Niklas, Moinsen, grüße dich Schön, dass du da bist Vielen Dank Ich muss, ich muss gleich mal gucken Guck mal Sascha Wenn Cheffi hier ist, hast du genug Abfahrer Dann kommen die alle mir hinterher gefahren, ne Janik, das ist die Ostseeküste Eine wunderschöne Map Macht sehr, sehr viel Spaß hier drauf zu häckseln Und sie kann sich auf jeden Fall sehen lassen Ich muss sagen, bis jetzt Absolutes, äh, Highlight hier heute Dieser extrem engen Felder hier, ne Na sicher gibt es eh Trecker Ja, gibt es, okay Ich muss gleich mal gucken Ich habe gerade gesehen, dass ich eine alte Version gedownert habe Hab die 1.0.0 Und es gibt ja schon die 1.0.1 Das kann auch gut sein, ja Auf PS4 kann man das Lenkrad nicht einstellen Und auch die Seitekonsole kann man nicht einstellen Ja, sag ich ja Es glaube ich, es gibt irgendwie Giants hatte mal erzählt, dass sie das möglich machen wollten Dass man zumindest ein Teil konfigurieren kann Aber das meiste ist leider nicht möglich, ne Marlon, moin Grüße dich Schön, dass du mit dabei bist PG 49, ja, Sophie, ich sehe das auch 49.889 Wie versprochen, Zuschaueranzeige funktioniert wieder Und der Abozähler funktioniert auch Wäre jetzt dumm, wenn der Abozähler nicht gehen würde Wenn wir gleich die letzten 100 Abos voll machen, Leute Das wäre doch mal ein richtig geiles Wochenende Sonntag mit 50.000 Abos Sony will das nicht Sony will nicht, dass man was einstellen darf Okay Also ist schon krass Hallöchen Norbert, guten Morgen Olli, er meinte, dass wir auf der PS4 mit Lenkrad und unseren Trecker nicht drehen können Ja, aber du fährst ja auch Du musst den Kontrollern Aber du fährst ja auch mit dem Controller Ach so Moment Konsole, du fährst mit dem Lenkrad und kannst dich nicht umsehen Das meinst du, ne Nicht so wie wir PC-Spieler, dass wir einfach mal hier die Maus in die Hand nehmen können Oder die Seidenkonsole Jetzt weiß ich, was du meinst So, ich wollte mal kurz was gucken Und zwar kam mir im Gedanken die hier Aber, ne, die sind ja Okay, doch, stimmt Natürlich Rigitrack, wie ihr es geschrieben habt Rigitrack ist ja eh Und der hier hat ja sogar mit Methan Natürlich, habt recht Leute, könnt ihr noch ein paar zu Feld28 bitte rüberfahren Rune, ich spiele auf PC Man sieht echt, dass du Freude am Spiel hast Und du regst dich nie auf, wenn ein Trecker in die Leitplanke fährt Ja doch Ich reg mich dann auf Luis, wenn einer in die Leitplanke fährt und es nicht zugibt Das, ja So, machen wir jetzt mal ein gescheites Rüger mit Speck auf 7 Minuten Oh, Thomas, kann ich auch was haben Ich habe noch nichts gegessen Doch, ein Toast mit Nutella ohne Butter Mehr noch nicht So, wo war die Feldausfahrt? Hallo Wo ist die Feldausfahrt? Da? Hallo? Hä? Hilfe Wo ist die Hilfe? Streams heute bis 50k Wir versuchen es Äh, wo ist die Feldausfahrt? Hallo? Ich fühle mich wie so eine Wühlmaus Im Labyrinth Wo ist die Feldausfahrt? Hahaha Ja, gut Ja Ich fahr mal ne Ehrenrunde Irgendwo wird schon die Feldausfahrt kommen Unten bei mir? Echt? Wo? Andere Richtung? Wo? Hier nicht? Wo bin ich? Anscheinend bin ich komplett falsch Ja, man hat die Feldausfahrt geklaut Ähm Hallo? Hilfe Ja Ich habe jetzt gerade keine Lust Ah, da Ist sie da? Da Da ist sie Geil Ich bin jetzt gewünscht einmal im Kreis gefahren Aber okay Guck mal, ey Leute Ganz ehrlich Die sieht man aber auch sehr schwer, ne? Oha Ohne zu wissen, wo du bist Erkenne ich die Fläche Die ist geradeaus jetzt Ja, ich weiß Danke Verfahren gehört dazu Macht Chefe gerne Hahaha So Leute Bringt mir die Jukebox zum Laufen Kostenfrei abonnieren Wenn ihr Bock drauf habt Vielen, vielen Dank Schön, wenn sie läuft Freue mich immer wieder darüber Mich bei euch bedanken zu dürfen Ja, ich wollte jetzt so ein Ding aus dem Feld raus LS Feuerwehr Deswegen musste ich jetzt ein bisschen schneller fahren Sonst kriege ich hier wieder Ärger Achtung, der Pichoco Der kleine Jumbo Und Kinderpare, die es abgeholt werden Ja, man hat mich rausgeholt Ja, das ist echt Sascha Die sieht wirklich sehr zugewachsen aus, ne? Wo ist auf der Map die Fahrsilos? Habt ihr die selber gebaut? Wir haben keine Fahrsilos Weil Fahrsilos sind ja Durchfahrsilos Wir haben Keilsilos Na, und die Keilsilos, Tom Sind natürlich selbstverständlich in der BGA Aber die BGA ist, äh Vom Beginn an fester Bestandteil dieser Map Wir haben nur am Ähm, am äußersten Ende Noch ein paar Quersilos Oder Querwände hingesetzt Damit, ähm, das Gehäxelte nicht drüber wegfällt Hallo, Moinside, Moinsin Soccer Bro, kannst du mal ganz heimlich das andere Silo leer machen? Bitte, danke Äh, was ist das nächste Ziel nach den 50.000? Na, 60.000, Vita Vita, Leute, hier, besetzt bitte die Häxler Alle drei Häxler müssen laufen Bitte einer in den Häxler rein Ähm, ich versuche jedes Jahr 10.000 Abos zu machen Die 50.000 hätten wir eigentlich letztes Jahr schaffen müssen Dadurch, dass ich aber letztes Jahr drei Monate Pause machen musste Haben wir es leider nicht geschafft Deswegen machen wir die jetzt voll Und dann machen wir die 60.000 Wir müssen dem Chef mal ein gutes Navi kaufen Eins, wo Feldausfahrten drauf sind Ja Ja, investiert doch mal ein bisschen was in mich Ein Campingklo habe ich schon vom Thomas bekommen Jetzt hätte ich gerne noch ein, äh, ein Trecker-Navi Hansi, Moinsin Die Felder, die bei uns sind Da fliegst du an die Decke mit 60 Das ist auch gut Ach so, weil die so holprig sind, ne Hansi, wir spielen die Ostseeküste Eine sehr schöne und anspruchsvolle Map, muss ich sagen Wir haben sogar noch hier, wie ihr seht Ein paar Ersatztraktoren hier stehen Also, falls ihr irgendwie was anderes fahren wollt Hier steht noch ein Johnny Und noch ein Klaas Ja, also ihr habt die Möglichkeiten Auch hier Traktoren zu wechseln Nur lasst bitte die Traktoren nicht mitten auf den Straßen oder so stehen Fahrt sie zum Beispiel im Shop in die Halle Oder setzt sie hier zur BGA Und dann, ähm, könnt ihr da gerne reinjoin Hallo Andi, Moin Schön, dass du da bist So, ihr seht, hier ist ganz schön was Oha Ja, läuft mit dem Silo, ne Muss ich echt sagen, fast voll hier Uiuiui, ja gut Wir haben ja noch eins Beim Groban kannst du 8 bis 12 fahren, okay Aber okay, aber ihr könnt 8 bis 12 fahren So, der Markus, der kriegt hier fleißig was zu tun Wie ich das hier sehe, scheinen auch immer die Äh, in der BGA hier zu tauschen Also, jeder ist mal in der BGA Das sieht ganz gut aus Ne, Zockerro Nö, 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 nö Da kann ich jetzt nicht hingucken So, Freunde Bei mir kannst du mit 8 bis 12... Ja, hatte ich ja gelesen, Alice Feuerwehr, klar Aber der Markus ist auch schön hier mit dem Cerion unterwegs Ähm, mit Zwillingsbereifung Der macht's auf jeden Fall So Ja, Lumi, frag ruhig noch einmal Dann dauert's noch eine halbe Stunde Ist gar kein Problem Ja, ja, deswegen Ich will ja jetzt nicht... Oho Äh, was ist das denn? Das ist unsichtbar Okay So Wieder zurück Ich fahr, denke ich mal, wieder zum Sascha rüber Der hat auf jeden Fall genug zu tun Und dann werden wir jetzt gerne auch mal Ja, ein Wechsel machen So Bleibt mal kurz hier stehen Ihr wollt euch ja gern nochmal Oder ihr wollt ja gern nochmal hier mitspielen, Leute Deswegen machen wir jetzt einen wunderschönen Wechsel hier Dankeschön für all die Die hier mitgespielt haben So Jetzt muss ich kurz mal den Dedi-Server öffnen Dass ich hier nicht zu viele rausschmeiße Moment, der da rüber So Markus und BumbleBig sind erst neu auf dem Server Okay Die M-Map ist echt nicht zu groß Nö, es geht eigentlich, ne? Angenehm Gute Morgen, Nils Wie heißt du mit Nachnamen? Müller, Meier, Schmitz Bist du gleich auf den Hexler? Weiß ich noch nicht So Wie heißt die Leo Ostseeküste? Und die Map Ausrufezeichen mitspielen Also wenn du gerne mitspielen möchtest Servername kriegst du über Ausrufezeichen Mitspielen Sehr gerne reinjoinen und mitspielen Steffen, Ausrufezeichen mitspielen Da gibt's das Passwort Ich hab den BumbleBig als Freund auf meiner Playstation Achso, auch geil FC Bayern, guten Morgen Schön, dass du da bist Nein, Nils Warum sollte ich dir meinen Nachnamen nennen? Was möchtest du gerne mit meinem Nachnamen anfangen? Warum möchte man als YouTuber meinen Nachnamen wissen? So, Sascha Danach Fahr zu 27 Die ist auch schön Ich glaub das wird knapp mit den 50.000 Abos heute Let's go Leute 103 Leute noch Macht euch bitte keinen Zweitkanal Sagt einfach all euren Freunden Bescheid Joint Auf den, äh Auf den Livestream Und dann lasst ihr ein Abo da Haut noch ein Like raus Und dann Klappt das hier schon Was sagst du wieder Zocker Bro Ich komm nicht rein Noah Fehlen dir vielleicht noch die Mods? Mods heruntergeladen Hi Kevin Moinsen Hi Reelskipper Keine Ahnung was das ist Wie lange machst du denn heute? FC Bayern So lange Bis meine Frau mir schreibt Das hinauskommt Die ist frühstücken mit einer Freundin Ähm Deswegen Open End Livestream Support ist kein Mord Okay Iveco dann Let's go Ja den JCB Achso Wann zeigst du dich Tom? Äh Dann wenn ich hübscher bin Also nie René du kannst gerne nochmal später joinen Wenn ich bemerke Dass keiner mehr mitspielen will Ich muss nochmal kurz gucken Ob der Sascha mich überhaupt noch braucht Weil der hat Eins Zwei Drei Abfahrer da gerade Ich glaub der braucht mich gar nicht Pass auf Let's go Und dann fahr ich zu 28 Sascha braucht mich nicht mehr Dann fahr ich hoch zu 28 Kann man da direkt weitermachen Nils auch das geb ich nicht mehr Leute ihr müsst mich Ihr müsst mir keinerlei Fragen Über Real Life stellen Leute Ihr seid der Knaller Die 900 sind drin Benedikt Was willst du damit ansprechen Pass auf Benedikt Gegenüber meiner Frau Rege ich sehr empfindlich Was willst du ansprechen Ansonsten kannst du direkt die Fliege machen Kannst dir ein neues Leben suchen Kannst dir einen neuen YouTuber suchen Bei mir brauchst du sowas gar nicht bringen Er fragt der Benedikt nicht Sicher mit einer Freundin Würdest du es gerade sagen Meine Frau geht mir fremd Willst du echt den Stress jetzt haben Kein Problem Moderatoren Viel Spaß Dankeschön Leute 49.900 Die letzten 100 Ihr seid wahnsinn Vielen 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 Dank So jetzt muss ich mal gucken 28 ist an der Biegung links Okay Kriegen wir hin Biegung links Und dann müsste ich eigentlich da sein Hoffe ich zumindest Weil in der Ecke war ich noch nie Das ist mit eins der letzten Felder Aus der Ecke Sascha fährt dann gleich Auf 27 Würde ich auch sagen Robin Big Mac Bann ihn weg Muss ich hier links Ne Ach das war hier unser Unser alter Unser altes Feld Okay Hallo Felix Moin Grüße dich Ach ich muss an der Hauptbiegung links Okay So Max Was meinst du mit Max Ist der Max jetzt doppelt auf dem Server Der Max Okay Max kann sich gerne mal Achso Ich mach das immer falsch Gerne mal bei mir melden Aber doppel rein joinen Ist verboten Ne Ja Boah Immer die Post hier Fahren oder stehen Da will Danke Niklas Sehr nett von hier Niklas hat mich reingelassen So Bei mir konnte keine Verbindung zum Server Ergeschleven Johann das typisches Multiplayer Problem Äh Musste dann nochmal versuchen Und dann geht das So Wie sieht es jetzt aus hier Ähm Okay Hier steht ein Traktor Da saß bestimmt Max drin Ne Warum bist du bei deiner Frau So sehr empfindlich Ja Nils Du sagst das Wort ja schon selber Es ist meine Frau Das ist mein Leben Das ist meine Ehefrau Und Wer mir hier auf YouTube Mit so einer dummen Aussage kommt Und anspielen will Dass sie zum Beispiel Wirklich mit einer Freundin weg ist Und nicht mit einem Freund Geht die dir jetzt fremd Das ist da ein bisschen vorbei bei mir Das ist Family Meine Ehefrau Weißt du was ich meine Was sagt deine Frau zum LS22 Luis Willst du es ganz ehrlich wissen Sie versteht den Sinn des Spiels nicht Natürlich Lebe Solange du es auf deinen eigenen Plattformen machst Und nicht als Fremdwerbung Irgendwie auf YouTube oder Twitch Darfst du es gerne machen Ja Ja ne Meine Frau versteht den Sinn vom LS nicht Sie sagt immer Fährst du nur Traktor Was machst du denn da Sie hat ja mal früher mit uns LS gespielt Einen Livestream lang Und nein Das war nichts für sie Also sie unterstützt mich Ja aber Ne Ne Eins das war erst Nichts was Real Life angeht Gehört in diesen Stream rein Das ist egal Wie meine Frau heißt Wie mein Hund heißt Wo ich wohne Wohne ich in der Hütte Habe ich ein Zelt Habe ich einen Wohnwagen Ähm Keine Ahnung Wie heiße ich Mit Nachnamen Und nö Hi Philipp Moinsen Hat meine Frau gestern noch zu mir gesagt Sie sagte Ich hatte ja erzählt Hier bald 50.000 und so Und dann sagte selbst meine Frau noch zu mir Sie sagt Das ist alles in Ordnung Was du machst Sie möchte nur Niemals Dass irgendwie Irgendwann mal die Leute wissen Wo wir wohnen Und sowas Ne Weil ich hatte ja dann erzählt Große YouTuber Große Influencer Die leben ja von YouTube Aber dann sagt sie auch Ja klar Die haben aber natürlich Ein ganz anderes Leben Ne Die haben meistens mit Facecam Die machen Events Die machen Fantreffen Die geben offen zur Show Wo sie wohne Mit ihren Roomtours Und so Roomtours Und sowas Und Da sagte schon meine Frau Ich kann das immer weitermachen Ich kann auch irgendwann Die 100.000 Abos knacken Aber sie möchte Dass das Privatleben Für immer geschützt ist Dass wirklich keiner weiß Wo wir wohnen und sowas Und Dafür sorge ich auch Äh Leo Wahrscheinlich weil das Server voll ist Und Darf man dich das Privat fragen? Was? Nein Luis Du darfst mich gar nichts fragen Schaut deine Frau deine Streams Ne Das tut sie sich nicht an Die hat mich zwar abonniert Aber mehr auch nicht Da war ein Trecker Darf ich deine Kekse klauen? Ich hab nicht mal welche Da müsste ich mir erstmal welche holen gehen Ich hab das Problem mit der Verbindung Konnte nicht hergestellt werden Immer bei deinem Daily Server Ja das ist so eine Multiplayer Sache Ich weiß aber nicht warum Florian Das bei dir so ist Weil Normalerweise geht er So wie will er fahren Okay einmal rum Fantreffen gibt es aber Wir joggen in jedem Live Stream Genau Wir können hier ein Fantreffen machen In 40 Jahren hat dein Kanal 50 Millionen Abos In 40 Jahren bin ich schon fast tot Hallo Valentin Ich grüße dich Schön dass du da bist So Was soll ich mir nicht antun Skipper? So Schöner Wechsel hier Niklas übernimmt einfach Ich kann wegfahren Wie heißt du im LS19? Wie heiße ich im LS19? Das ist doch gleich Kann noch einer bitte zu Feld 31 fahren Der Sascha brauner Unterstützung We Ich dachte es reicht So viel zu zu Zocker Bro Ja ja reicht Brauchst nicht kommen Ja ja Zocker Bro Du kannst gar nichts hier Zack fällt auf 31 noch ein Abfahrer Ich mache nur auf WhatsApp Instagram Werbung für dich Nirgendwo darf ich dich In einer Story markieren Ja das darfst du sehr gerne machen Lewe Vielen Dank Also wer mich supporten möchte Darf gerne natürlich mal Die Insta Story und so nutzen Und gerne mal eure Abonnenten Zu mir einladen Würde ich mich sehr drüber freuen In 40 Jahren bist du 29 plus Ja genau Hallo Junge Frau Ja aber Real Skipper Jetzt stell dir mal vor Hier stehen einfach welche vor Es gibt ja so Leute Wirklich glaube ich kann ich mir vorstellen Die zum Beispiel bei Montana Vor der Tür stehen und klingeln Könnte ich ein Autogramm haben? Ich kann das nicht Ich bin falsch gefahren Ne ich bin richtig Das ist nichts für mich Weißt du wann das Zeitwerk länger wieder für die PS4 unterstützt Ist das nicht schon mit einem Update gemacht worden? Um online zu zocke mit Marcy Mac Äh Kai Was ist Marcy? Was meinst du? In 40 Jahren bin ich 80 Du bist schon 40 Ne jetzt Ich muss ganz ehrlich sein Ich hab dein Profilbild da Wenn du das bist Ich hab dir gedacht Du wärst so 20 Okay also Sascha Du kriegst bestimmt noch einen Abfahrer rüber Ich sag nur Drachenlord Ja Zum Beispiel Zum Beispiel Also nein Ich möchte Ich möchte da nichts mit zu tun haben Leute Da bin ich nicht der Mensch für So Leute Was geht jetzt ab? Unter 400 Zuschauer nach Fast 3 Stunden Mais häxeln Das könnt ihr doch nicht tun Freunde Road to 50.000 Es sind nur noch 90 Abos In 90 Abos Das ist der Wahnsinn Wenn das Zeitlenkrad Das Ls Ja ja Das Ls Lenkrad Ist das von Zytek Zytek ist ja Mit Giant Software In der Zusammenarbeit Und das funktioniert wieder Es gab irgendwo mal Probleme Und dann kam ein Update Hallo Jonax Moin und Grüße hinaus Schön dass du da bist Nutzt die Zeit Leute Noch hat meine Frau nicht geschrieben Ja das bin ich auf dem Bildwert oft Jünger geschätzt Ja ich hätte Das ist ja halt nur ein kleiner Ausschnitt Von deinem wunderschönen Köpflein Aber Ich hätte jetzt so 20 25 gesagt Mods installieren Kai In der Videobeschreibung Den Link einfach anklicken Hallo Leon Grüße dich In 40 Jahren bin ich über 90 Und guckst immer noch meinen Kanal Gamekanal Weberman Guten Hunger In 40 Jahren bin ich 53 Huh Vlogs Dankeschön Ja sonst könntest du auch nicht schreiben Ich hab ja hier eine neue Einstellung vorgenommen Der Live Chat ist nur für Abonnenten verfügbar Die meinen Kanal zumindest mal abonniert haben Na Jason Open End Solange bis meine Frau nach Hause kommt Oder ich halt nicht mehr kann Deswegen werde ich jetzt gleich auch mal kurz aufstehen Und mir mal einen Schokoriegel gönnen Und den Arsch einmal austreten hier Ne Sascha ist glaube ich auf dem Häcksler eingeschlafen Ne der regt sich gerade auf irgendwas auf Ich glaube irgendwie mit vollem Hänger und so Gab es ein paar Probleme jetzt Björn Hallo herzlich willkommen Schön dass du da bist Gibt es den Fan für Konsole Ja Crossplane Alles Mod-Up-Mods hier Sehr schön gemacht Elias Ja Kein Problem Alles gut Bin vom Server beflogen Was Möchtest du wieder drauf kommen Benedikt Weiß ich noch nicht Benedikt Ich bin da Ich finde das nicht in Ordnung So was Benedikt Ich weiß gar nicht warum du dir Diese Sache überhaupt rausnimmst Mich sowas oder sowas zu schreiben Liegestütze helfen Nene 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 nix liegestütze hier Heute nicht Heute ist nicht Kai da Möchtest du wieder drauf kommen Okay Ähm 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 Zockerbro Kannst du dem Kannst du dem Sascha Bist du so nett Kannst du dem Sascha mal kurz das Passwort schreiben Ähm Das Feuerwehrpasswort So ist kein Problem Sorry Ich muss den gerade rausschmeißen Tut mir leid Ähm Der war eh nicht auf der Auf dem Hof Kommst du wieder rein Sascha Der Zockerbro schreibt dir mal das Das private Passwort Sascha ist Wildcard Leute Sascha Wildcard Ne Darf auch den ganzen Streber mitspielen Er ist jetzt gerade kurz vom Server geflogen Weiß ich nicht warum Vielleicht Internetprobleme Hallo Christian Moin Grüße dich Schön dass du da bist Servus Landwirt Moin Auch hier sehr schön gebaut Ne Hier mit den Kisten an den Seiten Ist alles äh Schon geil gemacht Geil Elias Hashtag häckseln ist geil So wie sieht es denn hier aus Machen wir den zweiten Bunker schon auf Oh ja ich würde sagen Ja Ich würde sagen den machen wir mal auf Christoph Moin mein Freund Jo Wie geht es dir mein Kumpel Hey Schön dass du da bist Dankeschön So Wir machen mal den zweiten Den zweiten Bunker auf Ich stelle mal kurz die Schilder hier so ein bisschen zusammen Das müsste rein theoretisch passen Ja 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 Nein Ey Und Ey Oh Jo Franz macht das kein Problem So Die 50k sind nicht mehr weit weg Leute Wahnsinn 50.000 Abonnenten Eskalation Ey ich muss ganz ehrlich sein Ich hätte nicht damit gerecht Dass wir das im Livestream heute packen hier Oh Entschuldigung Sven Hast recht Sorry Sven Schande über mein Haupt Ich gebe dir vollkommen recht Warnweste vergessen Typisch Ja ist ja okay Schreit mich nicht so an So Ich hab die Warnweste an Weil irgendeiner hat hier den Rattler da einfach so in den Berg reingesetzt Das geht natürlich nicht hier Ah Sehr gut Da ist Sascha wieder Das heißt Kannst du das Passwort wieder ändern Du kannst auch das Passwort ändern oder Ähm Zocker Bro Du hast ja Admin Passwort ne Kein Problem Seppi Machst du ein 24 Stunden 150.000 Nein Das kann ich dir eigentlich so schon sagen Das macht mein Körper nicht mit Das weißt du doch Das schaffe ich aus körperlichen Gründen Leider Nicht Ich würde gerne manchmal So 50.000 Abonnenten Ist natürlich eine geile Zahl Da dann 24 Stunden Livestream Klar Es wäre geil Aber ich schaff das nicht Ja Das macht mein Mein Körper Entschuldigung Macht mein Körper einfach nicht mit Dankeschön Zocker Bro Danke danke Ich weiß schon warum ich ein paar Admins hier auf dem Server hab ne So Kannst du mein Was geht ab Daniel Der erste Support heute Dankeschön Daniel Für die Truebox Danke danke Nice Danke danke Auf der Fichtal Florian schickt mir die Macht Fichtal Kenne ich gar nicht Dankeschön Daniel Für deine 4 Euro Der erste Kanal Support heute Endlich dürfen wir ein Herzensspam Leute Spamt man ein Herzensspam rein Spamt man ein Herzensspam rein Das war jetzt auch gut Vielen 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 Dank Bei 50.000 bekommt jeder eine BG Tasse Ja Leute In meinem Shop gibt es Bichoco Tassen Also der Kaffee schmeckt richtig gut daraus Ich kann es euch nur empfehlen Auch andere würden euch das empfehlen Der Kaffee schmeckt richtig gut So Mega Daniel Vielen 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 Dank Für den Support Ja Also Ein Zwei Bilder Vielleicht Aber ich glaube Die ist nicht Crossplay Noch 200 Abos Zu den 20 50.000 Barbara 200 Es sind nur noch 81 Ja J Mitspielen ist möglich Sehr gerne sogar Kijel Herzlich Willkommen So Fahren die Oder kommen die So Warte Ich muss mal kurz Wieder aussteigen Da ist ein bisschen Chaos würde ich sagen Ich warte mal kurz Ein bisschen Ich glaube der Lauchi wollte raus Und der Jonas möchte rein Dann muss ich kurz warten Die Drohne ist eigentlich ganz cool Aber die dreht sich immer bei mir Auf dem Kopf Ich hab da keine Ahnung von Ich wusste nicht mal Dass es so eine Drohne jetzt Im Mod Hub gibt Hab ich nichts mitbekommen Wheel Skipper Beim Wechsel kannst du sehr gerne joinen Hast du TikTok Nein Einen TikTok Kanal besitze ich nicht Maren mit Crossplay Natürlich Ja Joel Bei mir darf jeder mitspielen Kommt da noch einer Alter Jetzt kommen hier direkt Drei Stück Jetzt ist hier auf jeden Fall Was los Die Fischtal ist Crossplay Echt? Ja ist ja eigentlich Das ist ja eigentlich perfekt Kaffee und alle anderen Heißgetränke Schmecken aus der PG-Taste Noch besser Und man steht morgens Mit guter Lange auf Wenn man PG sieht Freunde Das ist ernst gemeint Es gibt einen Merch Einfach mal Ausrufezeichen Merch Da ist ein kleiner Shop Und da gibt es eine Pichoco-Taste Das beliebteste Projekt Aus dem Merch-Shop Also wenn ihr Bock drauf habt Gerne gönnen Vielen, vielen, vielen Dank Auf jeden Fall auch dafür Euren Support Nämlich auch davon Kriegt ich einen kleinen Teil ab Aber der Merch ist so für mich Ist für mich was nebenbei Ja Ja, Zeugro kann ich gerne machen Wie heißt der Server? Maren Ausrufezeichen mitspielen Da bekommst du Servername Und Passwort Alles was du brauchst Um den Server zu joinen Und dann Natürlich wie gesagt Gerne mitzuspielen So, ich fahre wieder zurück zu 28 glaube ich war das So So Was ist das denn? Zeugro, was ist das? Was du mir da geschickt hast? 79 noch Wahnsinn, oder? LP Terrain Fan 79 Hab ich ihm schon gesagt Wer ist das, Sascha? Dann schmeiß ich ihn kurz vom Hof runter Dann ist frei Wie heißt der, Sascha? Das ist eine Drohne Hä? Das ist doch ein Frontlader Was du mir da geschickt hast Leute Werden bei dem Design Der Tasse In der Schule Im Moment neidisch Wie in der Schule Iweko, man kläre mich auf Nimmst du die Tasse mit in die Schule? Die müssten es eigentlich Ganz provokant Aufs Lehrerpult stellen Und dann hängst du noch einen Zettel dran Bitte abonnieren YouTube Pichoko Ach geil, ey Das wäre auch eine geile Kiste, oder? Die PG-Tasse mit in die Schule nehmen Daniela Ausrufezeichen mitspielen So war das jetzt hier links Das war hier links, ne? Bin eine Stunde weg Direkt 90 Abos mehr Wahnsinn, oder? Ey, Iweko Geil Der Iweko nimmt die Pichoko-Tasse mit in die Schule Das ist natürlich richtig geil Geile Kiste, Iweko Finde ich super Also, falls du da jemanden hast Der dich fragt, ne? Wo ist die Tasse her? Weißt du Bescheid? Ach, da ist die Warum hängt die denn unter einem Moment Jetzt musst du mich mal aufklären Die Drohne Ich hab die jetzt gesehen Aber warum ist da ein Frontladeranbau bei? Das verstehe ich jetzt nicht Hallo Raphael Moin, mir geht's gut Wie geht's dir? Wo gibt's jetzt die Tasse? Im Shop Luca Im Shop Müsstest du da unter dem Video sehen Ansonsten Hier, da Guck mal 20 Nachrichten weiter oben Hier geht's zum offiziellen Merch Da kannst du dir die Tau kaufen Dankeschön Jason Sehr geil So, jetzt rechts, ne? Feld 28 braucht uns Dankeschön Thomas Da, Leute Da ist der Link Und da gibt es die Tasse zu kaufen Wie lange ist die Tasse? Du bist noch Raphael Open End Bis meine Frau Bis meine Frau mir schreibt Dass sie nach Hause kommt Was geht jetzt hier ab? Der Daniel Ich krieg für eine Reaktion Geld Das ist auch geil Warte, andere Ja, dankeschön Äh, danke für deine Spende Nein, Leute, es geht so Vielen, vielen Dank Daniel Daniel Dankeschön Gerade hängen wir bei 921 Abos fest Vielen, vielen Dank, Leute Vielen Dank, Leute 49.921 Mega Das hätte ich niemals gedacht Wir haben den Stream gestartet Mit 740 Mit 740 Ich hätte niemals gedacht, dass wir über 200 Abos fast in einem Livestream schaffen Absolut Hammer, Leute Absolut Hammer, Leute Also wirklich vielen, vielen Dank dafür So, Sascha sitzt wieder in seinem gewünschten Häcksler Sascha, du bist glücklich, ne Vorsicht hier Wir sind wieder an der Ostsee hier, ne Die Fußgänger sind unterwegs Warte, Sascha Okay, ich bin da Ganz wieder Luca, dankeschön Ja, aber manche schreiben das halt immer rein Ja, ja, ich hab gekauft, ich hab gekauft In Wirklichkeit haben sie es gar nicht gemacht Das kann ich aber sehen Ich sehe zwar nicht euren Namen Aber ich kann auf dem Discord Auf dem Discord gibt es ja auch einen Rubik-Shop Und der letzte Kauf war am 15.12.2022 Um 7.55 Anonymous Also der Käufer bleibt natürlich anonym Hat sich ein Pichoco-T-Shirt gekauft So Das Feld hat nur ein Vorgewende Das reicht ja Raus, du Elias Nein Für wen warst du im WM-Finale? Ich war für Frankreich Habe ich gar nicht geguckt Felo, muss ich ganz ehrlich gestehen Ich bin nicht so der Der große Fußball-Fan Ne, deswegen Also ich hab gar keine Fußball-WM Und so geschaut Es ist Ich weiß nicht Das ist nicht mehr das, was es früher war Wo dann noch so Ballack und so Alle drin waren Und Lehmann Und ach, weiß Gott, wer das alles war Luca hast du nicht Einen wunderschönen guten Tag Den lieben Teikler Herzlich Willkommen Und schön, dass du da bist Wie geht es dir, mein Freund? Alles gut bei dir? So Ich bin voll Tschüss Äh, zehnte Tour, glaube ich, ne? Ja, aber Luca Okay, also Luca Ich sag einfach mal Dankeschön, Dankeschön dafür Hallo Tobias Moinsen Und was geht jetzt ab Leon haut ein Fünfer über den Super-Chat raus Leon, Dankeschön Sehr geil von dir Moin, feier dich mega Bist einfach mein Lieblings-Youtuber Vielen Dank, Leon Sehr nett von dir Tschuldigung, jetzt hab ich mich auch noch hier Fast verhunzt wegen dir War ein bisschen abgelenkt Leon, auch an dich ein Herzenswam Und Dankeschön für deinen Support Ja, ne, hier Jetzt müsste man den eigentlich mit den Pumps & Hoses DLC machen Obwohl, nein, Teikler macht das nicht Angela, grüß dich Oder Angela, Angela Angela, ne? Moin Schön, dass du da bist Ja, alles klar, Florian Guck ich mir das an Dankeschön Wüsstest du vielleicht eine Lösung für das Problem Weil bei mir nach einiger Zeit das Save Game Bin nicht mehr synchronisiert Und dann ist das Save Game weg Daniel, auf was spielst du? Was sagst du der Gülle-Drohne? Warum denn Gülle-Drohne? Keine Ahnung Ich, ich, ich Ich hab mit der Drohne noch nie was gemacht Wie gesagt Ich wusste nicht, was es eine gibt Keine Ahnung Welche Orte fandest du besser? 17er, 19er oder 22er? Ähm Ich persönlich Boah Schwere Frage Die Orteam Farm vom 17er zum 19er zum 22er hat sich wirklich einiges verändert Im 17er noch recht klein Im 19er war der Shop plötzlich an einer anderen Stelle und die Map war größer Und jetzt Also 19 fand ich nicht so gut Weil ich die Wege irgendwie sehr Ja, ich fand sie nicht ausreichend genug Es war schwierig mal zum Shop zu fahren War immer ganz komisch gemacht Mit der Feldausfahrt Äh, vom Hof aus gesehen Also ich muss sagen Zwischen 17er und 19er und 22er Die 2 finde ich eigentlich am besten Wobei ich glaube ich sagen muss Ich finde die 22er nochmal Ticken besser Weil sie einfach was größer ist Ja, hast du gesehen Hab dich in meinen Insta-Story markiert Lewe, vielen Dank dafür Wie kann man auf einem Server Mods installieren? Nein, Kai, die installierst du nicht Moment mal Kai, PC oder Konsolenspieler? Das muss ich zuerst fragen Lennart, guten Morgen Ich spiele auf PC Okay, also da hatte ich das noch nie Dass da ein Savegame dann gelöscht wird Du spielst auf PC Hast du mal die Mods alle deinstalliert? Hast du vielleicht einen fehlerhaften Mod mit drauf Der irgendeinen Fehler ins Spiel schmeißt Und dadurch, ähm Sich das Spiel die ganze Zeit aufhängt Meistens sind es die Mods JJ Zock, herzlich willkommen Hallo Johnny, guten Morgen Richard, nächster Wechsel So zwischen 12 und Viertel nach 12 Ungefähr Ungefähr Na, nagel mich jetzt nicht drauf fest Ungefähr, sag ich immer Viertel nach 12 Halb 1 Ne, 12 Viertel nach 12 So rum Wir haben schon 12 Uhr? Schon 3 Stunden wieder live hier Leute Der Sonntag schon gleich rum Hallo Gra, moin Hallo Thorsten, grüße dich Finde ich auch Spiele nur auf der Ortsin-Farm Außer am LS19 Es ist einfach eine geile Singleplayer Map Die Ortsin-Farm kannst du perfekt Wirklich perfekt für den Singleplayer nutzen Weil sie einfach nicht zu groß ist Na, Ken Plugs Grüße dich Kannst auch noch dann schön Die, die Helferfunktion nutzen Das ist alles wirklich sehr gut gemacht Muss ich sagen Auf der Ortsin-Farm So, moin Leon Das hier ist die Ostseeküste Und ich verstehe immer noch nicht Warum das hier durchsichtig ist Warum ist das Warum ist das hier durchsichtig? Entscheint irgendein Fehler im Spiel Äh, egal, auch geil Franz macht einfach mal Achso, ach, er sperrt Silo wieder ab Ich hatte sogar schon überlegt Hier so eine Fahrspur abzusperren Hab mir dann aber gedacht Die Schilder bleiben nicht lange stehen Kann man auch auf PS4 auf dem Server? Ja, das geht Streamst du morgen? Nein, morgen ist Montag Morgen gehe ich wieder arbeiten Map hat noch ein paar Bugs Ja, das hatte ich aber beim letzten Mal nicht Ken Plugs Ostseeküste spielen wir jetzt schon was länger Beim letzten Silo hatten wir das Problem nicht Dane Dankeschön fürs Abo Das hatte ich schon einmal gemacht Und dann wieder alle Mods installieren Und dann ist es zwar für eine Zeit wieder gegangen Und jetzt wieder nicht mehr Dann hast du ja irgendwo einen fehlerhaften Mod, oder? Daniel, wenn du das doch schon mal gemacht hast Dann ging es und jetzt wieder nicht Dann hast du doch anscheinend irgendeinen Mod drin Der dir immer diesen Fehler schmeißt Gibt es bei 50k DSS? Andy, bei 50k gibt es irgendein Special Welches sehen wir dann? Ich muss ganz ehrlich sein Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet Dass es so schnell geht Hofbergmann, Luca, habe ich mal im LS19 gespielt Ist für mich zu aufwendig Also es gibt Die Map an sich ist geil Aber es gibt einfach viel zu viele Möglichkeiten Das ist für mich leider zu viel Also was Produktion und so angeht René, ich würde gerne neben den Haufen Ja Ja, Luke, moin Moin, moin, moin Der zweite BGA-Profi ist da Wie geht es dir, Luke? So, ich wollte eigentlich neben den Genau Ich muss hier mit seiner Zwillingsbereitung Ein bisschen aufpassen Ich wollte hier neben den zweiten Haufen kippen So Kann man das mit irgendeinem Programm wieder prüfen Oder am besten auch ohne Programm Oh, da musst du mal meinen Moderatoren fragen Die sich gut mit LS auf PC auskennen Wolfgamer, moin, grüße dich Schön, dass du mit dabei bist Willkommen im Livestream So Einmal wieder zurück Boah, Freunde, ich fange gleich an hier Der kommt da Pipi in die Augen Das ist der Wahnsinn Kenplex, bist du Bist du der Modder von der Ostseeküste? Nee Aber du hast da mitgewirkt, oder was? Ganz gut, hab seit gestern Corona Oh nein Luke, gute, bessere wünsche ich dir Ich sage, ob irgendein Mod einen Fehler wirft Nein, ich habe nur 13 Die werden mir immer angezeigt in meiner Welt Ja, Kai, du musst für das Moment Kai, dir geht es doch jetzt ums Mitspielen, oder? Hallo Cedric, guten Morgen Alter, Sockenbro, was war das denn für ein Wheelie? Sockenbro hat gerade ein Wheelie gemacht Habt ihr gesehen? Habe ich im letzten Moment rüber geguckt Auch geil, ey Ja, das ist ein Chaosfahrer, ne? Habe etwas gemacht, ist das gut so? Wheelskipper, was hast du gemacht? Hallo Simon, moin Noch 70 Abos, wir schaffen das, ja Hashtag 70, ne? Nein, habe aber bei etwas mitgehoffen und habe guten Kontakt zu dem Modder Okay Ja, ich weiß, es soll Also da kann ich dich ja kurz mal fragen, Ken Plex Es ist ja die Rede davon Es soll ein Update der Map kommen Brauchen wir dann ein neues Safe Game Weil ich habe hier auf der Map Ein Viehbetrieb begonnen Und jetzt hatte ich ja mitbekommen Dass ein Update kommen soll Mit neuem Spielstand Dann würde ich natürlich gerne Ne, ungern das Projekt weitermachen Sondern aufs Update warten Warum gibt es zweimal die Ostseeküste? Landwirtzorger Das eine ist die Crossplay-fähige Für die Konsolenspieler Und das andere ist die Only-PC-Version Mit einem Script Servus, schnurri the cat Hab ein Bug Bei jedem Fahrzeug, dass wenn ich in die Innenkamera gehe Das ist der Sound rumpackt Das ist normal, das habe ich auch Oder hast du es dauerhaft? Also ich habe das gerne mal Wenn ich mit zu vielen Traktoren Auf einem Feld bin oder so Hallo Zocker, Nick Mitspielen ist möglich, ja So, Realskipper brauchst du nicht Danke Realskipper, das brauchst du nicht Realskipper, ich habe meine Moderatoren Und ich habe mein Nightbot Du brauchst da keine Infos durchgeben Trotzdem, danke schön Dass du das machen möchtest Aber musst nicht Dauerhaft, okay Schnurri Das habe ich nicht Ich habe halt das Problem Wirklich, wenn ich auf einem Feld bin Und da stehen vier, fünf Traktoren Um mich herum Oder zum Beispiel Auf der Auschwim-Farm Auf dem Hof Habe ich das gerne mal Hallo Nico Guten Tag Nick Da habe ich oft das Problem Gerne Daniel Am besten Daniel Kommst du mal auf meinen Discord Und schreibst du mal In den technischen Support rein Dafür ist der nämlich da Daniela Wir wechseln so zwischen Zwölf und Viertel nach Zwölf Dann ist ein Plätzchen frei Okay Also das wäre natürlich geil Es wird halt Ich habe halt von anderen wieder mitbekommen Die sagen, ein neues Safe-Game brauchst du dann Und wenn ich natürlich jetzt im Viehbetrieb mache Und dann ein neues Safe-Game Ist halt doof, ne? Hallo Paul Das wäre natürlich doof Sehr gerne Luke Sehr, sehr gerne Ich lerne erst Vokabeln Wenn die 50.000 erreicht sind Ja, okay 68 noch Toom Toom-G-Player Herzlich willkommen Schön, dass du da bist Steffen Moinsen Abo ist da Like auch Paul, danke schön Herzlich willkommen im Livestream So, wie sieht es aus? Ist Sascha auch schon hier? Ah, ne Sascha ist jetzt doch nicht zu 27 gekommen Hatte der nicht die Gefahr Ob er zu 27 kommen soll? So, ich habe mich verfahren Ey, Entschuldigung Entschuldigung Sorry Die Motorhaube bezahle ich Ich habe mich verfahren Verdammt Ich habe die Feldeinfahrt verpasst Zu viel in den Chat reingeguckt Dann fahre ich auch gerne mal an sowas vorbei Haben wir hier schon gehäckselt? 22 Okay Jaja Einfach nicht Wir bauen noch 68 Birnen Beim Fahren zuschauen Nebenbei Lego Ey, sehr geil Das habe ich auch noch nie gehört Stream gucken und Lego bauen Das ist natürlich auch eine geile Sache Ja, kann man mal machen, ne? Äh, Tech-T-Support heißt der Daniel Kann ja Bescheid sagen, wenn ich es nicht vergesse Wenn sich was ändert Ja, Ken Plex Sehr gerne Dankeschön Das Schlimmste ist, wenn man so circa 2000 Abos hat Und sich dann sein erstes Video reinzieht Keine Eigenwerbung Eigenwerbung Löschen Ansonsten bist du weg vom Fenster LP Train Ich meine das nicht böse Aber genau das ist Eigenwerbung Du schreibst es ja in Klammern sogar rein Keine Eigenwerbung Dann können die Leute auch eins zu eins zusammenzählen, oder? Also wenn du wirklich Abos geiern möchtest Dann mach das bitte woanders Aber nicht bei mir Ich schau dir zu und backe Brot Äh, backe, backe Kuchen Der Steffen hat gerufen Wie geht's dir, Steffen? Krieg ich ein Stück ab? Sehr geil Du machst Wäsche, Diego Das ist auch gut Wäsche machen Okay Ich kenne jemanden Der heißt Steffen Der hat mal sein Zimmer renoviert Und dabei in mein Zügel geguckt Der hing wirklich auf einer Leiter War oben am Malen Und hatte in der anderen Hand sein Handy Und hat mein Zügel geschaut Auf dem Feld, wo du gerade fährst Das hab ich gemalt Ach, deswegen sieht das so katastrophal aus Sollte noch viele Hausaufgaben Und oft Tests lernen Was mach ich hier zuschauen? Milena, du denkst dran Schule ist wichtiger Als ein YouTube-Kanal, ne? Weil ich verändere dir nicht deine Zukunft Das macht die Schule Die Schule sorgt dafür Dass du in der Zukunft gesehen Zum Beispiel eine schöne Ausbildungsstelle hast, ne? Faisilium, moinsen Das ist die Ostseeküste Buddygamer, moin Schön, dass du da bist Jetzt willkommen im Livestream So, Leute Denkt dran Unbedingt Bitte keine Zweitkanäle machen Ihr wisst genau Die Zweitkanäle werden spätestens morgen wieder gelöscht Ich würde mich echt drüber freuen Wenn ihr einfach nur mal abonniert Und den Kanal Auf den sozialen Netzwerken Einfach mal supportet So wie Hallo Kommt mal zu mir auf meinen Kanal In Klammern Keine Eigenwährung Ja Ich will es mit einem Shader Ja, Grafikkarten Also Grafikkartenschader in dem Sinne Ich weiß nicht, ob man das Shader nennt Aber es ist über die Grafikkarte Stream in der Badewanne Auch eine gute Variante Ja, vor allem Leute Handy unter Wasser Viel besserer Effekt Nein, mach das nicht Kein Problem, Patti Kein Problem Aber du könntest ja auch zocken Und mit Äh, nee Zocken und Stream gucken Oder? Das wäre ja gegangen Letzter Guten Morgen Stream War ein Fehler zuzuschauen Hab jetzt keine mobilen Daten mehr Okay Das ist vielleicht nicht so gut Aber heute ist XXL Guten Morgen Stream Luke Gaming Dankeschön fürs Abo Herzlich Willkommen Aufgewacht Gleich Spiel Jockey schauen Man muss den Tag ja richtig starten Um 12 Uhr Small Meat 12 Uhr wachst du auf Was hast du gestern gemacht? Äh, äh, was hast du gestern getan? So spät aufstehen Das schaffe ja nicht mal ich 12 Uhr Hahaha Ja, das ist auch gut Kann man mal machen, ne? Ich spiele ja selber Und gucke dann Stream Björn Sehr gut, sehr schön Freut mich Rune Herzlich Willkommen Schön, dass du mit dabei bist Geliked habe ich auch noch Luke Gaming Vielen Dank fürs, äh, Likechen So, Zocker Bro ist schon wieder Sein Kipper am Saubermachen Hast du eigentlich alle Felder mit Mais? Ja Also Milena, du hast Du hast jetzt schon Den Ausbildungsplatz sicher Ja, erst Januar Mein Glückwunsch Das ist natürlich sehr geil Sehr geil Im Wald erst mal die Hälfte Wecker und Käferbäume Oh Also so Bäume, die von Käfern befallen sind Dass sie weg müssen, ne? Ja, Judith Alles, was eine RTX besitzt Geht das Also GTX geht nicht RTX besitzt das Und da musst du Wie war das? Alt F3, glaube ich, ne? Ja Hier Alt F3 Ich zeig dir das gleich nochmal Ich zeig dir das schnell Wenn mein Hänger jetzt voll ist Zeig ich das mal Wie das normalerweise aussieht Ich plane sogar eine eigene Map Auch für Konsole Aber mehr verrate ich noch nicht Ja, cool Kriege ich exklusiv Proview Würde ich mich sehr drüber freuen Dass ich die exklusiv Vor allen anderen Präsentieren darf Hatte gestern meine erste Fahrstunde Fürs Auto Und Daniel Wie viele Felgen sind kaputt? Kevin! Was geht? Der Kev ist da! Dankeschön Nein, Jonats Brauche ich nicht Ja, Basti habe ich Kev, was geht? Vielen Dank 1,11 Euro Sehr geil von dir Kennst mich noch? Ja, bei der RT Das geht auch mit einer GTX Aber nicht so gut, glaube ich Wie mit einer RTX, oder? Bei mir hieß es immer Es wäre RTX, ne? Ich bin VIP Bist du eine Very important person Äh, Leo Mach mal Ausrufezeichen Server Da siehst du die Suchbegriffe Du musst auch diese Richtigen Suchbegriffe haben, ne? So Ah Alpi Warum machst du sowas? Dieses Alt-F hier Das ist so ein alter Witz, ey Ein Motsladen dauert zu lange Schlechtes Internet, ne? Komisch Seitdem Patrick mit seinem PC Aus der Badewanne streamt Ist er so komisch am Zocken Es gurgelt so komisch, ne? Hahaha Ach, geil, ey An der Ostequist ist geil Dass man die Straßen kaufen kann Ja, ne? Ja, komm, Lauchi Übernimm So Ich zeige euch das mal kurz Also ich habe ja eine RTX 2070 Super Und man kann halt hier Einen Shader aktivieren Also ein Spielfilter Da hat mir einer meiner Abonnenten geholfen Der hat mir so ein paar Äh Ja, so ein paar Tipps gegeben Wie man den, ähm Ganz gut einstellt Und Ich finde, das ist so ein krasser Unterschied Leute Ich bin das gar nicht mehr gewohnt Das ist Originalgrafik Entschuldige, dass ich das so sage, aber Das ist für mich total verpixelt Das ist Originalgrafik des LS22 Also Leute, wenn ihr ein paar Cent über habt Gönnt euch eine RTX Oder eine GTX Scheint auch mit der GTX zu gehen Ähm Das ist Original Ich, ich weiß Ihr seid das vielleicht bei mir jetzt so Äh, gewöhnt Dass das ein bisschen anders aussieht Aber wenn ich hier Leute, Entschuldigung Ich habe das alles aktiviert Das, äh Moment, ihr seht das gar nicht so gut Aber hier ist meine Maus Also das hier ist, ähm Das sind Einzelheiten Da kann man so Schärfe, Klarheit und so Und HDR-Tönung machen Dann habe ich noch die Belichtung mit drin Kontrast, ne Kennt ihr bestimmt auch Dann hier die Farbe Das seht ihr jetzt hier, ne Mit Tönungsintensität und Temperatur Schärfen Und noch Schärfen Plus So Und da ballert ihr So ein Unterschied raus Muss ich ehrlich sagen Ist das Beste, was ich bisher gemacht habe Also wenn ich so jetzt noch spielen würde Würde ich denken so Was spiele ich da gerade? Ist doch kein LS Na, ihr könnt natürlich auch nur schärfen und so Ich habe einfach diesen Spielfilter als Tipp bekommen Und bin, äh Sehr zufrieden damit Hi Niklas, moin Würmchen Herzlich Willkommen Jo Christoph, mach das Guten Hunger Danke fürs Zuschauen G-TX kann das auch R-TX kann halt dieses DLSS und so weiter Aber das, was du da hast Das stimmt R-TX ist mit diesem DLSS Ja, ja, ja Und mehr FPS, ne Ja, ist das schwer Eine Grafikkarte einzubauen? Nö Ist doch nur rausziehen und reinstecken Die neue Du musst halt gucken Ähm Ich kenne mich nicht so gut mit PCs aus Aber ich glaube Man muss ja irgendwie darauf achten Dass die miteinander Ähm Zusammenarbeiten, ne CPU, GPU Netzkabel und sowas Äh Franz mit Alt-F3 Guck mal, die warten hier sogar auf mich Das ist aber nett, dass die mich hier rauslassen Äh Master of Terror Ja, die, ähm Kann ich auf den Discord mal reinpacken Um 13 gibt es Krautrouladen Ich habe immer noch nichts gegessen hier Man muss es halt nur richtig machen Ansonsten gibt es ein Problem Ja, also ich persönlich, Leute Ich würde mich niemals an meinen PC-Bau machen Muss ich ganz ehrlich sein Ähm Ich habe mein PC zusammenbauen lassen Durch ne Firma Und ich würde mich auch niemals selber dran trauen Dafür Hab ich Dafür bin ich einfach zu blöd Ich sag's wie es ist Dafür kenne ich mich einfach mit PC nicht gut genug auf Äh Aus Um zu sagen Ich mache es selber So Hm Auf jeden geilen Stream Erstmal Schokorie So Drück mal bitte Alt und Z Was passiert bei Alt und Z 1 mit 4 Autos Bastian 1 mit 4 Reifen Was ist mit dem Verkehr los Warum steht der überall Also auch gut Ich finde die Shader richtig toll Nur als Modern Nicht immer so gut Weil das dann die Map Verfälscht im Aussehen Ja aber ganz ehrlich Kein Plugs Ich finde es so einfach nur geil Macht mega viel Spaß Wenn ich ein PC zusammenbauen würde Würde er nach ein paar Sekunden explodieren Wenn ich einen bauen würde Dann wären erstmal die Schrauben wahrscheinlich ab Obwohl das würde ich noch hinbekommen Ich bin ein guter Heimwerker So ist es nicht Aber PC-Bau Katastrophe Oh Jetzt hat es kurz mal geleckt Na das passiert auch bei den besten DD-Servern Dass sie einmal kurz am Längen sind Die RTX 4090 kostet 620 Euro Das ist noch billig Ich glaube es gibt doch jetzt Gibt es nicht jetzt eine 5090 Oder ist die 4090 schon die neueste Die kostet doch irgendwas um die 1000 Alter du musst doch dieses Franz du baust mal dieses RTX Menü Ähm GeForce Experience musst du runterladen Da hast du recht Privat habe ich auch einen Shader Siehst du da ich kein Modder bin Spiel ich halt gerne mit Shader Aber ich weiß halt nicht Ob man das über die Grafikkarte Überhaupt ein Shader nennt Weil es gibt ja auch Shaders Die du dir herunterladen kannst Für den Ls ne Man sollte sich auf jeden Fall Sorgen machen Wenn man nach dem Zusammenbauen Ein paar Schrauben über hat Ja aber das hast du doch auch bei Schränken Baust einen Schrank auseinander Ziehst um Baust ihn wieder zusammen Oh Ich hab hier noch zwei Schrauben Das ist doch immer so Schraubst am Roller rum Ja Vergaser raus Säubern Großer Vergaser rein hier 70 Kubik Zylinder Baust wieder zusammen Warum hab ich denn jetzt hier Fünf Schrauben und noch zwei Abdeckplatten Oh Ach ja Ins Döschen legen Wird schon passen Mein Rührei mit Toast war lecker Jetzt noch ein Kaffee schwarz mit Zucker Schwarzer Kaffee wie meine Seele In der Firma sagen sie Teufel Zu mir Aber bitte aus der PG Tasse Hier steht ein Annaborger rum Leute was ist denn hier los Kann man einer bitte die BGA aufräumen Was ist denn hier passiert Warum steht da oben Steier Ja man kann es glaube ich nennen wie man will Ja ich nenne es einfach einen Grafikkartenschader Ah sehr gut Drohnenpillow Siehst du läuft doch Ich zocke LS22 Schau nebenbei dann stream Landwirtschaftssimulator 22 Vielen Dank Dein Name sagt schon alles ne Oliver Wo holst du dir denn den LS23 Gibt's den dann für Gameboy Oder wofür holst du den Hey Leo Perfekt Dann hast du eigentlich Die richtigen Suchbegriffe eingegeben Landwirtschaftssimulator Ich habe eine RTX 2070 Super So nennt sich zumindest meine Es gibt eine 2070 und eine 2070 Super Die ist nochmal Ein Ticken besser Was für ein LS23 für die Ja das wollte ich nämlich auch wissen Ob das dann für Gameboy gibt oder so Hi Nils Guten Tag Schön dass du da bist Willkommen live streamen Ich habe eine RTX 3060 Die sind ja so schweineteuer geworden Eine Frage Ich habe vor ca. 2 Stunden mitgespielt Wenn ich jetzt mitspiele Kriege ich dann wieder Bann oder nicht Jetzt dürftest du rein Und ich wieder drauf Bin drauf Rate mal was ich mache Ja BGA Profi Iceman Moin Du lebst auch noch Wie geht's dir herzlich willkommen So ist frei Ne da kommt Häckseln ist geil 36 ist nicht teuer Nö Nein Franz du brauchst noch die G-Fox Experience Das ist eine Software Die du dir herunterladen musst Erst dann hast du den Zugang Gotthauer Servus Hm lecker Ja Pachi sehr geil Bei mir steht da Für dieses Für diese Funktion Benötigt mein unterstützendes Spiel Elias Fahr Was macht Elias Ähm Das unterstützende Spiel Ist ja der LS22 Hatte vor kurzem irgendwo ein Video gesehen Wie LS23 angekündigt wird Das ist Aliva Totaler Quatsch Es wurde kein LS23 angekündigt Und es wird auch kein LS23 Dieses Jahr geben Dieses Jahr wird es Den Season Pass Year 2 Für den LS22 geben Mit Einem Inhalt Von 5 DLCs Wollte ich nun mal sagen Okay Wenn Leute schon den LS23 kennen Und du als Giants Partner Weißt nichts davon Ja echt Also ich muss Giants anschreiben Ich fühle mich hier total vernachlässigt So geht das aber nicht Mich hier einfach links liegen lassen Und euch allen hier schon mitteilen Dass es ein LS23 gibt Ist mein Ostsee Bastian moin So Marco Guten Morgen Ja klar Als mein bestens Das erste kommt doch im Frühling Über Maisballen Oder genau Jetzt im Frühjahr Also erstes Quartal Ist das erste DLC geplant Das Beinhaltet irgendwas mit Maisballen Man geht davon aus Weil Auf dem Bild Ist ein Maisballen abgebildet Ich kann euch das auch gerne Nochmal kurz zeigen Ich suche das mal kurz raus Sven Guten Morgen Wie findest du Season Pass 2 Ich freue mich drauf Bin echt gespannt Vor allem man kriegt Für das gleiche Geld So wie der Season Pass 1 gekostet hat Year 1 kostet genauso viel Wie Year 2 Kriegt man ein DLC mehr Und Wenn ihr euch jetzt schon Den Season Pass Year 2 Vorbestellt Bekommt ihr jetzt schon Ein Bonusfahrzeug Was ihr jetzt schon nutzen könnt So Und zwar Ich guck mal kurz Hallo Knight Grüße dich So Ich guck mal kurz Ob ich das jetzt auf die Schnelle Wartet mal Das kann ich ja so reinziehen Ich muss noch kurz auf meine Festplatte Season Pass 2 Da kommt das Bild So Das ist der Season Pass 2 Ja Farming Season 22 Year 2 Season Pass Erstes Pack Take Balling A Step Future Und da ist ja Ein Maiskolben abgebildet Also es wird irgendwas Mit Maisballen sein So Pack 2 Maschinen Für die Berge Also irgendwas In Richtung Bergmaschinen Weiß jetzt nicht Ob es vielleicht So ein Schreitbagger wird Der hier mit diesen 4 Reifen Die er einzeln bewegen kann Oder so Ich hab keine Ahnung Wird aber wohl irgendwas Wieder für eine bergische Map sein Dann Pack 3 Ist ein Bonus Pack Da gibt es noch gar keine Infos zu Hier geht es anscheinend Erstmal darum Dass der Philippe Ein Abo raushaut Vielen Dank Philippe Auch für dein Abo So Pack 4 Irgendwas mit Mist Gülle Mist Sieht für mich aus Wie ein Misthaufen Der hier am stinken ist Da scheint was zu kommen Und Pack 5 Wird das größte Pack Welcome to Ja Angeblich haben welche Das schon entziffert Das ist wohl Irgendeine altdeutsche Sprache Ich weiß jetzt nicht genau Was es war Haben wohl schon Den Mapnamen entziffert Ich halte mich da komplett raus Es wird aber eine neue Map Und wohl eine neue Fruchtart Und zwar eine Karotte Ich weiß In dem Infovideo Habe ich Mais gesagt Maiskolben Ich war total durch die Spur Irgendwas mit Karotten Könnte hier sein Okay Also dass ihr da schon mal Bescheid wisst Und das ist alles Inhalt Und diesen Pass Könnt ihr euch jetzt Bereits schon vorbestellen In der Videobeschreibung Bei mir Findet ihr den Unterstützerlink Für die PC Zocker Egal ob Steam Oder auf CD Gönnt euch den Unterstützerlink In der Videobeschreibung Ihr zahlt keinen Cent mehr Unterstützt mich Und Giant Software Weil ihr kauft direkt im Giant Store Und dann könnt ihr direkt Mit dem Zusatzfahrzeug Mit dem Bonusfahrzeug Schon loslegen Vielleicht auch neue Tiere Wie zum Beispiel Kaninchen Ja wäre ja auch eine Möglichkeit Ne Hallo Bass Ja moin Wäre auch eine Möglichkeit Dass die neue Map Zum Beispiel auch Kaninchen mitbringt Weil Kaninchen essen Möhren Aber Bleibt abzuwarten Ja LP Trade Ich war da ein bisschen Neben der Spuren Ob wirklich Ist ein Maiskolben genannt Giants wäre doch schön dumm Wenn sie einen neuen LS gibt Weil die neuen DLCs kommen Wenn dann der 23 für das Handy Genau Also wenn ein neuer LS kommt Dann kann ich mir persönlich auch vorstellen Dass es einer fürs Handy wird Weil es macht absolut keinen Sinn Einen neuen LS Teil Für PC rauszubringen Während hier noch DLCs entwickelt werden Das wäre ja Das wäre einfach nur dumm Wenn die das so machen würden Und das machen die auch so nicht Das ist Das ist Ne Das ist nicht unternehmerisch Sehr geil Apathisch mit SnowRunner Sehr geil Äh Jackie Ich werde die mal auf Discord posten Ja Versuche dran zu denken Was ist das für ein Zusatzfahrzeug Ähm Ein kleiner Radlader Der erste Radlader von Volvo Glaube ich war das Der auch ähm So ein ähnlicher Wie er auf der Silverman Forest fährt Nur ein bisschen größer Ich kann die auch gerne mal Moment Jetzt muss ich erstmal hier gehäckselt werden Wenn ich jetzt stehen bleibe Dann drängelt sich Soccer Bro vor Obwohl Soccer Bro drängelt sich nicht vor Ein Moment Der drängelt sich nicht vor Der wartet kurz hinter mir Ich zeige dir kurz Was du Was du sehen wolltest Du meintest jetzt Was da für ein Zusatzfahrzeug ist Also wenn ihr euch den Season Pass Jetzt kauft Bekommt ihr den hier Als Zusatz Den BM Volvo Ich weiß nicht wie er heißt 156 oder so Auf jeden Fall Der etwas größere Radlader Den bekommt ihr dann als Bonusfahrzeug Und den könnt ihr auch sofort im Spiel nutzen Äh Trains von Luis Das ist die Ostseeküste VMS VSM Philipp Herzlich Willkommen Dankeschön Timo Vielen Dank für deinen Support Leo Weiß ich noch nicht Guten Morgen Sebastian Was habe ich noch Markus Wann ist der Wechsel Jetzt gleich Lass mich Lass mich noch einmal Guck hier Soundprobleme Ich höre meinen Sound nicht mehr Weil jetzt 1 2 3 4 5 Maschinen Wieder auf einem Feld Dann Packt bei mir komplett der Sound rum Lass mich noch einmal kurz hier voll machen Und dann wechseln wir nochmal durch Das erste DLC ist für den Für Quartal 1 Also jetzt fürs Frühjahr geplant Weißt du schon was von dem neuen MF Der in den LS22 kommen soll Nein leider nicht Was genau ist eigentlich die Geforce Experience Ähm Weiß ich nicht Nils Also Ist jetzt schwer zu erklären Ist auf jeden Fall die Möglichkeit Deine Grafikkarte zu nutzen Dass du Helligkeit Kontrast Farbintensität Und sowas alles umstellen kannst Weißt wer warum der Schalthebel auf der PS4 im LS22 geht Sabine Weil er leider nicht unterstützt wird Giants kann das Ja Kann das leider so weit nicht einbauen Umsetzen Wie auch immer Sodass es alles möglich wäre Wie auf dem PC Das geht leider nicht Okay Franz Schön dass du mit dabei warst Dankeschön für die Wildcard Und bis zum nächsten Stream Also ich weiß noch nichts vom MF Keine Ahnung Hallo Bastian Moin Man hört ja immer viel Aber ich muss ganz ehrlich sein Vom Hören kann man sich auch nichts kaufen Deswegen versuche ich mich auch grundsätzlich bei solchen Aussagen aber rauszuhalten Weil das Problem ist immer Sag mal Sophie du musst bis 50.000 zählen Das sind noch 56 nicht 16 Ähm Das Problem ist immer wenn man Wenn ich jetzt als YouTuber sage Ja jetzt hier im Februar kommt ne neue MF in den LS Und der ist im Februar nicht da Was meint er was dann los ist Äh ja Pichoko hat ja gesagt er kommt Ja deswegen Ich halte mich bei sowas wirklich sehr gerne raus Hallo Philippe Guten Morgen Schön dass du da bist Tschüss Bastian Machs gut Warst ja nicht lang da Bei DTG ist Leak in einen Spezialisten Aber es kommt dann nie raus Was auch immer DTG ist Aber ja Night Machs gut Tschau tschau Vielen Dank fürs Zuschauen Kann man jetzt noch den Year One Pass kaufen Ja Auch gerne über meinen Unterstützer Link Den Volvo habe ich mir an Nikolaus gekauft Sehr geil Ich habe mit dem Fan Neuer Wario Black Beauty gekauft Und kann den nicht nutzen Was heißt du kannst den nicht nutzen Du meinst den Den Zusatz Schön am Blitzen Wie schön am Blitzen Äh Train Spider Lewis Ich habe eine RTX 2070 Super Mark Guten Morgen Kein Problem Party Weißt du was ein Aufbereiter ist Der irgendwie Material verbessert Warum wird der nicht unterstützt Ich weiß nicht Nils Ob das Sony nicht wollte Ob das Giants nicht hinbekommen hat Ich habe keine Ahnung Ich bin kein Spielentwickler Ich kenne mich damit nicht aus Achso LP Train Okay Und da wird Wieso Wurde da viel erzählt Das und das kommt Und dann kam es nie Oder was Moin Felix Ich grüße dich Schön dass du da bist Simon Sobald ich jetzt voll bin Wechseln wir durch Dann können wieder Neue Leute join Aber muss ich natürlich erstmal Auf dem DD Server gucken Wer wie lange jetzt auf dem Server drauf ist Mega geiler Stream Leute Wir haben gleich die 50.000 Ihr solltet auf jeden Fall nicht abschalten Dann ist Eskalation pur hier 50.000 Das ist Das ist ein Meilenstein Der ist unglaublich Das ist wirklich ein Meilenstein Die PNY NVIDIA GV100 Ist die teuerste Grafikkarte der Welt Und kostet 17.800 Euro Wird sich doch verkack eiern Ne Grafikkarte Für 17.800 Euro Was kann die so gut ist Was die anderen nicht können Ich bin noch nicht voll Ey Ey Pink Lady hier Ich bin noch nicht voll Boah schrecklich Mann Ich schieb den jetzt weg hier Hau ab So Jetzt bin ich voll Jetzt kannst du gerne übernehmen Ich kann mich noch dran erinnern Als du 10.000 ausgeknackt hast Ich mich auch Luis Ich mich auch Hallo Michael Nein wieso Ich bin noch hier Ich brauche das Key Passwort Um mit dem Fan zu spielen Ja Luca Luca Hast du dir denn wirklich gekauft Oder hast du dir irgendwo gezogen Weil Wenn du den gekauft hast Dann kriegst du ja Ein Key per E-Mail zugeschickt Sehr geil Björn Hallo Bastian Moin Ich grüße dich Schön dass du da bist Willkommen Livestream Bin gleich fertig mit dem Mods runter Okay Joel Permabahn wegen Gramm Nein Ich darf das Ja okay Luca Also wenn du den gekauft hast Dann kriegst du eigentlich Eine E-Mail Mit dem Aktivierungscode Mit einem Key Den du dann da eingibst Ich weiß nicht Wo du hast denn dir gekauft Über den Giant Store Ja ist mir egal Wenn ich vollgemacht werden will Dann will ich vollgemacht werden Du hast auf dich zu beschweren Ich schäfe Ich darf So Handy Oh You got a message Ah Der Kev Kev hat ihnen gerade 1,11 Euro überwiesen Ja die Spende kam doch schon längst an Handy Äh Kev Nochmal vielen Dank ne Ich habe eingeben Wie viel kostet die teuerste Grafikkarte Für PC Und dann kam die Okay 17.800 raufende Grafikkarte Kann man den Aktivierungscode auf Steam einlesen Nein nicht auf Steam Johnny Aber wenn du LS22 über Steam spielst Dann kannst du trotzdem den Giant Store nutzen Aber du musst den Code nicht über Steam aktivieren Sondern du aktivierst den dann im Giants E-Store Ich komme gleich wieder Mittagessen Cedric Alles klar guten Hunger Kein Problem Party Blitzen sagt man hier bei uns Wenn die Mais häxeln Mais blitzen Achso Ich hätte gesagt Iceman du wärst Dein Job wäre Halt ein Blitzgerät aufzustellen Du wärst uns irgendwo Eine Hauptstraße am Blitzen oder so Hätte ich jetzt so gedacht Mais blitzen Habe ich auch noch nie gehört Auch ne coole Sache Auf jeden Fall Leute geiler Livestream 500 Zuschauer Wahnsinn Also das ist schon Das war schon War schon wieder echt sehr geil Und wir haben fast 1000 Daumen Freunde 1000 Likes Wahnsinn Geiler Stream hier Geiler Stream Ich verstehe das nicht Dann kaufe ich lieber über Steam Bevor ich nach was falsch mache Schade Johnny Aber kein Problem Dann mach das Kannst du dir Selbst entscheiden Wie du das gerne machen möchtest Kannst du überhaupt durch das Fenster schauen Durch welches Fenster Johannes Hier oder was Das ist ja nicht dreckig Das mache ich immer schön sauber Hallo Scania Moin Und habe es heute geschafft Mal nicht das Frühstück zu verpennen Ja aber fast mein Livestream Also wirklich hier Frühstück verpennen Das ist Jacke wie Hose Man sollte den Livestream nicht verpennen Boah Boah Wenn die so lenken Dann kriege ich echt Angst Scheffe darf alles hat immer recht Und Paragraph 2 Wenn Scheffe mal nicht recht hat Tritt Paragraph 1 Automatisch in Kraft Genau so sieht es nämlich aus Hier Scheiniger Eck hat Vorfahrt Voll hat Vorfahrt Da musst du ein bisschen drauf achten Mein Freund Dankeschön Scania Das ist die Ostseeküste Ich muss noch die DLCs von haben Wir haben keine DLCs auf dieser Map Daniel Ja Moin Daniel Dankeschön Du bist doch Top Supporter des Monats Hier wenn du so weitermachst Danke 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 Achso Die 11 Cent Vielen Dank An dich Und der Franz Haut nochmal 2 Euro Über den Super Chat raus Franz Dir auch Dankeschön Und bis zum nächsten Stream Schön dass du mit dabei warst Danke 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 Mein Kumpel ist mit einem Glas Komplett in mir reingefahren Das ist auch nicht gut Schöne Grüße aus dem wunderschönen Österreich Und vom Acker Bin seit 5 in der Früh am GoBahn Markus Schöne Grüße zurück Ähm Ich bin seit 8 am Zocken Nick Pape Dankeschön auch für dein Abo Herzlich Willkommen So der Luke hatte mir schon angezeigt Wo er es hin haben möchte Er wollte es hier In die Ecke Da sind sie Franz Da sind die 2 Euro Perfekt Trains by the Louis G29 Ach die Mods Leo Ja dann mach das So Robin Moin Grüße dich Mir geht es gut Wie geht es dir Schön dass du mit dabei bist Warum habt ihr keine DLCs auf dem Server Und jetzt weil DLCs Geld kosten Und ich grundsätzlich versuche Dass ihr kein Geld ausgeben müsst Um mitzuspielen So auch Iceman Wir hatten glaube ich über 7 Millionen Liter Mittlerweile Wir haben ja schon einmal wieder leer gemacht So Freunde Lasst mich mal kurz gucken Didi Server Einmal kurz die Infos Wie lange die Leute auf dem Server sind Bis Luke gehen alle raus Okay So Freunde Wunderschönen Wechsel hier Joint gerne im Server So die bleiben noch Die sind noch nicht lange drauf Da gucke ich auch gerne noch einmal Genau Luke hat 17 Janik 12 Internfug 4 Patz 3 Shangja 0 LS Gamer 0 Okay So Freunde Das war der Wechsel Gleich kommt der nächste Wechsel Lewe Siehst du oben in der Mitte 52 Abos noch Freunde Sagt nochmal allen euren Freunden Bescheid Und dann wisst ihr nach wie vor Das Abos kostenlos So Simon Sehr geil Wir müssen jetzt mal kurz warten Bis die Leute gejoint sind Weil da vorne steht Ein Trecker im Weg Hörst du nicht Warum was denn So Maximilian Guten Morgen Wir müssen kurz warten Bis er jetzt hier rausgefahren ist Oh Promanz hat ein Update Auch gut Das ist ein McCormick Funzeln aus Nö Wieso Du hast sie doch auch an Warum soll ich meine Runde beleuchten Dankeschön für 950 Abos Hennes Aufs Seeküste Und wie gesagt Ihr dürft Sehr gerne Unserverjoinen Wir haben hier noch Ein bisschen Platz So Nochmal kurz Das Schild umdrehen Das hier steht auch schon wieder falsch Arbeitsscheinwerfer Lass mich doch Und das ist nur Licht Das sind keine Arbeitsscheinwerfer Das ist das Fahrlicht Die Arbeitsscheinwerfer befinden sich oben Der Server läuft übelst flüssig Da guckt noch mal ganz genau Komm wir gucken mal zusammen Das sind doch keine Arbeitsscheinwerfer Ja warte So So Das ist aus Tagfahrlicht Das sind ganz normale Scheinwerfer Und hier ist mein Fernlicht Fernlicht Kein Fernlicht Hä Ich weiß nicht was der von mir will So Wie heißt die Map Lenni Immer noch die Ostseeküste Kann mal bitte einer in den McCormick rein Tür zu Der will ich ihn dann nicht mal rumschreien Hört Der schreibt sich die ganze Zeit an Halt die Klappe Wo jetzt LsFarmer Dankeschön fürs Abo Herzlich Willkommen So Ja Ah Julian Okay Sehr gut Kommen wir jetzt fahren Ne Jetzt kommt da noch der Helfer Was ist das für ein Jandier Auf dem Titelbild Äh Siebener Müsste das eigentlich sein Aber leider nicht Crossplay Deswegen hab ich ihn hier nicht mit drauf Können wir leider nicht nutzen So Weiter geht's Freunde Weiter geht's Freunde Ja Nicht am Pfeiler hängen bleiben Doofes Gewicht hier Der Traktorkrieg Ja echt hier Hi Nico Bin ja aus dem E-Stream Moin Schön dass du da bist Danke fürs Einschalten Spielst du die Karte auch weiter Nach dem Update Auf jeden Fall Ostseeküste werden wir weiterspielen Vor allem in Richtung Viehbetrieb Wir zocken die Map auch Und da muss man echt sagen Props an den Modder Die Map ist echt schön gemacht Ja Auf jeden Fall Schöne Wege Schöne Straßen Genug Kollisionen Verkehr Fußgänger Alles echt top Im Modder Gibt's ein McCormick X8 Mit rotem oder blauem Tag Falle ich Warum hab ich den Noch nicht gefunden Daniel Der 30er Ja moin Heute ist so ein schöner Tag Lalalalalala Heute ist so ein schöner Tag Schalalalalala Weil heute So ein schöner Tag ist Daniel Wahnsinn Vielen Dank Wow Leute Herzensspam für Daniel Leute Kommt Ich will jetzt hier 340 Namen Mit dem Herzensspam lesen Daniel Vielen 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 Dank Entscheindend sogar Inklusive Kostenübernahme Heute ist so ein schöner Tag Lalalala Dankeschön Daniel Und Sachsenanhalter Agrar Vielen Dank fürs Abo Nico Servus Moin Grüße dich Dankeschön Daniel Wahnsinn Support Von dir kommt dem Kanal zugute Echt toll von dir Vielen Dank Hallo Bastian Moin Achtung Schild So Nicht mitnehmen hier Kannst du mal mit dem 800er Fan fahren Oh Der ist aber so schön hier Mein Mein Vetter 942 Luca Moinsen Grüß dich Ja so sieht das gut aus hier Tu mir einen Gefallen Hör auf zu singen Lalalala Ich kann es verstehen Wenn der abschaltet Ja wieso DSDS läuft doch wieder Man hat mir gesagt Ich soll mal da hingehen Nein Freunde der guten Unterhaltung Lassen wir so Vielen Dank Daniel Geiler Support von dir Kommt dem Kanal zugute Spiel mal LS22 Auf einer sehr alten und schwachen PC Ich möchte immer wissen Wie der dann in die Knie geht Soll ich mir jetzt einen alten und schwachen PC kaufen Oder was Wann fährst du Hexler Sorry dass ich immer frage Aber ich liebe es zu sehen Wenn du Hexler fährst Echt Ich wollte aber heute Abfahrer Bremst jetzt bloß nicht Halt Abstand Mein Freund Ich bin mal angst Wenn Zuckerberg hinter mir fährt Dann gibt das hier nur Knallerei Bin ich falsch? Nein ich bin richtig Oh Immer noch dran Ist der Hexler besetzt Sascha Oh Sascha Der Sascha Der sitzt da drin Der dreht jetzt an den Däumchen Raucht bestimmte Zigarette Ist ein Döner Und macht mein Johnny ganz dreckig hier Er hat gar keinen Abfahrer Der arme Kerl hier Armer Kerl Komplett ohne Abfahrer Das ist natürlich immer doof Wenn die Hexler stehen Hallo Kannst du mich schon Hallo Joel Ich grüße dich Schön dass du da bist Äh Wollen wir schon genau jetzt Okay Ken Plex Schaue ich mir später an Dankeschön Ja natürlich Also ihr dürft mich auch gerne Auf Instagram anschreiben Freunde Da habe ich gar kein Problem mit Ist äh Gerne gesehen Der hat hier noch Eine ganz schöne Ecke Da geht es mich noch einmal Um die Bäume herum Das wäre doch auch mal was Klar Nils Da kann ich ja auch Diese Commodore C64 Version spielen Oder Bastian grüße dich Schön dass du da bist Hättest du gekommen Lost Ellie Moin Wie geht es dir René gut gut Wie geht es dir Schön dass du mit dabei bist Ich finde es geil Mein Rücken macht mit heute Also noch Alles okay Noch geht es ihm gut Noch ist er fit Mühe sag Ich wollte ja so lange zocken Bis meine Frau mir schreibt Dass sie nach Hause kommt Wir schauen mal Wie lange das ist Wie war das hier Mit nicht 60 über die Felder fahren Das macht das Feld kaputt Wolltest du noch mal sagen Ne Ich darf das nicht Aber die anderen Oder was Oh oh Gleich sind wir unter 300 Leuten Nach fast 4 Stunden Das ist der Wahnsinn Und noch 8 Däumels Leute 8 Likes noch Wir haben die 1000 1000 Likes Haben wir das letzte Mal Vor fast einem Jahr geknackt 1000 Likes In einem Livestream Absoluter Wahnsinn Leute Das ist einfach nur geil 1000 Daumen Ist für mich verdammt viel Muss ich wirklich sagen Klar Guten Moin Nicht zu vergleichen Mit dem LS22 Preview Livestream Mit Ich glaube 2,5 Thomas Heute ist so ein schöner Tag Lalalala Dankeschön Ich mach auch mal mit beim Spenden Heute ist ein schöner Tag Lalalalalala Heute ist so ein schöner Tag Lalalala Hälfte Roll On the floor On the floor Vielen 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 Dank Thomas Geiler Support Leute Ich will den Herzens bei mir sehen 1000 Daumen sind auch drin Vielen Dank dafür Was ein Stream hier Was ein Stream Unglaublich Vielen Dank Leute Besser kann es nicht sein An einem Sonntag Wirklich Besser kann es nicht sein Moin Winston Herzlich Willkommen Cedric Schön dass du da bist Willkommen Livestream Viel Wahnsinn Black Wolf Ähm Okay Let's Fahren wir Dann nehme ich dir mal Als Vorbild Eigenwerbung stinkt Solltest du echt mit aufpassen Dankeschön Wie lange ist Du noch Open End Was hast du geschafft Wie was habe ich geschafft Fabian Moin Das wurde aber auf einmal schief An der Klippe Ja da musst du echt aufpassen Ne Da musst du echt aufpassen Auf jeden Fall So nächste Tour Moin Moin Hallo Black Angels Servus grüße ich VGS Marvin Schön dass du mit dabei bist Ich habe ein Abo reingeschnallert Dana Dankeschön Dana Nicht Dana Dana Vielen Dank fürs Abo Herzlich Willkommen Sehr geil von dir Kann ich mit Mal Leon Grundsätzlich darf jeder mitspielen Ja Wie heißt der Mod mit den Stoppeln Elli das ist kein Mod Das ist hier in der Map Fest verbaut worden Du meinst dass die Stoppeln Platt gefahren werden Ne Das ist fest verbaut Servus Was hältst du vom Logitech Geh Farming So ein Control Lenkrad Hallo Fanfahrer Was ist denn jetzt Das Farming Control Lenkrad Ist das jetzt das Sightech Marvin Dankeschön fürs Like Philipp Vielen Dank für dein Abo Kann man auf PS4 Den Kontrolle und das Lenkrad Auf denselben Benutzer spielen Ja kl Ne Moment Ja Doch Doch müsste eigentlich gehen Doch geht Habe ich ja auch gemacht Das geht Du stellst das Lenkrad halt auf PS4 Ne Luca müsste in der E-Mail sein Da hast du das mit dabei Party Gamer Nach wie vor ist es die Ostseeküste Ich muss mehr trinken Ich kriege ich keinen Kopfschmerzen Ihr macht mich aber auch ganz schön fertig heute Moin Maurice Grüße dich Schön dass du da bist Ihr macht mich heute aber auch wirklich fertig hier Okay immer noch keine E-Mail Sehr gut Würde halt gerne mitspielen PC ist aber kaputt So der lässt mich bestimmt Der will eh rechts abbiegen Der lässt mich auch Dankeschön Wie heißt die Karte Noch immer die Ostseeküste Hast du auch eine Konsole Ja steht vor mir Ich habe noch eine PS4 War aber glaube ich das letzte Mal an Vor Vier Monaten Zwei drei Monate Ja Ne vier Ich war jetzt eher so bei drei Ähm Aber ich glaube so vier Monate War die bestimmt nicht mehr an Ich würde gerne mal mit dir Einen privaten Leistung LS22 machen Nils wofür Du kannst gerne hier mitspielen Privat spiele ich nicht Das ist das Lenkrad mit Seiten Also das ist Hightech Ne Hi Bastian Gut gut Wie geht es dir LS22 Gern mal herzlich willkommen Tausend Drecks Alter Alter Ist das geil Tausend Likes Weißt du so müsste eigentlich jeder Muss ich ganz ehrlich sein Wenn jeder Livestream so wäre Tausend Likes in meiner Kanalhöhe Das wäre einfach nur geil Was meint ihr was dann hier immer abgehen würde Also muss ich jetzt wohl jeden Tag Mais häxeln machen Tut mir leid Hallo GG Grüß dich Leute wir sind Road to 50k Schaltet alle rein Ihr solltet jetzt nichts verpassen Hier Wir sind kurz vor den 50k Hammer Leute Hammer Wie macht man die Warnblinker an Also ich mache das auf Nummer Block 2 Der ist aber allerdings auf der Tastatur Voll hat Vorfahrt Thomas Dankeschön Da müsst ihr bitte immer drauf achten Leute Voll hat immer Vorfahrt Aber Thomas Der macht da Gute Rückwärtsfahrer Hier Der hat Sinn bekommen Ich wäre täglich dabei Ja Würmchen Das habe ich mir schon fast gedacht So ich muss nochmal kurz die Frontscheibe putzen Ich sehe nämlich schon wieder nichts Tanken muss noch nicht sein Gott sei Dank So Aber einmal kurz Aber einmal kurz Einmal kurz Frontscheibe sauber man Ich sehe nämlich schon wieder nichts Ja schon wieder alles dreckig hier Ich spiele mit dem Lenkrad G29 Und der Cytex Seitenkonsole Sehr cool Ich spiele mit dem auch mit dem G29 Und ich habe die Seitenkonsole von LS Seitenkonsole GG Ja kann man Ausrufezeichen mitspielen So Ich glaube ich bin der Einzige Der mit einem gebrauchten Arm im Traktor sitzt Und Grubbert Ja gut Beim Grubbert brauchen wir ja glaube ich nur einen Arm Ein Arm ne So Ich sehe es schon kommen Dass du mit deinen Streams In die Gaming Trends Hier auf YouTube kommst War ich schon Julian Die zwei Livestreams Die allerersten beiden Preview Livestreams Vom LS22 Wo wir über zweieinhalbtausend Zuschauer hatten Sind beide in die Trends Der erste zwölf Stunden Livestream war auf Platz Gab 17 war es Und der zweite Livestream war auf Platz 12 Der zweite Livestream hat nämlich auch über Einhunderttausend Aufrufe Äh LS Seitenzeitung auf die Küste Es steht nicht in der E-Mail Luca Jetzt muss ich mal so fahren Wo Worüber hast du den Fan gekauft? Also über Über welche Äh Internetseite Schade Fanfahrt Kaputt Wieso kaputt? Wie kann ein LS kaputt gehen? Hi Kevin Moin Gut gut Kev Wie geht's dir? Schön dass du mit dabei bist Der Fan da müsste mal bitte auf die Seite gesetzt werden Der steht da Ziemlich katastrophal Bastian Dörr Natürlich kann ich das Grüße gehen raus Schön dass du da bist Gar kein Problem für mich Was machst du denn? Ich häcksel Mais Was soll ich denn sonst machen hier? Mais häckseln bis zum geht nicht mehr Freunde Und grow to 50.000 Abonnenten Ich weiß doch damals Dass Erlengrad live Wo die BGA gebaut hast Erlengrad Ja 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 Haben wir ja diesen Zweimal zwölf Stunden Live Streams gemacht Ab wie vielen Aufrufen kommt man denn in die Gaming Trends? Oh Habe ich keine Ahnung Ich weiß nicht Julian Wie das gewertet wird Das weiß ich leider nicht Äh Patz Was machst du da? Alles okay? Anscheinend nicht so ganz Eieiei Wie kann ich mit Kevin Ausrufezeichen Mitschreiben Ghostbike Guten Morgen Schön dass du dabei bist Willkommen Live Stream Ach geil Guck mal Jetzt sind die sogar schon hier unten Am häckseln Auch nicht schlecht Kurze Fahrwege Ich frage mich aber immer noch Ah jetzt ist da schon wieder Ich frage mich immer noch Was mit dem Verkehr los ist Warum der an so vielen Stellen Jetzt stehen bleibt Guck mal die Schilder sind doch Eigentlich total einfach Vor allem die stehen ja Wirklich gar nicht im Weg Also die stehen ja wirklich Sehr am Rand Ne Auf PS4 im Playstation Ach im Playstation Store Ja Moment mal Im Playstation Store Hast du dir den Fendt gekauft Für einen Euro Glaube ich ne Moment mal Im Playstation Store Hast du dir den Fendt gekauft Dann müsste der eigentlich Das muss ich mal überlegen Dann müsste der doch automatisch Eigentlich dabei sein So kenne ich es Hast du den Fendt Hast du den der den Preview Code Geworden hat Nochmal gesehen Du meinst wo ich den LS22 Verlust hab Äh Ja zwei Dreimal danach noch Jetzt leider nicht mehr Es ist auch leider so das Problem Das ähm Es ist leider so Viele die was gewinnen Die siehst du danach nie wieder Das ist halt schade drum Ne Ich hab mir schon überlegt Irgendwann mach ich das mal Wirklich so Wenn ich so ein Gewinnspiel mache Dann mach ich auch diesen Nur Abonnenten Chat rein Aber Man kann auch einstellen Ich glaub Man muss mindestens seit Einer halben Stunde Oder Stunde Abonnent sein Und die können dann gewinnen Das hab ich ja jetzt herausgefunden Du kannst ja nur Abo Chat machen So und Da hab ich mir jetzt überlegt Wenn wir nochmal so ein Gewinnspiel machen Wie zum Beispiel beim 50.000 Abonnenten Special Äh Dann werde ich diesen Abo Chat rein machen Aber man muss mindestens Ich glaub eine Stunde Abonniert haben Dann können nämlich nicht die Reinkommen Die einfach nur hier sind Um was abzustauben Weil die werden niemals Eine Stunde Den Livestream gucken Um dann da was zu gewinnen Ne Also So seh ich das jetzt So und das Finde ich Ist eigentlich Ne Ne ganz gute Möglichkeit Um dem auszuweichen Weil es gibt ja wirklich Leute Die sind auf YouTube Wirklich Die Geier nach Videos Wo drin steht Gewinnspiel oder so Und dann kommen die da rein Hoffen was zu gewinnen Und gehen wieder Es hängt sich schon mal auf Wenn wir nochmal neu installiert Renni wir fahren Ein 942 Hallo Jonas Moin Ja Iceman Bei ihm kommt dann Im Playstation So über die Meldung Der will ein Key haben Aber das mit dem Key Kenne ich eigentlich Nur auf PC Wenn man sich das Im Giant Store kauft Ich hab's mal Mal eine Autogrammkarte Gewonnen Bin aber immer noch dabei Auf dich kann man ja auch Nicht verzichten Thorsten Jonas grüß dich Tim moin Schön dass du da bist LS19 spiele ich nicht Nein Also die Autos Dass die stehen Ist ein Bug vom Spiel Damit haben wir nichts zu tun Sind aber von Giants Schon am reden Okay Kein Problem Mich stürzt nicht Joel bis meine Frau Mir schreibt Dass sie nach Hause kommt Noch hat sie nicht geschrieben So Moment Müssen wir hier vorne Ja rein theoretisch 28 Ne Ich muss auch mal kurz mal aufstehen Ja sehr geil Landwirtzuckerfahrer Ich glaube ich bin seit einem halben Jahr Ungefähr Abonnent Und auch noch Kanalmitglied Was war deiner Meinung nach Der beste LS Teil Momentan Ist der LS22 Für mich persönlich Ja kenne ich auch so Was ich mir alles gekauft habe Bei Playstation Konnte ich direkt Laden Starten Starten Mal Playstation Genau Ja Ja Agra Luca Dann hast du ihn doch Wenn du den Fan installiert hast Dann gehst du jetzt ins Spiel Startest eine Map Und wälzt ihn dann unter Mods aus Denk dran Du musst den bei Mods glaube ich hinzufügen Bananenesser Das glaube ich schaffen wir nicht Wenn du mal guckst Ähm Ich musste mich mal kurz hinstellen Äh Ja Siehst du mal wie die Map Noch aussieht Also ich glaube nicht Dass wir das schaffen werden Guten Morgen Tom Grüße dich Am besten in der Ankündigung Gar nicht ansagen Dass du Dass es was zu winnen gibt Weil sonst auf einmal Das dreifache Zuschauen da ist Ist das nicht gut für mich Clickbait Es ist kein Mod Okay Wenn man den Fanta runterlädt Ist es kein Mod Sondern er ist direkt im Spiel Okay Naja also nein Die ganze Map Schaffen wir heute nicht Ähm Ich wollte jetzt mal kurz am Straßenrand warten Weil fällt 28 Ich glaube wir brauchen uns Aber ich glaube ich muss auch mal wohin Freunde Freunde der guten Unterhaltung Komm ich mach auch die Tür auf Damit ich hier pupsen kann Ja Gebt ihr mir kurz Äh Fünf Minuten Leute jetzt nicht abschalten Road to 50k Wenn ich wiederkomme Sind es noch ein paar Ich bin Sofort wieder da Gönnt mir Real Life Nicht abschalten Leute Seid dabei Lasst ein Like da Haut ein Abo raus Nutzt die Chance Einmal zum Kühlschrank rennen Was zu trinken holen Was zu essen holen Und dann kommt ihr wieder Dann sehen wir uns Ein paar Minütchen wieder Da respond Ja Ich glaube ich schみ Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da müssen wir echt aufpassen Na, hier sind Achtung Frösche Und da hinten Achtung Wildtiere, also Safety first, man sollte nicht zu schnell fahren Wenn die Frösche nämlich hier über die Straße hoppeln Das könnte mal kurz quietschen, ne Ach, Freunde, guck, da war schon wieder ein wildes Bambi So 9,5, ja, ich Ich finde ein paar Sachen kann man noch korrigieren Es soll ja bald ein Update geben zu der Map Da soll ja noch ein bisschen was korrigiert werden Aber ansonsten, ich finde sie halt sehr schön gebaut Was die Optik angeht Andi, schau mal mal, weiß ich noch nicht Ne, und wir wechseln gleich durch, keine Sorge Eine Stunde, Drell Drell, was hast du für eine Internetleistung? Und vor allem wäre gut zu wissen, ob per WLAN oder LAN verbunden bist Also dein PC oder Wo auch immer du am Spielen bist Gibt es die auf PS4, Sascha? Ja, klar Achso, Max ist voll Ja, Max, ich komme Danke Wusste ich nicht Hannes, siehst du oben in der Mitte Guck mal, da ist der Abozähler 49.973 haben wir Ich würde auch sagen Nils, wenn die Mods seit einer Stunde am Laden sind Hast du nur sehr schwaches Internet Weil WLAN PS4 Katastrophe Also Drell, PS4 ist sowieso langsam Und dann noch per WLAN Ganz großes Problem Am besten immer per LAN verbinden Dann hast du eine wesentlich bessere Verbindung WLAN, das sind immer Einbrüche Und du hast nie die volle Leistung Die dein Internet eigentlich kann Außer natürlich Du hast jetzt eh nur eine 5K-Leitung oder so Ich weiß ja nicht Was du sowieso für eine Leistung hast Eigentlich Nein, Felix Die Switch-Version ist ja eine ganz andere Formelle Die Switch-Version ist ja ganz, ganz anders Was den LS angeht Ich spiele auf Laptop Kann man auch machen, ne? Leon, kein Problem Wie lange spielst du auf Laptop? Bis meine Frau mir schreibt, dass sie nach Hause kommt Oder ich halt nicht mehr kann Wir sind jetzt in der 4. Stunde Nee, eigentlich schon in der 5. Wir haben die 5. jetzt angeboren Wir sind bei 4 Stunden Und 10 Minuten Livestream, meine lieben Freunde Wir sind immer noch dran Florian, welcome back Schön, dass du wieder da bist WLAN ist immer gefährlich, dass man über das Kabel stolpert Ja, da solltet ihr ehrlich aufpassen, Leute Wenn ihr WLAN habt, stolpert mir nicht über das WLAN-Kabel Also ihr solltet das echt irgendwie in ein Rohr einpacken Und am besten in den Boden versenken oder so Boah Oder über die Decke abhängen, meinetwegen Ich mach dir so eine abgehängte Decke Und versteck das Kabel da drin Da müsst ihr echt aufpassen Die Switch-Version ist die gleiche wie auf dem Handy Nein Oder? Na, von der Grafik her würde ich sagen Ist die Switch aber ein bisschen besser, oder? Ja, Werner Moin, grüße dich Nächste Woche kommt mein DPS5 Joel Sehr gut Und dann empfehle ich dir Verbind die PS5 per LAN Nicht per WLAN Also mit Kabel LAN Kabel Ganz, ganz wichtig Vlogs, sehr geil Freue ich mich Dankeschön Wann ist Wechsel? Black Dog Ich schaue gleich mal ins Menü rein Wie lange die Leute auf dem Server sind Lasst mich hier noch kurz voll häckseln Und dann kann ich in aller Ruhe mal reinschauen Ja, Sascha Ich würde sagen, genug Abfahrer hast du, ne? Ist nach dem Update alles gemacht weg Es ist noch unsicher, ob man für das Ostseeküsten-Update Eine neue Map braucht Oder einen neuen Spielstand Nicht neue Map Einen neuen Spielstand Das WLAN-Kabel ist echt gefährlich Wann man das auch nicht sieht Ja, das ist ja das Schlimme Du siehst das einfach Du stolperst da noch drüber, ne? Meine Freundin hat sich bei der Stream-Wiederholung Von Samstag kaputt gemacht Da du mich angemerkt hast Bezüglich der Schilder So geht das Brownside, lasst euch überraschen Soll ja ein Special sein, ne? So Bin schon fast wieder voll Habt ihr ein Bild vom Mod-Norter von der Münchenkasse? Dort habe ich den McCormick Okay, gucke ich mal rein Dankeschön, Thomas So, jetzt gucke ich mal kurz Was die Spieler angeht Ob wir einmal durchwechseln Ja Das sieht doch, glaube ich, danach aus So, lasst mich mal kurz gucken Da haben wir Patz So, Patz Scharing hat Schuh Halbe Stunde ist voll 36 Minuten sogar Fendt Thomas ist voll Max ist voll So Die dürfen noch ein bisschen Okay So, das war ein schöner Wechsel Leute, die nächsten dürfen reinkommen So, ich muss ihn jetzt hinterher Kommt jetzt gerade hier die Synchronisierung Wundert euch da bitte nicht drüber Sonja Ja, moin 12er Vielen Dank für 12 Euro Über den Super Chat Guck mal, hier ist schon schön Einer quer Feld gefahren Ah, schön Wer war das denn hier? Schade, dass ich den nicht erwischt habe Der hat direkt Permaband bekommen Nee, also hier Okay, ich muss den tatsächlich folgen Ja, gut Kein Problem Vielen, vielen, vielen Dank Sonja Für deinen Support Leute Haut mein Herz in Spam Für Sonja raus Dankeschön Ich fahre dir mal gerade hier hinterher Was machen die? Wo ist Sascha? Achso, Sascha Sascha, komm mal hier zu Feld 27 Da kannst du gerne mal helfen Niklas, noch so eine Aktion Permaband Kilian Moin Grüße dich Schön, dass du mit dabei bist Oh, da am Strand müssen wir mal noch dran arbeiten, oder? Also was ich cool finden würde Ken Planks Ich weiß nicht, ob du das vielleicht mal in den Modder so weitergibst So für Realismus So ein paar Sonnenliegen gehen Ein paar Sonnenliegen Ein paar, ähm Strandkörbe Ein paar Sonnenschirme Kann man vielleicht auch da einfach ein paar Personen hinsetzen, oder so Wer hat einen Wendestreifen gemacht Achso Entschuldigung Ich nehme alles zurück Achso Jonas Liebe geht raus Sorry Ah, so Ja, klar Ey, geil Okay Äh Entschuldigung, dass ich gerade so Alter Jetzt bin ich gerade ein bisschen baff Er hat einen Wendestreifen gemacht Okay, äh Geile Idee Okay, Entschuldigung Das wusste ich auch Schande über meinen Haupt Jetzt schäme ich mich aber wirklich hier Ach, guck mal Tankstelle Ah, geil Ja, das ist natürlich eine geile Sache Alter Alter, nur noch 25 Abos Ich weiß, was heute passiert Kannst du schon mal einen neuen Stuhl bestellen Wenn es dich gewaltig vorm Hatter haut Okay Äh, geh gleich mal shoppen Sehr geil Äh, Carmen Ein Ausrufezeichen mitspielen Also das ist geil Ein Wendestreifen hat er gemacht Äh, nicht schlecht Also Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Weil sowas kannte ich noch nicht Dass man dann einmal mit einem Hexen so im Kreis Aber das ist natürlich Das ist schlau Und dann muss man nicht die ganze Zeit hinterher fahren, ne Okay Okay, sehr geil Über 1000 Likes Ja, Sven Geiler Livestream, ne 1000 Likes haben wir das letzte Mal Vor knapp einem Jahr gepackt So in den ersten LS22 Livestreams Und jetzt einfach mal hier Buy my sex hin Die 1000 Likes voll Also sehr geil, Leute So Wie sieht's jetzt hier aus Herr Bro Eck würde gerne mal raus Könnten Sie mich bitte einmal rauslassen Auf der Web gibt's schon Strandkörbe Okay Also ich hab mir den Strand noch nicht so genau angeschaut Aber okay Carmen Mama Ausrufezeichen Server Also wahrscheinlich die falschen Suchbegriffe Hab ich eigentlich immer noch meine Weste an Oh, schrecklich Lass mal wieder mein Hemd hier anziehen So Bin mal afkar Alles 22 Gern mal alles klar So, sorry bro Katze Fährst mal deine Pink Lady nach vorne Wir möchten hier gerne mal raus Bin durch den zweimal zwölf Stunden Auf dich gestoßen Bin dabei geblieben Und bereue gar nichts Du bist echt der beste Lestreamer Vielen Dank, Luke Du solltest auch den Anhänger mitnehmen Der gehört dazu Ab jetzt gilt Mais häckseln auf Toilette Nein So, Klaas Du müsstest mal ein Stückchen vorfahren Weil der Verkehr nicht an dir vorbei will Ja, jetzt Das sieht gut aus So, ist wunderbar Sehr gut Ey Warum macht der immer den Verkehr aus? Zack, aber du musst nicht immer den Verkehr ausmachen Nur weil die hier mal kurz stehen Lass einfach den Verkehr an Dankeschön Patrick macht sich wieder nackig Nein Server ist leider direkt voll Ja, Janik Es spielen Viele Leute halt mit Tut mir leid Na Ich versuche immer regelmäßig durchzuwechseln Dass jeder mal drauf kann Wer war das? Moment 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 Verkehr aus an Kann nur ein Admin Hier sind zwei Admins drauf Ja, ja Magie Ich gebe gleich Magie Gleich ist Magie Tudelü Warte Warte Tudelü Wir schieben es einfach mal auf den Back Sag das nicht so laut Hier ist ein Kollege vom Modder da Nicht, dass er das ernst nimmt Ey Wer hat die längere Leitung Tudelü Kann man jetzt als Admin wieder joinen? Ne, ne Wenn Permaban raus ist Dann kann er glaube ich auch nicht mehr Oh, wer hat den längeren Hebel hier Ich wollte nur mal kurz zeigen Wer hier Chef ist Ach ja Ich hab dich auch lieb So Ein Platz ist frei Ach ja Ähm Passwort kennste Ein bisschen Spaß muss sein Dann kommt das Glück von ganz allein Alle mal Hashtag Freiflug In den Chat bitte Alle meine Kanalmitglieder Können das Den Smiley nutzen Bin wieder da Aber auf dem Einsatz Manchmal frage ich mich Wofür ich eine Grundausbildung gemacht habe Dafür, dass du dann vergisst Wie man Feuerwehrschlauch ausrollt Oder was Leon weiß ich nicht Schauen wir mal Leon ausrufezeichen Discord So I got a message Oh ne Doch ne E-Mail habe ich Ne das ist nur Spende Ne Hab noch keine WhatsApp Geht gerne noch weiter Boah die ist aber jetzt schon lange weg Halb elf Zehn Elf Zwölf Ein Drei Stunden schon Mann oh Mann oh Mann Nein komm Wollte ein bisschen Spaß muss sein Zuckerbro weiß genau wie wir Wir zwei verstehen uns Wir zwei sind auch gute Kumpels Und man muss ein bisschen rumalbern Sorgt ja auch für gute Laune Hier im Chat ne Aber Entschuldigung Also jetzt Lieb Ich sehe das schon kommen gleich Kann er mich eigentlich Wartet Zwei Vier Sechs Acht Zehn Zwölf Fünfzehn Ein Platz haben wir glaube ich noch frei ne Hallo Lewe Willkommen zurück Auch ja Zwei Kilometer lange Strecke Mussten wir auf Drecks Ölflecken suchen Oh Okay also einer Öl verloren Und ihr musstet die Strecke abfahren Puh Ey Ey Was gab's denn hier Hier wird nicht überholt Ist Konvoi fahren Deine Frau wartet gespannt auf die 50k Ach meins Und dann schreibt sie so Du hast hier die 50k Ich komm jetzt nach Hause Sven du musst dem Du musst unserem Hof beitreten Sport für zwei Wochen ist gemacht Ah dann seid ihr jetzt zwei Kilometer die Strecke abgelaufen Habt Bindemittel ausgestrahlt Ne Okay Kennst du schon die neue Folge von Feuer und Flamme Ne Die neue Staffel hab ich mir jetzt noch nicht reingezogen Muss ich noch machen Ja Ingo dann Achso auch das Nein Moment Ingo Wir hatten das Passwort kurz gewechselt Zeug aber machst du das Passwort wieder rückgängig Okay der Verkehr ist wirklich noch ein bisschen laggy Da müssen sie tatsächlich noch ein bisschen nachlegen Aber ansonsten klappt's eigentlich Muss ich sagen So Illegales Straßenrennen Ja hier ist Need for Speed So ach guckt mal Wie schön die Schilder hier wieder stehen Luke du hast eine Aufgabe Und du erfüllst sie mal wieder nicht Wofür hab ich dich eigentlich Dafür dass du den ganzen Tag nur in der Nase popelst Oder Mann 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 Immer das gleiche mit denen So Zack Zack Unser gutes Elefantenrein mit dem 7810 war toll Das hatte was ja Wer kann besser schalten Ne Ach geil ey Kommt mir gerade vor wie in der Firma Wenn Kollegen immer rumblödeln Wenn ich und dich und Zuckerbrow erlebe Ja wir blöden rum Und die Kollegen denken sich Boah können die nicht einfach einmal arbeiten Ja das wär auch geil Hat auf jeden Fall was ne Äh Geil die Absperrung die leuchtet ja sogar Aber ist übrigens verboten ne Also lieber Modder du musst dir bitte Dauerlicht machen Blinken ist verboten Ist tatsächlich so Leute Die STVO Ich weiß nicht ob es jetzt da drin steht Zumindest die Diese ZTVs was Absperrung angeht Sehen tatsächlich vor dass Baustellenlampen Ein Dauerlicht ähm haben müssen Und kein Blinklicht mehr Das wurde irgendwie mal abgeschafft Ich weiß nicht ob es 2018 2019 Seitdem sind diese Blinklichter tatsächlich verboten Und es muss ein Dauerlicht entstehen Außer ich glaube auf Autobahnen Wenn diese Spur verengt wird Dann ist mit Blinklicht Aber wenn ihr so ein So ein normales Loch absperren sollt Ich glaube das ist dann Muss Dauerlicht sein Wenn ich das richtig im Kopf hab Ich weiß nicht warum Keine Ahnung Aber ist halt so ne Weil ihr habt jetzt hier Seht ihr ja Habt ihr ja Blinklichter Ich stell die aber auch mal Gerade richtig hin hier Aber ich find's trotzdem geil Ähm Dass das so ein bisschen mit dabei ist Wir haben das hier mit Absicht Auf den Server eingebaut Das soll einfach so ein bisschen Ja den Realismus näher bringen Ne Dass wir uns das Silo hier absperren Ähm Wir hatten die zwei Silos Ja früher auch leer Wo wir mit der Map angefangen Waren die Silos ja leer Und da haben wir Hab ich diese Absperrung einfach In das In eins der leeren Silos reingestellt Damit die Leute wussten Welches Silo zuerst Gefüllt werden soll Ne Und so haben wir das dann Ähm Ja quasi übernommen So Die BGA ist nach der Autobahn Dann dürften ja ja 100 fahren Ne Das wär auch geil Manchmal sieht man ja So nen Durchlaufeffekt Genau das ist hier Ähm Viel auf Autobahnen Wenn diese Fahrbahn verengt wird Oder auf ein Oder von zwei auf Äh ne Von drei auf zwei Fahrbahnen Fahrbahnen verengt wird Dann sieht man so nen So nen Durchlaufeffekt Das ist tatsächlich so Das soll ja glaube ich Auch so gemacht werden Ne Genau wie so ein Band Genau Thorsten Wie so ein Band Die zeigen so Achtung hier verengt sich jetzt die Spur Das ist glaube ich auch so Aber auf normalen Bundeslandstraßen Und in Ortschaften Soll ein Dauerlicht sein Warum das so ist Weiß ich nicht Ich seh es halt immer nur mehr Und äh Ist mir halt aufgefallen Ne Ja warte ich stell da noch Ein Autobahnschild hin Ja besser nicht Dann fahren die da keine 20 mehr Ne Dann ballern die da durch Moment mal Kenplugs bist du nicht der Es Kenplugs ist auf seinem eigenen Auf seiner eigenen Map Wo er mitgewirkt hat Auch geil Mein Opa hat ne Modellbahn Und da ist auch so ein Bandeffekt Cool Ich hatte auch mal eine Merklin Spur H0 Wie soll ich mich denn Umschildern Können wir mich nicht mehr drauf Wo bist du Luke Achja Sorry Es war ja Wechsel Du hast ja keine Wildcard Hab nichts gesagt Okay Ich hab nichts gesagt Tut mir leid Ich hatte irgendwie noch im Kopf Dass du die ganze Zeit mitspielst Aber du hast ja keine Wildcard Wird Zeit für nur Wildcard Luke Ja Carmen Das kann schon mal vorkommen Du kannst ja gerne bei uns mitmachen Johnny Moin Grüß dich Leute Die letzten 15 Die letzten 15 Ich weiß gleich was ich machen werde Die letzten 15 Abos Freunde Ihr seid der Wahnsinn Oh jetzt krieg ich grad Herzschlag hier Hallo Tom Ich grüße dich Beute Das ist die Ostseeküste Eine wirklich sehr schöne Map Wir sind ganz oben rechts In der Ecke bei vielleicht 27 mittlerweile angekommen Haben aber nicht mal die Hälfte Der Map geschafft Hallo Leon Ähm Nächster Wechsel Paar Minütchen Gleich müssen nochmal so Drei Vier Leute glaube ich raus Da ist schon der nächste Wechsel Hab jetzt den Phantom Spiel gekauft Ja Luca Siehste Also hast du ja doch Ne Alter Puls geht hoch Ich werd grad richtig nervös hier Ich bin grad richtig aufgeräumt Vielleicht Kanalbanner überarbeiten Das Kanalbanner Wieso Achso Du meinst In den 50.000 da Ja das sowieso Oh Oh Da muss jemand mal pinkeln gehen Der bleibt einfach hier stehen Und geht pinkeln Wildpinkler Hallo Ne 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 Radian Dankeschön Immer diese Wildpinkler hier Das gibt's ja gar nicht Ne das war die Feldausfahrt Von dem anderen Feld So Moment Äh hier links Da kommt das Schild Irgendwie mit Achtung Frösche glaube ich Ja äh Len Sehr gerne Supporter SkyMod Du kannst natürlich sehr gerne All deinen Kumpels Bescheid geben Da musst du echt aufpassen Wenn der hier angeschossen kommt Weiß nie was der will ne Wildpinkler kostet 20 Euro Ist das immer noch so günstig Immer noch nur In Anführungszeichen Nur 20 Euro So Ich muss mal kurz Was für euch machen Oder ich will mal kurz Was für euch machen Ne ich will kurz Was für den Stream machen So sieht's aus So Das geht schon mal Das ist sehr gut So So Ah Ah ja Immer Immer Ne Moment Da So Okay So Ich mach da jetzt kurz was Was genau Daniel Was steht da Kann ich nicht lesen Ach Heute ist so ein schöner Tag Jetzt hab ich das auch verstanden Vielen vielen Dank Äh Sehr geil Dankeschön Äh Daniel Danke Entschuldigung ich bin grad was am machen hier Ich bin hier kurz was am machen Ja alles gut Nicht wundern So So Leute Wenn jetzt gleich da die 90 steht Dann gehen wir erstmal rüber Daniel Vielen vielen Dank Schön dass es ein schöner Tag ist Und vielen Dank natürlich für deine weiteren 5 Euro Ach guck mal hier war sogar ein Übergang So Äh GG Mama Ausrufezeichen Server Dann hast du die falschen Suchbegriffe Ich muss ganz ehrlich sagen Leute Ich bin grad ein bisschen überfordert Weil ich einfach nicht damit gerechnet habe Dass wir Heute Schon die 50k anscheinend voll machen Ich hab damit wirklich nicht gerechnet Ja Martin Aber so schnell ist die ja dann nicht Die muss ja dann auch erstmal nach Hause fahren Ne Ich muss ganz ehrlich sagen Leute Ich bin grad ein klein wenig überfordert Weil ich hab einfach nicht damit gerechnet Dass wir das wirklich Heute Knacken Und jetzt würde ich sagen Bevor wir das jetzt hier verpassen Leute Ey chillt mal Chillt mal Macht mal nicht so schnell So Leute was steht da Was steht da Da stehen 904 Und 90 Boah ihr macht mich fertig Ihr macht mich echt fertig Wisst ihr das Komm ich mach sogar noch Musik für euch Also Leute Let's go 50.000 Abonnenten Warte Spannungsmusik Warte Chillt Chillt Spannung Warte Ich hab bestimmt irgendwelche Spannungsmusik Spannende Spannende Mal gucken Irgendwas so Ja ne Also sowas bitte nicht Das passt Leute Falsche Richtung Falsche Richtung Hallo Andere Richtung Ihr seid so geil drauf Ihr geht in die falsche Richtung Let's go Leute 50k Arne Dankeschön Ja dann gehen wir noch mal ein bisschen spielen Ne Ihr seid der Wahnsinn Geil Jeder will der 50.000 sein Jeder von euch will der 50.000 Abonnent sein Weiß ich Ich kann es ja fast verstehen Ich kann es ja fast verstehen Dass jeder hier der 50.000 sein will Aber Leute Let's go Danach Zocken wir direkt noch was weiter Ich hab noch keine Nachricht von meiner Frau Dass die nach Hause kommt Von daher Können wir gerne noch was weitermachen Aber jetzt Machen wir Erstmal die 50.000 Voll Leute Wer es mir nicht gönnt Okay Kein Problem Ich sitze hier auch gerne noch 3 Stunden Mit dieser Anzeige Für mich gar kein Problem Ja kannst du dir gerne kaufen Soccer Bro Moin 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 Lennart Grüße dich Bei 49.999 Schmiert der Stream ab Auch geil Boah Boah ich bin so aufgeregt Das ist so geil ey Leute 50k Niemals gedacht Hätte ich niemals gedacht Dass ich das mal packe Sumo Dankeschön fürs Abo Ich wollte gerade sagen Anni 50k ist jetzt nicht so wie 100k Noch 12 Freunde Komm haut alle ein Abo raus Und dann können wir auch direkt weiter zocken Im Livestream Ich hätte echt nicht damit gerechnet Dass wir das im Livestream heute hier wegballern Und ja einfach mal die 50k Firma Habe ich wirklich nicht mehr gerechnet Ich dachte irgendwo so im Laufe des nächsten Wochenendes Wird es mal so weit sein Aber dass es doch in einem Livestream möglich ist Fast 300 Abos rauszuballern Das könnte auch nur ihr sein Noch 10 Freunde Vielen Dank Danke für all die Die hier abonnieren Komm ich gönne es euch Wenn ihr auch 50.000 Und erste Abonnent sein Ist gar kein Problem Der 50.000 Und zweite Abonnent Ist genauso gehypt bei mir Und der der 49.999 wird Ist genauso gehypt bei mir Freunde Fünf Stück noch Vier Drei Zwei 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 Ruft schon mal RTW Freunde Einer 50k Wahnsinn 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 Nein Keine 50k Nein Ah 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 Das war so schön Dieses Gefühl Es ist schon wieder vorbei Ah Nein Ah Markus Dankeschön fürs Abo Doch Da kommen sie wieder 50k Dankeschön Dankeschön Survival Vielen Dank 50k Freunde 50.000 Dani Vielen Dank Für deine Mitgliedschaft Mach mir so froh Dass meine Frau Nicht da ist Ich schreie die Bude Hier gerade zusammen Vielen Vielen Leute 50.000 Abonnenten Ist der Wahnsinn Ich fühle diese Musik Vielen 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 Dank Leute Ich bin am schwitzen Ich bin am zittern Das ist Das ist ein Gefühl Ich kann euch das nicht erklären Dankeschön Vielen 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 Dank Dankeschön Daniel Mach ich Daniel Mach ich Dankeschön Daniel Für deinen Support Denkt dir die 4 Nullen Noch hinten dran Mach ich Leute Vielen Dank Hammer Hart Also ihr könnt euch echt geehrt fühlen Leute 50.000 Abonnenten Im Livestream Mal wieder gepackt Hier Wieder im Livestream Haben wir die 50k Rausgehauen Ihr seid der Wahnsinn Vielen 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 Dank dafür Weiter geht die wilde Tour Hier Freunde 50.000 Abonnenten Ihr seid Hammerhart Vielen 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 Dank Ich würde sagen Äh Ja Weiter geht's Ne So Moment Ich muss die Anzeige Kurz wieder klein machen So So Jetzt machen wir direkt mal hier Abo Ziel Iveco Dankeschön Für deinen 5a So Ach guck mal wie schön das aussieht 60k Ja Vielen 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 Dank Vico Auch für deinen Support Dankeschön Leute Einfach nur geil Leute Vielen Dank Vielen Dank Und das Jahr hat gerade erst mal angefangen Leute Echt Echt Wirklich niemals für Wirklich niemals für Für genau playbutton Der silberne playbutton bei 100k Sie sind wir Wir fehlen schon die worte Ach Ach Ist okay Dankeschön Thomas Lass es mit deiner frau zusammen Danke 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 Thomas Holt mal ein defi raus hier Vielen Dank Wer das hier Vielen Dank Was hier jetzt los Ist bei dir die straße auch weg Wie geht es dir Schön dass du da bist So 50k hammer Freundin Die spannung ist jetzt gerade raus Kannst du gps mitnehmen gps oder gps Was meinst du jetzt mit mitnehmen Wohin soll ich das mitnehmen Ja Leon könntest du Hallo Leander Ein wunderschön Schön dass du da bist Bei uns im Dorf hat gerade jemand rumgeschrien Hupsala Dorothee Wohnst du etwa bei mir Man weiß es nicht Man weiß es nicht Hallo Nico Grüße dich Wolltest du nur wissen Weil ich gerade noch mal Mats schreit Achso Okay Ja ist doch wie kein Problem Ich glaube du sagst du sollst mal so langsam dein Licht an Mann es wird dunkel auf der Map Ne Was gibt es beim Großbau Wenn du mit meinem Großbauer kriegst du Einmal Discord Rang Kanalmitglied Somit kriegst du auf meinem Discord Einen Zugang zu einem separaten Chatportal Wo nur Kanalmitglieder drin sind Dann kriegst du durch Großbauer Die Wildcard Sodass du einmal im Monat Einen ganzen Streamer mitspielen darfst Nein Entschuldigung Erst kriegst du Discord Rang Dann kriegst du die Insta Story So war das Instagram Story Also falls du einen Instagram Kanal hast Host ich dich gerne auf Instagram Dann hast du gleichzeitig den Rang Landwirt Weil der ist ja noch unter dem Großbauer Da hast du dann die Wildcard pro Monat Und als Großbauer kriegst du dann noch die Möglichkeit Ein Community Projekt Selbst zu entscheiden Gerne mit uns vorzubereiten Und natürlich den ganzen Stream über Dann mit uns auszuführen Also wenn du jetzt so sagst So ich will mal XXL GPS Häcksel machen Also ganz Pflanzensilage Dann würden wir den Server vorbereiten Du würdest den Server joinen Dürftest den ganzen Server über mitspielen Oder den ganzen Stream über Und wir machen ein Projekt Was du dir gewünscht hast Das sind so Großbauer Und dann gibt es noch Den Lohner Das ist der höchste Rang Beim Lohner kriegst du dann zusätzlich Noch die Möglichkeit Dass wir einmal im Monat Deinen Hof besuchen Mit allen meinen Zuschauern Die alle bei dir mitspielen Und wir quasi auf deinem Hof Gelder wirtschaften Oder das machen Was du gerne machen möchtest So Und je höher der Rang Kriegst du natürlich die Vorgänge Davor noch mit dabei Patrick wenn du voll bist Bin ich raus Muss bald mal zur Arbeit Oh heute ist ich wieder arbeiten Okay Dann sage ich besser nicht Wann ich voll bin Manuel vielen Dank für die Mitgliedschaft Herzlich willkommen Schön dass du mit dabei bist Ich habe den GPS Mod gemacht Den GPS Mod kann ich nicht Janik ist kein Crossplay So der Sascha Muss so langsam arbeiten gehen Das heißt gleich wird wieder Ein Plätzchen frei Dann kann wieder Jemand joinen Und wie gesagt Ich wollte ja auch gucken Wenn ich voll bin Ob wir nochmal einen Wechsel machen müssen Ich spiele PC Lerender Aber mit Crossplay Das bedeutet jeder kann mitspielen Wahnsinn Wahnsinn Ich glaube ich sage das heute noch 30 Mal Das ist mir aber auch egal Das ist absolut Wahnsinn Ich weiß nicht ob ich es euch schon gesagt habe Leute 50.000 sind drin Niemals gedacht Als ich hier angefangen habe Da dachte ich mir so Ach komm es ist ein Hobby Es macht mir Spaß Mach mal einfach mal Vielleicht schaffen wir ja irgendwann mal die 1000 Die 1000 waren innerhalb von ein paar Monaten drin Und jetzt nach knapp Ein bisschen mehr als 6 Jahren Sind wir bei 50.000 Beim Lohner kann man Community Cars auf fremder Map machen Genau Sagt doch sowas nicht Kenny vielleicht Ken Plugs Kenny Sie haben Kenny getötet Ihr Schweine Geht es wenn man Lohner Status hat Und man mich besucht Auch Internet Mods Zum Beispiel King Mods Ja Landwirt Du darfst Du darfst allein entscheiden Wir kommen einfach nur auf deinen Server Und du nimmst das mit rein Was du gerne machen möchtest Da sind auch die Mods egal Auch wenn es kein Crossplay ist Das ist dann so Es ist allein deine Entscheidung Weil es ist dein Event Was hältst du von meiner Idee Bezüglich der Green River Finde ich gut Sind wir am vorbereiten Was kommt als Special Schauen wir mal So ich bin voll Jetzt wird wahrscheinlich der Sascha den Surfer verlassen Und ich kann gleichzeitig Dann mal nach einem Wechsel schauen So jetzt bin ich aber hier Jetzt war aber mal Licht an So Wo waren jetzt die Feldausfahrt Soccer Bro ist Essen Cut Dankeschön fürs Abo Herzlich Willkommen Nein ich heiße Jannik Achso Der Name ist hier so oft Ja hier gibt es viele Janniks Was ist das eigentlich da für ein Schild Tatsächlich Achtung Frösche Auch gut Es ist tatsächlich Achtung Frösche So wir gehen rein in die Nacht Mein lieben Freunde So Was für ein Setup hast du Benhamin RTX 2070 Super So wie ein Intel i9 9900 Panda mir geht es gut Wie geht es dir Schön dass du da bist Willkommen im Livestream Ich würde aber sagen wir Sollen wir die Nacht mal ganz schnell Durchballern Komm wir ballern die mal ganz schnell Durch Vielleicht kann man auch das Silo dann leeren Das ist ja abgedeckt Ich muss ganz ehrlich sein Leute Ich spiele nicht so gern in der Nacht Hier liegt schon wieder ein Schild Drum Das Achtung Frösche Schild Moment jetzt sehe ich das nicht mehr Hat schon wieder einer umgefahren Ich weiß aber gar nicht warum das hier steht Aber anscheinend ist hier wirklich Achtung Frösche Ja gut ist ja grundsätzlich kein Problem So Ich habe eine Frage Lebe Ja was gibt es Äh so Moment Jetzt erst mal wieder die Tür zu Fernlicht aus Achso das sind die Arbeitsschreiben wir für hinten So Moment So Was für ein Fan fährst du gerade 942 Ich sehe aber so gut wie gar nichts Ist das immer so dunkel Kennst du die Taschenlamine Ne ich wusste nicht welchen Knopf Ich drücken muss So in der Nacht Ich bin das auch nicht meins Nein vor allem Man sieht ja fast gar nichts Ich weiß einfach mit Fernlicht Ich sehe hier gar nichts Dankeschön Schröder Moin Grüße dich Mir geht es gut Wie geht es dir So Nico Mach mal Ausrufezeichen Server Da bekommst du ein Bild Da kannst du gerne mal draufklicken Und dann siehst du Die Suchbegriffe Die du brauchst Um den Server Beizutreten Oh es regnet mal Auch mal was anderes Regen auf der Map Die Dunkel auf der Karte Ist mega Also ja Man kann es auf jeden Fall sagen Sie ist wirklich dunkel Nicht so wie andere Die sind dann Die sind dann so Halb dunkel Das hier war wirklich Dunkel So Am frühen Morgen Geht die wilde Fahrt weiter Danke dass ich dabei sein durfte Jetzt was essen Und dann gleich mal zur Arbeit Sascha Schöne Arbeit wünsche ich dir Vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank fürs Mitspielen Bis zum nächsten Mal Kings Norway Perfekt Sehr gut Kann ich auch mal kommen Janik Grundsätzlich darf jeder mitspielen Ich wollte jetzt in die BGA fahren Und dann mal schauen Wir bieten heute bei euch hier ab Ich gönn dir für die 50 keine richtige Flasche Sekt Aber das ist aber dann für 33 Euro Und eine sehr teure Flasche Sekt Steven Vielen vielen Dank Für den Support Leute Ein Herzensbären bitte Für den Steven 300 Zuschauer 300 Herzen Vielen Dank Steven Für die Unterstützung Sehr lieb von dir Und danke schön Dass du mit dabei bist Mega Leute Was geht hier Heute bei euch nur ab Es ist einfach nur geil Wenn es dunkel wird Sollst du meine Sonnenbrille abnehmen Dann wird es wieder heller Achso Es ist einfach so krass Wie dein Kanal sich entwickelt hat Damals also 10.000 geknallt Einfach so krass Dann kam die YouTube Pause Und jetzt hast du einfach im Jahr 2023 die 50k So sieht es aus Felix Geil oder Ich kenne dich nur durch meinen Papa Achso Panda Dann grüßt an den Papa Wer auch immer er ist Herzlich willkommen Jo Patrick Nächstes Ziel 100k Ja noch nicht ganz Janik Das passt da oben nicht so ganz rein Weil wenn ich dann noch eine 0 dran hänge Dann das passt nicht mehr Deswegen hat man schon überlegt Ob wir 99.999 machen To say Daniel I love you Ihr seid der Wahnsinn Leute Vielen Dank Dass die 600 voll sind Ich bin auch gleich voll Das kannst du mir glauben Vielen Dank Daniel Leute hört bitte auf Kommt ist gut Vielen Dank Daniel Vielen 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 Heieieieiei Hört auf damit meine Freunde Aber was ist denn hier schon wieder passiert Ah Ah Wie kommt das Schild bitte hier hin Vielen Dank Daniel Auch für deinen Support Wie kommt das Schild Was hier steht Da hinten hin Wie geht das Oder wie haben die es geschafft Hier gegen zu fahren Die sind doch alle Ey Die wollen mich doch verkacken hier Bei der Arbeit würde ich es auf Nein Nur getrunken Leute Nächster Headspam Auch nochmal für Daniel Schön Dass du mit dabei bist Daniel Und vielen Dank Für den Support Bei mir geht der Link Doch Nico Du musst einfach auf den Link Draufklicken Immer auf die Armen Schilder Ja ne Jonas Zweieinhalb quasi Also zwei Zwei 27er Und ein Curved Ein Groß Bildschirm Hallo Joel Grüß dich So Jetzt lasst mich einmal kurz gucken Ich gehe mal kurz auf den Server Schau mal kurz rein Wie viel wir jetzt wechseln können Wir können auf jeden Fall ein paar durch wechseln Ähm So Das Schöne ist jetzt für euch Es sind keine mehr mit Wildcard da Die mussten nämlich Soweit alle gehen So bis auf Landwirt aus Bayern Bis dahin ist jetzt der Wechsel So Weil der Leon ist erst elf Minuten drauf Niklas mit zwölf Snorvi mit einer Minute Und Manetti mit null Minuten So Leute Wechsel Dürft sehr gerne einen Server trainen Wenn ihr Bock habt So Dein authentisches Auftreten Macht dich sehr sympathisch Und mega Dass du allen die Chance gibst Mitspielen zu können Das macht dich zu einem Sehr besonderen YouTuber Oh Martin Dankeschön Krasse Worte Und auch einen Riesendank An deine Frau Die das ja auch ermöglicht Herzlichen Glückwunsch zum 50k Vielen Dank Martin Vielen, vielen, vielen Dank Das sind geile Worte von dir Martin Schön, dass es dir bei mir gefällt So soll es auch sein, ne? Ich sehe dich heute schon im Wohnzimmer Eine Champagnerdusche machen Ja Also wenn ich jetzt Millionär wäre Okay Du hast Landwirt aus Bayern auch gekickt Hätte ich das nicht tun dürfen Heute ist für jeden Bente Ja Wir haben gerade einen Wechsel gemacht Also ihr dürft es gerne joinen, Leute Server ist frei Wir bauen bitte einen in der BGA Und die anderen übernehmen einfach Die Arbeiten der anderen Und dann, ja Einfach drauf los, ne? Servus Dominik Können Sie bitte sagen, wie die Map heißt? Die Map ist die Ostseeküste Glückwunsch zum 50k, Laurens Dankeschön Ich muss mal kurz Ich höre mal kurz nach Ob meine Frau noch lebt So Ich habe mal kurz nachgehört Ob sie noch lebt Weil man muss ja jetzt sagen Sie ist schon lange weg, ne? Was sind wir jetzt live? Fünf Stunden Boah Wahnsinn Server machst du YouTube Seit 2016 Dicker Biber Moin Ich grüße dich So, Leute Wir haben ein bisschen Platz Leute Ist Platz auf dem Server, glaube ich Ihr dürft sehr gerne alle joinen Zwei Vier Sechs Acht Zehn Zwölf Hürze Krass Schon wieder voll Luke Du warst gerade erst Der Luke Der hat es immer noch nicht gelernt, ne? Du hast keine Ridecard Es tut mir leid Gib bitte den Leuten die Chance Die noch nicht mitgespielt haben Dass die mal rein joinen, ja? Wenn ich gleich bemerke Dass kein Neuer mehr will Dann darfst du gerne wieder rein joinen Und wieder mitmachen Ja, Leopardy Fünf Stunden Und Rücken macht noch mit Rücken macht noch mit Das ist schon mal sehr gut Habt gerade Nudeln mit Bolognese gegessen Die wieder dabei Perfekt Tick und Tack Ja, ich hab noch ja nichts gegessen Doch, ein Schokoriegel Und ein Toast Heute Morgen Was man nicht alles für seinen YouTube-Kanal tut, ne? 50k sein, ihr gehört Martina, Dankeschön Ähm, mal so eine Frage Ist der Feldbewohner ETS-Server oder Immer on? ETS? Jonas, ETS ist Eurotruck-Simulator, ne? Also Was genau meinst du jetzt? Patrick, schreib doch bitte Nett mal mit in die Beschreibung Nö, nö Das muss sich aber ändern in Zukunft Hast du recht Ich schreib's nämlich nicht rein Jonas, Dankeschön für das Abo Weiß nicht, was das Problem ist, Thomas Das ist nämlich ganz lustig Weißt, wie oft ich den reingeschrieben hab Und trotzdem Leute schreiben Was ist das für eine Map? Es steht ja in der Videobeschreibung Die Leute müssten eigentlich einfach nur mal in die Videobeschreibung schauen Unter dem Video, Leute, gibt's so einen kleinen Pfeil Da steht Lies mich Für mehr Drückt da mal drauf Und da steht alles beschrieben Da steht beschrieben Welche Map wir spielen Was wir machen Welche Mods wir haben Da ist alles mit drin Ähm, dicker Biber Ich spiele gerne mit John, Deere und Klaas So, mal schauen, wann sie jetzt antwortet Noch nicht Naja Okay Dann schauen wir mal, ne Äh, alles gut, Luke Ne, nur, dass du darüber bescheidest Mit Wildcard Kein Problem Dann darfst du sehr gerne immer mitspielen Aber so Gleiche Chance für jeden Ich, äh, kann dich da einfach nicht Auch wenn du wirklich ein super BGA Typ bist Du machst das immer sehr, sehr gut Wenn ich dich bevorzuge Dann kriege ich natürlich Ärger mit allen anderen Die dann natürlich dann behaupten Äh, ja, warum darf der denn Und ich nicht Okay Aber sollte ja für dich kein Problem sein, ne Leute, äh, Jonas ETS ist immer online Eurotrack Simulator ist, äh, SCS Software Beziehungsweise von, ähm Äh, Truckers MP Da kannst du jederzeit fahren Das ist ja für jeden zugänglich Ja, Thomas, das ist es nämlich Viele lesen halt leider den Streamtitel nicht Ist dann halt so, ne Äh, Jonas Ein Wechsel kommt bestimmt noch, ja Vielen Danks Meo Ol Cabo Äh, Black Rider Ich fahre gerade einen Fendt 942 Roblox Tino Roblox spiele ich nicht Nein Ich weiß noch Damals der Stream Die Mega Spendenaktion Damals der Stream Die Mega Spendenaktion Ich wusste jetzt mal ganz doof fragen Welche davon Ich hab schon Ich hab damals für die Flutopfer gespendet Wir haben für Moment, ich muss überlegen Wir hatten einmal einen Spendenaufruf Für die Flutopfer Dann hatten wir einen Spendenaufruf Was hatten wir denn noch Wir hatten mehrere Ich bin gerade echt am überlegen Flutopfer Hier mit dem Tsunami Was haben wir noch Ne, Luke Warum hast du da was Schönes Gretchen, grüße dich Was bin ich gerade noch am überlegen Wir hatten, glaube ich, schon Zwei oder drei Spendenaufrufe Die haben wir auch immer schön durchgeführt Die waren auch immer richtig geil Muss ich sagen Welche Standardmap kannst du empfehlen? Ähm, boah Blackweiter Das kommt ja eigentlich drauf an Ähm, auf was du dich so fixierst Also Was so deine Welt ist Große Felder Kleine Felder Gretchen, dankeschön Kein Problem, Yannick Am besten mal Server neu starten So, geil Guck mal, hier sind sie mit Zwei Hexen unterwegs Okay War er das? Master? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Da war ich auch schon am überlegen Ich war aber der Meinung War er noch nicht Aber Wenn du sagst Das war er schon Okay, Leute Nach fünf Stunden Livestream Das erste Mal unter 300 Zuschauer Nach fünf Stunden Sind wir jetzt das erste Mal Unter 300 Leute Ist es normal Dass mein Modordner 13,2 GB groß ist? Ja, wenn du so viele hast, ne? Stimmt Spendenaufruf für meine Frau Nähmaschine Und Und einen Gaming Stuhl Die ist immer noch so stolz Darauf, Leute Das könnt ihr mir glauben Nein, aber Ich meinte jetzt Ach so, Thomas Ich dachte, er meinte Diese Spendenaufrufe Für den guten Zweck Ich hab damals So an die Caritas Und so gespendet Jonas, Moin Aber ja Da kann ich mich auch noch Daran erinnern Für meine Frau Das war schon echt geil Ja, die ist auch immer noch Mega stolz drauf Ja, Phlox So muss das sein Sehr gut Vielen Dank auf jeden Fall So, Leon hat Ein Häcksler übernommen Das sehe ich hier schon Und der andere Ist irgendwo Da oben am Fahren Da saß ja der Sascha drin Der aber jetzt dann mal Auf die Arbeit musste Colin Moinzencat Falsche Suchbegriffe Das wünsche dir auch Sebastian Schönen Abend noch Oder schönen Sonntag noch Vielen Dank fürs Zuschauen Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, Nick Das kommt ganz drauf an Was Dankeschön, Luke Mach's gut Ciao, ciao Michi, welcome back Luke, ich hab ne Lugitech Also Maus kann ich dir sagen Das ist die G502 Hero Tastatur Moment Ich muss die mal kurz hochheben Die G213 Wurde mir damals Ich glaub der Moritz Hatte mir die empfohlen Moritz oder ähm Martin Einer von beiden Hatte mir die empfohlen Hallo Kevin Grüße dich Hm Läuft ganz gut Muss ich sagen Ich hab mir echt keinen Warum kriege ich keine WhatsApp Von meiner Frau Das ist Das ist gefährlich Und die nicht antwortet Oder sie ist gerade am Auto fahren Das kann natürlich auch sein Okay So langsam könntest du ja schon mal antworten Von mir kommt die Razor Ornata Chroma Empfehlung Ja dann war's Dann war's Martin meine ich Der mir die empfohlen hat Oder sogar Zockerrow Ich weiß es gar nicht Also Keine Ahnung Aber ich muss ganz ehrlich sein Wenn ich mir das jetzt auch noch behalte Dann ist da wirklich bald Alzheimer vorprogrammiert Aber ganz ehrlich Ich bin super zufrieden damit Und die ist ja auch beleuchtet Momentan ein Regenbogen Von links nach rechts Und wechselt immer die Farben durch Joa Mit Frauen geduldig sein Ist ratsam Joa das stimmt wohl Mal so mal so ne Bin erstaunt darüber Dass alles so anständig spielen Und nicht irgendwas im Wasser versenken Oder gleich Mal schnell auf Holz klopfen Ja Panda Erlässt ganz klar Lick ich glaube Dazu gibt es auch ein Best of Cut Falsche Suchbegriffe Nicht mehr lässt sich das Wetter Ja nicht so schön aus Wieso Also ich finde die Wolken Sehr realistisch Wenn es Gewitter gibt Und so Das ist eigentlich alles Sehr gut gemacht Ich finde es gut Dass du dich so um deine Frau kümmerst Wer macht das denn nicht Das ist doch wohl klar Hab seit Jahren Die G502 Süß war mal ja die gleiche Das muss ich gleich mal gucken Wir haben ja gerade erst gewechselt Normalerweise alle halbe Bis dreiviertel Stunde So wir haben jetzt gerade erst gewechselt Muss ich natürlich gleich erst mal Schauen Wie lange die Leute hier so Auf dem Service sind Aber das dauert noch ein bisschen Leute kann bitte Ein, zwei Abfahrer zu Feld Drei fahren Das wäre sehr nett Unglaubliche 1170 Daumen Wahnsinn Sag mal Wie bekommt man denn bei dir die Die Wildcard Ah du meinst Dass man einmal im Monat Den ganzen Streamer Mitspielen darf Die bekommst du über Die Kanalmitgliedschaft Im Rang Landwirt Kostet dich 4,99 Euro Im Monat Und dann darfst du den ganzen Streamer Sehr gerne mitspielen Solange du die Landwirtschaft Die Kanalmitgliedschaft Landwirt hast Kriegst du jeden Monat Eine Wildcard Falls du sie mal In einem Monat Nicht einlösen kannst Weil du keine Zeit hast Verfällt diese nicht Kannst du natürlich dann Auch im nächsten Monat Einlösen Ja so ist das auch Richtig dicker Biber Ja vor allem Jetzt auch die Seitenknöpfe So ne Alles klar Devio macht das Danke fürs mitmachen Spiel zu Call of Duty Nein Colin Rainer Simulatorenkanal Hier Kevin Mitspielen darf jeder Also jeder Der LS22 besitzt Ihr braucht nicht einmal DLCs Die was kosten Sondern Könnt einfach die Mods aus dem Mod Hub Herunterladen Und dann join Wie lange zockst du noch Ein bisschen noch Sabine Jetzt so langsam Also meine Frau ist zwar Noch nicht da Aber jetzt so langsam Ja die Wärmflasche Wird kalt Und der Rücken fängt an Die schreibt echt nicht Wenn ihr mir in 10 Minuten Nicht geantwortet Ruf ich sie an So war da mache ich mir Immer echt Sorgen Nicht dass da irgendwie Was los ist oder so Weil das ist schon Gewaltig lang Also ich hätte nicht gedacht Dass ich so lange Frühstücken geht 10 11 12 1 Es ist seit 4 Stunden Kann man 4 Stunden Frühstücken Eigentlich ja nicht Oder Das ist ja eher schon Brunchen dann Hallo Wachtel Moin Ich grüße dich Schön dass du da bist Ja alles Die ist um 10 Um 10 ist sie abgehauen Ich bin ja live seit 9 Hab also jetzt 5 Stunden voll Und sie ist seit 10 Ich glaube die ist noch Mittagessen gegangen Ja aber normalerweise ist meine Frau so Dass sie sich zwischendurch immer mal kurz bei mir meldet Nur um halt mitzuteilen Dass noch alles okay ist Dass sie da ist Das ist so eine Abmachung zwischen uns Weil in der heutigen Zeit Leute Man weiß ja nie Wenn man so auf dem Weg Irgendwo hin begegnet Da kann mal schnell was passieren Und deswegen Haben wir So eine Abmachung Wenn wir unterwegs sind Dann melden wir uns zwischendurch mal Gegenseitig Egal ob ich weg bin Oder sie Dass man einfach nur weiß Dass das alles okay ist Ja normalerweise Torsten war es Frühstück Hast du als Giantspartner das Stickerpack bekommen Klar Liegt über mir Hab über meinen Bildschirm ein Regal Da ist das Sticker Album drin Hab das Sticker Album damals bekommen Und ich glaube 10 Packs Und hab mir jetzt diverse noch dazu gekauft Und bis auf 3 Sticker Hab ich mittlerweile auch alle So Oh Schnell rein So Freunde Wie ihr seht Über Nacht haben wir schnell hier Unser Silo leer gefahren Auch geil ne Haben wir über Nacht Schnell einmal hier die Silage verkauft Hat ein paar 100.000 gebracht Wir sind auf jeden Fall gut reich geworden Muss ich sagen So tanken Nur immer noch nicht Obwohl ich schon Sprit auf normal habe Es gibt ja Langsamer Verbrauch Normaler Verbrauch Oder schneller Verbrauch So schnell ist das gar nicht Außer so ein Fendt Keine Ahnung 1000 Liter Dankeschön für 50.030 mittlerweile Kann natürlich auch sein Hab ich auch bekommen Hab aber komischerweise 3 bekommen Aber Giants hat gesagt Weil ein Fehler kann ich behalten Du hast 3 Hefte bekommen Moment mal 3 Hefte hast du bekommen oder Da Julian Moin Grüße dich Schön dass du da bist So Komm mal Klappt immer noch gut hier Auch nach 5 Stunden Klappt das immer noch mit dem reinfahren Geil Der hat einfach mal 3 Hefte bekommen Genplex Sehr geil Bin ich zwar jetzt gerade ein bisschen überrascht Das war ein Fehler Einfach mal 3 Hefte Auch geil Der 942 hat 625 Liter Tank Aber ist er lässt die Schlucken nicht so Ich hab auf hoch und zieht sich teilweise Okay Also ich fahr jetzt mit dem schon seit 9 Stunden Ähm Ich weiß jetzt nicht wie das in real life wäre Wäre in real life in 9 Stunden So ein Tank leer Weiß ich nicht Ist das möglich 9 Stunden Weiß ich ja nicht Ich hab dir meinen gefallen geschrieben Kannst du mal gucken Ähm Ich seh ihn nicht mehr Janik einfach nochmal schreiben Schon lange Echt nach 9 Stunden wäre so ein Tank leer Okay Obwohl 9 Stunden ackern Ne Mit welcher F-Taste Kann man das Browserfenster rollern Kann mir das jemand sagen F5 Klu5 50K PGC9 Ich danke dir Ich hab dir vor 10 Minuten Ey Hallo 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 Ich warte weil der Max rein möchte Der Tank ist normal so ausgelegt Dass er den ganzen Tag arbeiten sollte reichen Und am besten noch auf Volllast Aber kommt daran wie und wo und was Aber ein Tag soll es reichen Okay Also so ein Tank sollte schon einen Tag schaffen Okay Da hinten ist Chaos Da hinten ist Chaos pur hier Ich warte jetzt einmal Kommt immer auf die Fahrweise drauf an Ja klar Wenn du natürlich Denk mal Also ich glaube wenn du nicht unter Volllast arbeitest Dann hältst du den Tank ziemlich lange Unter Volllast ziehen die sich natürlich einiges Ja Andy So war eigentlich der Deal Dass der Pizzabäcker Martin Mod wird Ähm Er hat ihm aber schon geschrieben Wenn ich das machen will Wird er sich sehr drüber freuen Ich darf es auch nach wie vor machen Ein Deal ist ein Deal Er hat mir aber offen und ehrlich gesagt Dass er Nicht viel Zeit hat momentan Durch äh Private Sachen Private Dinge Und äh Alles mögliche Hat er nicht viel Zeit für YouTube Und auch erst recht nicht für den PC Aber er sagte Ja klar kann ich machen Aber er wird leider nicht so oft dabei sein Wie wir uns das vielleicht freuen würden Hongnumpam Herzlich willkommen Also er meinte auch Er wäre nicht böse drum Und wenn ich das an einem anderen vergebe Etlich reicht für das reine Abfahren Locker eine Tankfüllung Ja das glaube ich auch Ja das glaube ich auch Weil unter Last Äh unter Ne unter so Halblast Sage ich jetzt mal Zieht der sich ja nicht viel ne Das ist es nämlich Naja unter Volllast Ziehen die sich richtig was rein Aber unter Nur fahren Was verbauen die dann Keine Ahnung 20 Liter die Stunde Davor kommen die jetzt alle her Oh mannett hier hat anscheinend einen leeren Tank Ist nämlich auch auf dem Weg rein Von wo kam der denn Da scheint einiges zu tun sein Also wenn ihr jetzt mal nett hier reinkommen Würde ich sagen Der hat einen leeren Tank Hätte er was gesagt Wenn wir mit unserem Tankauto Zum Feld gekommen Das wäre gar kein Problem gewesen Du brauchst noch eine Straße Zu BGA Ja ne Einfahrt und Ausfahrt Ich will auf High End Ja Jonas John Ne nicht Jonas Johnny Auf High End Allerdings auch mit einem Mit einem Shader über die Grafikkarte Ne Also die Grafik hier ist jetzt nicht die Originale 20 Liter pro Stunde Wären schon viel echt Beim Auto geht es ja pro Also Pro Ne Moment mal Wie ist das jetzt nochmal beim Auto Ja aber nicht jetzt Zockerbau Nicht jetzt Äh Moment Wie ist das nochmal beim Auto Ich fahrballer 10 Liter Auf 100 Kilometer Ne Und bei Traktoren ist ja glaube ich Auf die Stunden gemessen Ne Ist das so Oder geht Traktoren auch auf Kilometer Ne oder Ja Mir ist es gerade nicht eingefallen Seht ihr die 50k Die machen mich so baller baller Bei Autos ist es pro 100 Kilometer Und ich glaube bei Traktoren ist es pro gefahrene Stunde Ne oder pro Stunde der Traktor läuft Hallo Timmy Moin Wir haben hier so eine Anzeige Aber die funktioniert hier leider nicht Bei manchen Traktoren wird das tatsächlich angezeigt Wie viel der hier pro Stunde sich an Sprit reinzieht Ne gar nichts Gar nichts Johnny Ich spiele auf high end 20,70 super 20,70 Ich habe keine 20,60 Ne ich habe eine RTX 20,70 super Und den Grafik Shader noch mit drin Schlepper rechnen auf Stundenkilometer Das ist was ganz anderes Ja eben Weil auf einem Feld Was fahren die da Eine Bahn 200 Meter lang Dauert auch mal schnell 5 bis 10 Minuten Wahrscheinlich je nachdem was machen Ja Also darf ich das jetzt Nein Jetzt wird das auf keinen Fall gebaut Jetzt wird abgefahren Oh guck mal wie nett Guck mal wenn die Wenn ich komme Warten sie mal alle Genau AdBlue ist ja auch noch mit drin Was hältst du von einem Traktor Und jetzt mit deinem Logo Habe ich schon Obwohl Ne im 22 habe ich nicht Im 19 hatten wir einen Haben wir tatsächlich einen Trecker Im Waltra gehabt Im Pichoco Design Ja 250 Meter mit 1080 Umdrehung zieht Sprit je nachdem wie hart es her geht Ja Ja Markus Intel i9 9900 Das ist doch ein guter Morgenstream Es ist 14 Uhr Ja Es gibt immer noch Leute Die gerade jetzt erst aufstehen Weiß einer wieso Das LSFM Equipment Pack Bei mir Einen riesen Error verursacht Was ist denn das LSFM Equipment Kenn ich gar nicht Die haben bloß Angst vor dir Nein Du hast mich viel zu lieb Geht ihr diesen PG Tracker Noch zum Download Wie gesagt Der ist für LS19 Ich meine aber Den gibt es noch Denkst du du machst Heute noch Ein Wechsel Ja Leon Kann ich mir jetzt mal anschauen Ich rufe jetzt erstmal meine Frau an Es lässt mir keine Ruhe hier Leute ich bin gleich wieder da Mit Ton Ich äh Zerrifine jetzt erstmal kurz Ich rufe jetzt erstmal kurz Ich rufe jetzt erstmal kurz Also wer seine Frau nicht mag Würde jetzt sagen Gute Ne schlechte Nachrichten Aber da ich meine Frau mag Sage ich gute Nachrichten Alles ok Aber wer seine Frau nicht mag Der würde jetzt wahrscheinlich sagen Leute ich habe schlechte Nachrichten Sie ist doch noch da Alles easy Okay So Ja René genau René Macht hier mit meistens geil Und ich mache hier mit Leon weiter Hast du kurz Zeit Ich bin noch da Klar So Genau Ne nix hier hin Ich habe eine Freisprachanlage In meinem Trecker Naja also von daher Geht das schon Also achso Ähm Jetzt muss ich auch nochmal fragen Zerror Ist der Waltra mit meinem Logo War der öffentlich Ne ne Oder Oder hat mir den nur für das Event freigegeben Und dann zum Privatspielen Die hat nur deinen Stream Warte mal Die war nur bei dir im Stream Hat den geschaut Und hat sich gedacht Ne den lassen wir noch ein bisschen zocken Noch länger Boah ich bin schon bei fast 5,5 Stunden Leute Könnte ja schon fast das 50.000 Abonnenten Special sein Was wir hier gerade machen Wahnsinn Öffentlich ist er Ich wollte gerade sagen Den hatten wir doch veröffentlicht Ja für den 22er wäre das auch geil Aber ich würde mich eher Über einen eigenen Anhänger freuen Wie über einen Einen Trecker Weißt du dass man zum Beispiel Den hier nimmt Und da kann man ja hier Das mit Design machen Dass da hinten so eine Platte dran kommt Und dann könnte man da ja Meinen Kanalbanner drauf ballern Ne Man Kriegt einfach wieder richtig Bock Das zu zocken Selina Kenn ich So muss das sein Von wem der Der Waltra Boah wer hat den denn gemacht War das nicht Martin Ne Moment mal Das müsste doch Moritz sein Moritz Du hast den doch mal Für einen Server zur Verfügung gestellt Als Zockerbro noch nicht bei uns war Da hast du doch die Server vorbereitet Und da hattest du den doch Mit reingebaut Oder Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf Ich meine nämlich schon Aber ich kann mich aber auch Komplett vertun hier So das Feld ist auch gleich fertig Hab alle Mods installiert Aber find den Server nicht cut Noch einmal Du musst einfach mal Ausrufezeichen Server Hier in den Chat eingeben Da bekommst du dann vom Nightbot Einen Link Da klickst du drauf Und das ist ein Bild Mit den Suchbegriffen Die du brauchst Wechselst du eigentlich auch mal die Moderatoren Nein Sophie Moderatoren Wechselt man nicht Außer sie machen keinen guten Job Oder man verkracht sich Aber nein Einmal Mod bei mir Immer Mod Außer wie gesagt Man verkracht sich Oder es läuft irgendwas nicht Ich hab den noch Ich hab den Waldraer auf jeden Fall noch Oh das weiß ich nicht Bei Alice 22 Gamer Das war irgendein Alice 19 Livestream Die kann nicht erreicht werden Warte mal Ich guck mal kurz Ich klicke mal kurz auf den Link Tatsächlich Auch Hat er die Seite gelöscht Na toll Ja hast du recht Warum hat er denn die Seite Ach dann ist das wahrscheinlich Mit Bilder Upload Nach einer gewissen Zeit Ist das deaktiviert Das ist aber uncool Okay Ich mach das alles nochmal neu Hab den zwar reingemacht Weil du es mir gesagt hast Aber Dann nicht mehr Weil es ein öffentlicher Mod war Und umgebaut glaube ich Ich weiß es nicht genau Wie das jetzt war Aber ja Für den Alice 22 So einen eigenen Mod Anhänger wäre geil Aber wenn Dann müsste es einer Von einem Modder sein Den wir dann auch Vielleicht veröffentlichen dürfen Muss ja nicht unbedingt Mod Obwohl Crossplay wäre Natürlich richtig geil Dann könnte nämlich jeder Mitspielen So ein Mod Hub Äh Anhänger Aber ich glaube da wird Giants dann Wieder mit der Prüfung Und dann Ach ja den Anhänger Gibt es ja schon Das wird eher schwer Aber für PC Wenn wir einen Modder haben Der was machen könnte Das ist bestimmt möglich Ja Nein nein Leon noch nicht Also Cut Du musst eigentlich Nur die Suchbriefe machen Volle Server Mit Passwort Also volle Serveranzeigen Mit Passwort Crossplay Und die Map Ist Ostseeküste Jaja Ein einzigen Livestream Haben wir den genutzt Gerne Keinen Plex Wenn du Bock zu hast Ich würde mich drüber freuen Hast du den Alice 19 Mod noch Ich müsste den Rhein-Touristisch noch haben Den ja Wir können ja mal Auf Discord gucken Ob wir noch mal Ein Bild davon posten Wenigstens Dass ihr seht Wie der aussieht Also Reintritt Ich müsste mir sogar noch Bilder davon haben So Ich glaube das ist jetzt Tour 30 Ne Die lehnen den ab Für den Modder Wird der auf jeden Fall Abgelehnt Aber Für uns privat Ging es ne Hallo Dennis Moin Für uns Wir könnten ja Privaten Anhänger machen Ne Den wir dann Für PC veröffentlichen Da Sind uns ja nicht Die Hände gebunden Oder ein Banner Mit das PG Logo Moden Dass man das Auf fast Im Hänger machen kann Ja ich würde aber Hier gerne Mein Anzeige Hier Mein Kanal Banner Wisst ihr was ich meine Ich würde gerne Kanal Banner nehmen Was ich hier habe Das ist ein Kaweco Radium Der 255 Und der kann Hinten Warte mal Ich zeig dir das Einfach mal Jetzt Ich weiß nicht ob Meine Modder Das wir vielleicht Für uns machen können Ähm Ich weiß halt gar nicht Ob die das dürfen Weil das ist ja auch Ein Mod Ne Da brauchen wir Wahrscheinlich Erst die Freigabe Von dem Modder Aber der hier Kann halt hinten hier Mit Design machen Ich weiß jetzt nicht Warum das so ist Aber ich glaube Den dürfen wir nicht Nehmen Weil das ist ja Ein Mod Das ist ja schon Von dem Modder Da haben wir keine Freigabe Wenn dann müsstet ihr Ingame Welchen nehmen Zum Beispiel den hier Und dann kann man doch Bestimmt das hier Weg machen Und da einfach Das Kanalbanner Hin machen Also wir dürfen Keine Mod Anhänger nehmen Das ist verboten Oder den hier Das ist ja der Kaweco Original So vielleicht kann man Dem ja tatsächlich Dieses Design hier Einfügen Und dann da Ähm Unser Logo drauf Und zwar das Kanalbanner Also wenn sich da Einer bereit erklärt Meine Moderatoren Oder so Oder ich schließe es euch Mal zusammen Stelle ich euch Auch gerne Das Kanalbanner Zur Verfügung Ich zeig euch das Lass mich mal kurz Welches ich jetzt meine Wo habe ich das denn Da Das hier Das ist mein offizielles Kanalbanner Wenn das auf dem Anhänger Also an so einem Anhänger So draufgespackt Das wäre schon geil Oder Das ist jetzt Also das ist jetzt Kein Hintergrund Das ist jetzt mein Ein Bild hier Guck hier Da Das ist das Kanalbanner Was ich habe Und wenn das hier so Da drauf wäre Das wäre schon geil Also da hätte ich Richtig Bock drauf Wenn das irgendwie möglich wäre Dass wir vielleicht Dass wir das als Zum Beispiel auch Als Als Anfang Des 50k Specials Das wir zumindest Weil für die PC Spieler geht's Dass wir zumindest Für die PC Spieler Schon mal Als 50k Special Für so einen Anfang Einen eigenen Anhänger Veröffentlichen Also nein Doch Ein PG Anhänger Das wäre doch geil Oder So das So das Das erste 50.000 Abonnenten Special Wir versuchen Zusammen für euch Einen Mod Zu erstellen Also einen Anhänger Mit Kanalbanner Von uns drauf Würde ich so Als erstes Option zum 50k Special Schon mal ganz cool finden Und dann kommt natürlich Noch mehr Also 50k Special Wird noch mehr sein Wird auch was zu gewinnen geben Wird auch wieder Autogrammkarten geben Und so weiter und so fort Kannst du wieder wechseln Leon Ich guck gleich mal Wenn ich der BGA bin Bei wie vielen wir sind Kannst du mir das bitte Auch zur Verfügung stellen Kenplex Schreib mich mal Einfach auf Discord an Ist kein Problem Ich kann dir den Kanalbanner Gerne mal schicken Oder du Setz dich am besten Mal mit meinen Moderatoren Zusammen Bei Moritz Und Zockerball Das sind zwei Modder Ich habe tatsächlich Auch auf meinem Kanal Modder Die gleichzeitig auch Meine Moderatoren sind Die werden da schon was bauen Aber Patrick Denk mal so Dein Logo Öffentlich Jeder mit ein bisschen Hören zieht sich das raus Und hat's Äh Was meinst du jetzt Ist das dann schlimm Oh Was ist denn hier los Hallo Leander Grüß dich Willkommen zurück Cool J Äh Crossplay Oh Was ist denn hier Hä Moment Warnweste an Wenn man aussteigt Was ist denn Was ist denn hier Pass Ähm Okay Also Leute Es wäre Wer auch immer Das hier Ist Räumt auf Oder ich schmeiß euch Alle raus Was machen die hier Warum steht hier Der Fendt aus der BGA Na doch ein bisschen Chaos Ne Ein klein bisschen Chaos haben wir Leider doch Find ich immer schade Habt ihr Habt ihr auf dem Hof Einen Fendt Fendt 800 Tor beschrift Ja haben wir Ist ja dann Die Sache Wie mit deinem Profilbild Wo immer Leute Reintun Hat ja jeder Und tut's rein Achso Du meinst Weil die dann Aus dem Bot Wenn sie Nicht blödel sind Das Logo Herausziehen Könnten Ah Ich weiß was du meinst Ja Ne das ist vielleicht Nicht so gut Das sollten wir Vielleicht nicht machen Was Was können wir Denn dann machen Oder Oder sollen wir Das alte Das alte PG nehmen Was wir mal Früher hatten Mit den Mit den Kontrollern Mein Ah ne Das ist ja auch Mein Profilbild Das geht ja auch nicht Hm Eigentlich ist aber ja Das Logo geschützt Das heißt wenn das Einer Das ist ja von mir Das hat ja der Domi gemacht Dieses Dieses Kanal Banner Ist Ein geschütztes Werk Zwischen Domi Und mir Weil er hat das Für mich gebaut Und mir zur Verfügung gestellt Das heißt wenn das Ein anderer benutzt Ist das eigentlich Sogar Datenschutz Clown Kann man zur Anzeige Bringen Oh Ach ja So Rein wieder In die BGA Hier ist anscheinend Gerade ganz schön Was los Der eine Bunker Ist schon wieder Geleert Haben wir wieder Schön verkauft Sie haben auch 419.000 Euro Auf dem Konto Sieht doch schon Ganz gut aus Sehr schön Cut Dann So leid es mir tut Falsche PG Gewicht Gibt es auch Nur für den 19er Wurde tatsächlich Auch mal für mich Gemordet Ein PG Gewicht Fand ich auch Sehr geil Alter Joel Du hast doch jetzt 4 Stunden Mods geladen Also solltest Echt deine Playstation Mal mit Per LAN Verbinden Und nicht Per WLAN Panda Weiß ich noch nicht Dienstag Donnerstag Schauen wir mal Ich muss erst mal Gucken wie die Woche wird Das wollte ich auch mal Konfittieren Ja Das ist noch Im 19er drin Hast du MLS am PC Die Konsole Aktiviert Nein Leider nicht Hallo Leon Grüß dich Exitus Vielen Dank Wenn du Glückwünsche Schön dass du mit dabei bist Die Jukebox kann gerne mal anlaufen Wieder hier Haut mal ein Abo raus Öffnet sich am besten Das Gewicht habe ich noch Sehr nice Habe ich noch aus dem 17er 19er und 22er drauf Ja wie gesagt Das müssen wir auch mal wieder Umkonfittieren Das äh Ls 19 Wir haben also tatsächlich Im Ls 19 Sogar ein Gewicht Gemoddet bekommen Ja So Freunde Wenn man noch mal wechsel Hier sind wieder ein paar Über eine halbe Stunde Wir können bis zum Jannik runter wechseln Boah Leute So Jetzt darf gerne jeder drauf kommen Also auch die die schon mal auf dem Server waren Dürfen jetzt gerne wieder drauf kommen Außer die die jetzt gerade waren Hallo Björn Moin Jo Linus Happy Birthday Sehr geil Schön dass du mit dabei bist Moin sind Lukas Vielen Dank Hätte ich niemals mitgerechnet Wo willst du das Logo noch mal hin machen Ja auf diese Seite da Aber wie gesagt Wir müssen ja mal überlegen Wegen Daten Also Datenschutz kein Problem Das Logo gehört mir Domi hat mir das übergeben Und wenn das andere dann heimisch nutzen Jo dann Gibt es Ärger Also für denjenigen Ich kann dir was anderes mit der Inspiration von deinem Logo Gerne Moritz Kein Problem Man kann ja einfach mal was machen Und dann setzen wir uns mal alle zusammen Also Meine Moderatoren Als Team Und ich Und wir müssen ja noch nichts veröffentlichen So ist es einfach Ich habe euch einfach mal das Kanalbanner geschickt Aber es muss ja in dem Zuge noch nichts veröffentlicht werden Hi Max Hallo Ben Moin Grüße dich Ach hier wollte gerade einer mit dem Walter reinfahren Deswegen muss der Max jetzt hier leider so ein bisschen ausweichen Ben Happy Birthday Alles alles Gute Schön dass du mit dabei bist Ich gönne mir noch gut Guck So Jetzt kriege ich gleich nämlich Herbert Moinsen Jetzt kriege ich gleich nämlich Kopfschmerzen Man muss viel trinken Wenn man so lange zockt So Fast Sim Herzlich Willkommen Schön dass du mit dabei bist Warum kann ich nicht joinen Janik Fehlen dir vielleicht Mods Meistens Meistens sind es fehlende Mods Ja Luke Darfst du 11G Herzlich Willkommen Schön dass du da bist Willkommen Livestream Halb 3 Luca Ich habe eine RTX 2070 Super Halb 3 Und immer noch so viel los Freunde Ein geiler Livestream 1200 Daumen Ihr seid So geil draus Vielen Dank Wirklich Vielen 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 Dank Hätte ich nicht mit gerechnet Dass es so viel wird Vor allem dass auch so viele Leute mit dabei sind Einfach nur geil von euch Muss ich wirklich sagen Ne ich lade jedes Mal Und dann geht es nicht mehr Achso Ja Das ist leider Multiplayer Problem Was die Synchro angeht Tut mir leid dass es so ist Ich kann grundsätzlich nichts dafür Also wenn man den Server nicht joinen kann Dann sind das ein paar kleinere Multiplayer Probleme Die vielleicht hoffentlich bald noch behoben werden Hoffe ich mal Wir schauen einfach mal Jetzt gerade Kann ich euch das leider nicht sagen Ich kann nur sagen Einmal neu starten Und dann sollte es Eigentlich funktionieren Gibt es schon den Year Season Pass 2 Für die Xbox Ähm Lukas Ich glaube Im Store Von der Xbox Kannst du den Bereits kaufen Ja Hier steht noch Der Johnny Den bitte auch noch wegfahren Das wäre sehr nett von euch Aber ja Normalerweise Sollte das gehen Kann ich bitte reinkommen Klar Leon Wir haben noch gerade durchgewechselt Ich glaube nicht Dass da noch was kommt Das sollte schon gefixt werden Seit LS22 rauskommt Du meinst das mit dem Multiplayer Dass der Multiplayer manchmal abschmiert Beziehungsweise Ihr den Multiplayer nicht laden könnt Günther Mitspielen darf Sehr gerne Jeder Da will man einmal Hexer fahren Und der Wicht Direkt das kleinste Gebiss Ja Luke Das gehört wohl dazu Ne So Es ist schon wieder voll Obwohl ich am Laden war Was ist das Weiß ich nicht Ist der Server schon wieder Ja Freunde was soll ich machen Es sind immer noch Nach über 5 Stunden Ne Sogar über 5,5 Stunden Streamzeit Immer noch an 300 Leute Mit dabei Und ich wette mit euch 150 davon wollen Mitspielen So Fertig mit Bügeln Jetzt wird geagert Ja könnt ihr ruhig mal Bei uns spielen kommen Hier Also Was soll ich da jetzt machen Ich kann leider nichts dafür Dass dann wirklich 150 Leute Joinen wollen Und dementsprechend einfach Der Server sehr schnell voll ist Ich muss aber auch ehrlich sagen Leute Ich hätte nicht damit gerechnet Dass wir heute hier Jetzt für die Die erst eingeschaltet haben Wir waren heute 500 Zuschauer Mehr als 500 waren heute mit dabei Und da muss ich euch ehrlich gestehen Ich hätte damit gar nicht gerechnet Dass so viele einschalten Hätte ich nicht gedacht Ich hätte gesagt so 200-300 Leute Und wir haben in diesem Stream heute 300 Abos rausgeballert 300 Abos Guck mal 1000 Daumen haben wir voll Mehr als 1000 Damit hätte ich Ich hätte den Streaming Ganz anders genannt Ich hätte dann wirklich In den Titel reingeschrieben Heute 50k im Livestream Aber Ich dachte einfach so Ja wir kommen irgendwo Richtung 50k Aber dass wir die voll ballern Emotionaler Moment Sage ich nur Also wirklich sehr geil Meine Einzugsanimation Ist verbuggt Ihr habt es mit euren Servern Ich habe nie Probleme Auf den Servern Und ihr Immer mal wieder Grafikanzeigefehler Server lädt nicht Multiplayer lädt nicht Spiel schmiert ab Es ist ärgerlich Ich weiß was ihr meint So Ach die sind hier auf 23 Leute Bei so kleinen Feldern Teilt euch auf Nicht mit zwei Häckslern Auf ein kleines Feld Hallo 6 Zylinder Power Vielen Dank Bei so kleinen Feldern Teilt euch gerne auf Da braucht ihr echt nicht Mit so vielen Also ihr braucht da nicht Mit zwei Häckslern Auf ein Feld Was denn hier passiert Warum haben die denn Hier so ein Dreieck Stehen lassen Hallo Schwitz Machst du mal das Dreieck Dann weg Ja ich komm zu dir Ballerst aber bitte mal Das Dreieck da weg Keine Ahnung warum Das da noch steht Bevor da einer Durchgückelt So So was hattest du Im LS19 einfach nicht Was hattest du Im LS19 Achso Doch Multiplayer Problem Janik hatten wir Tatsächlich auch Leider im LS19 Dass das mal Nicht geladen hat Oder so Oder dass sich Der Server sogar Aufgang hat Dass man im Ladebildschirm Hängen geblieben ist Ich meine das hatten wir Noch ein 19er Marzipan Torte Marzipan Da bin ich ja nicht So der große Fan von Aber Torte Das klingt schon mal gut Ich hab Kuchen Im Kühlschrank Meine Frau hat gestern Kuchen gebacken Oh Oh Leute Das wärs jetzt Ich hab noch Torte Im Kühlschrank Selbst gemacht Von meiner Frau Gestern Ich glaub irgendwie Schmand Torte Wie die heißt Die ist echt gut Muss ich sagen PS4 kann auch mitspielen Klar Olaf Ist wie immer Gerne mit Crossplay Wieso nicht Kuchen Die hatten ja für uns gemacht Wir haben ja gestern Erst ein Stück gegessen Nur drei Viertel da Janik Es kommt dann Wenn es kommt Ihr werdet es erfahren Aber es ist doch eigentlich Nicht normal Wenn ich schon 40% geladen habe Dass es dann abbricht Ne eigentlich nicht Achso Weil ich bin nicht So der Ich bin nicht So der Marzipan Fan Ne Welchen Kuchen Denn Schmand Schmand Kuchen Zwei Stücke sind Das weg Ist so ein runder So eine Standard Kuchenform Klar Könnt ihr ja gerne mal Gucken ob er es schafft Cut wir helfen dir schon Die ganze Zeit Du solltest dich aber Am besten nicht aufregen Das bringt nichts Wie gesagt Cut Das Einzige was sein kann Ist du hast die falschen Suchbegriffe Ich sag ja Ostseeküste Du musst dir volle Server anzeigen lassen Und du musst dir Server anzeigen lassen Mit Passwort Das ist ganz ganz wichtig Weil wenn du nicht Volle Server anzeigst Dann zeig dir hier nur Die Server an wo noch Platz ist Und mein Server ist voll Und wenn du dir Server ohne Passwort anzeigst Anzeigen lässt Dann ist meiner auch nicht dabei Weil wir haben ein Passwort Olaf Ostseeküste Nach wie vor Verschlinge einfach noch Den ganzen Kunden Sonst sehen wir dich Für vier Wochen nicht Wieso das denn nicht Marzipan Ja ne So Marzipan Ist auch nicht so Ähm Nicht so mein Fall Marzipan Ja So ein Christstoll Da mit Marzipan Das ist lecker Hi Gucken TV Eine Frage Habe alles aktiviert Aber mein Mic Geht nicht Im LS Ich würde sagen Du spielst PC Und dein Mikrofon Wirft keinen Ton Im Spiel raus Oder was passiert Was mit dir denn los Schon sechs Stunden live Ja Finn Sturmfreie Bude Ich hätte zwar nicht gedacht Dass meine Frau So lange weg ist Aber Ich nutze das dann gerne mal Das ist der erste Teil Des 50.000 Abonnenten Special Livestream Mh 58 Guck mal So John Deere Power Moin Herzlich Willkommen So wo ist die Feldausfahrt Die müsste eigentlich hier jetzt sein Ne ne Nicht die Marzipankugel Es gibt irgend so ein Das war sogar beim Promi backen So ein Gebäck Was Eingerollt wird Und dann muss in der Mitte Genau so eine Marzipanrolle Drin sein Aber ich weiß nicht mehr Wie es hieß Weiß aber nicht warum Der LS kein Ton ausgibt Hast du den Moment Hast du Du spielst ja am PC Hast du dem PC gesagt Dass die Tonausgabe Über dein Kopfhörer Sehen soll Also du musst ja Den Bildschirm auswählen Wo du dein Kopfhörer Eingesteckt hast Na Schon dir LS-Zocker Hättest du kommen Marzipanbaum Ich hab keine Ahnung Ich weiß es nicht Ein Christstollen Ja die sind gut Marzipanstollen Ich weiß es nicht Fährst du in die falsche Oh Ja Danke Florian Danke Ich bin einfach Falschrum abgebogen Und ich bemerke es selber nicht Florian danke Ich wollte nur mal die Map erkunden Oh geil Einfach mal In die falsche Richtung gefahren Hendrik Moinsen Dankeschön für die 40 Leute Gerne GurkenTV Dafür bin ich da Jeden Tag eine gute Tat Geil Fährt einfach mal zum Ende der Map Ich wollte einfach mal gucken Wie es hier aussieht Ja Nick Das hast du gut gemacht So muss das sein Dankeschön für deinen Support Nächste Woche können wir Vielleicht auch mal wieder Eurotrox Simulator zocken Mal wieder zusammen Eine schöne Tour fahren Würde ich sagen Oder Mal wieder eine schöne Tour Eurotrox Simulator Fahren wir mal hoch in den Norden Ich habe das gehen Als du die 50kort gemacht hast Hendrik Sehr geil oder Vor allem mit der Musik Ich hatte Gänsehaut pur Neben Gebäck mit Marzipan Liebe ich Mohnkuchen Schlesige Art Mit einem dicken Kern Aus Mohn Denkt an Mohn macht Hai Ne Jaja wieder am Steuer eingeschlafen Ne Bei so einem Stream Auf gar keinen Fall So ich würde sagen Der Florian fährt Ein 800er TMS Der hat ein bisschen zu kämpfen Dankeschön Patti Vielen Dank für deinen Support Leute ich gebe nicht mal Vollgas Also der Fendt Der hat wirklich hier zu kämpfen Den Berg hoch zu kommen Hat da auch ein Kavecko dran Ne Der hat halt wirklich zu kämpfen Den Berg hoch zu kommen Und das ist ein Schaltgetriebe Ne Ich bin ja ein Riesenfan Von Karottenkuchen Wie gut Dass ich allergisch reagiere Auf Karotten Echt nicht Ab bist du Berufskraftfahrer Ja geil Das ist wirklich so Mohn ist doch Mohn ist ein Ja keine Droge Lukas Dankeschön fürs Abo Mohn ist jetzt nicht eine Droge Aber Man sagt ja irgendwie Wenn man ein Teelöffel Oder so davon ist Kann das schon Eine berauschende Wirkung haben Ne Serkan Dankeschön für deine 2 Euro Über den super Chat Sag Janik danke Janik ist das dein Kumpel Janik danke Danke Serkan ist Janik dein Kumpel Der dich gerade Meinen Kanal empfunden hat Sehr geil Janik vielen Dank für den Support So muss das sein Einfach den Freund Bescheid geben Weil Leute Das ist wie eine Schlange Ohne Ende Okay eine Schlange hat ein Ende Aber eine Wurst hat 2 Einfach mal euren Freunden sagen Ähm Dass ich live bin Dann empfehlt ihr dem meinen Kanal Dann abonniert der mich Dann sagt der sich Oh geil Ich empfehle mal anderen Freunden Die der Janik nicht hat Dann sagt der Serkan dem Ötzkan Bescheid Und der Ötzkan sagt dann dem Julian Bescheid Ne Und dann geht das so seine Runde Und dann wird der Kanal ganz schnell noch ganz groß Macht Wohnen wirklich Weiß ich nicht Man sagt wohl Mohnen hat eine berauschende Mach mal doch einfach mal Google Okay Google Hat Mohnen eine berauschende Wirkung Hat Mohnen Eine Eine abführende Nein Berauschende Berauschende Wirkung Oh Entschuldigung Ritzt man die Unreifen Hä Hä Okay also irgendwas von Kapseln von Schlafmohn Da kann man mit Mohnheit werden Tatsächlich Wer eine Vorliebe Für Mohnbrötchen Oder Mohnkuchen hat Riskiert positive Befunde Bei Drogentests Das Gebäck macht aber Weder high noch abhängig Also Leute Ihr könnt durch Mohnen Nicht high oder abhängig werden Aber Es können tatsächlich Positive Befunde Bei Drogentests Bewirken Das ist zu krass Ey Ja kann ich Warn Zagro Genau Also Mohnen In einem Gebäck Ist harmlos Leute Aber es ist Es ist tatsächlich Es könnte positiv Beim Drogentest sein Also falls euch dann die Polizei Anhält Und ihr Und dann sagt Ja Drogentest kein Problem Und Ihr seid positiv Hupsala Aber ich glaube jetzt nicht Dass wir deswegen kein Auto mehr fahren darf Und so ne Killer Skiller Einen wunderschönen guten Tag Nein Jason So dann glaube ich nicht Ich weiß nicht warum meine Mutter Marzipaneis mag Marzipaneis Was leckeres ist Snickers Eis Und sowas Gibt also eine richtig schöne Kreation Lupi Dankeschön Franz Einen wunderschönen Cut Wie gesagt Falsche Ich kann dir leider Nicht weiterhelfen Cut Ich sehe das nicht Wie gesagt Ich kann gerne mal wieder Das Bild Online stellen Ich weiß nicht warum das nicht mehr da ist Ich hatte mal so ein wunderschönes Bild hochgeladen Aber im Regelfall Wenn man den Server nicht findet Sind es die falschen Suchbegriffe Weil alles andere ist da Hallo Sweet Würde ich jetzt gucken Wenn ich in der BGA angekommen bin Und stehe Dann gucke ich mal Wann wir den nächsten Wechsel noch machen können Ich komme rein Das erste Dreh immer Drogen Ja Killerskiller Man werde deinen Namen alle Ehre Nein Spaß beiseite Also ein bisschen leid tut mir der Florian ja schon Vor allem ich glaube der Florian ist selber am schalten War gerade schlafen Und dann Pichoco ist immer noch live Freue mich für dich 50.000 1.200 Däume Wow Ja Leo Vielen Dank Geil oder Franz Das ist die Ostseeküste Kann ich machen Luke So jetzt gucke ich erstmal wegen dem Wechsel Ja So Der Max ist voll Und Niki ist auch voll Halbe Stunde So Die dürfen noch ein bisschen So das wieder schließen Du musst tanken Ne Guck mal Da ist noch Platz Da geht noch ein bisschen was Kein Problem So jetzt sollte ich Discord PN gucken Geil Zocker Bro ist schon ein Anhänger am Bauen Alter sieht das geil aus Alter das sieht ja mal richtig geil aus Darf ich das Ey das poste ich gleich mal auf Instagram Kann man Wirklich Kann man nicht irgendwie Zocker Bro Ist das möglich Einen Anhänger Zumindest für die PC Zocker Über unseren Discord zu veröffentlichen Als 50.000 Abonnenten Special So ein Teil davon Kleines 50k Special ist Ein eigener Anhänger von uns Das geht doch oder Wir dürfen doch den Caveco nehmen Und auf unserem Discord Für alle Mitglieder veröffentlichen oder Also ist ja nichts Nichts verboten ist in dem Sinne oder Hallo Paulshof Servus LS Gaming findest du in der Videobeschreibung Mach das Benni Dankeschön Da könnte man dann ja so den ersten Kleinen Teil machen So Feldbewohner Ja Aber mit kleinem B Ich weiß nicht ob man auf Rechtheitpunkt achten muss Ostseeküste Sprache Deutsch Mach 16 Passwort an Spiel ist nicht Spiel ist nicht Voll Aus Das verwirrt immer so Spiel ist voll Spiel ist nicht Voll Aus ist richtig Nur bereits in der nächsten Mods an Crossplay an Ja und Und Passwort an Wird der heute schon Nein Ja ja Wir bleiben mal in Kontakt Zusammen vielleicht mit Moritz Kriegen wir da bestimmt was hin Ja Ich war gerade mal 30 Minuten weg Und du hast 100 Abos mehr Und dir 50k Gratuliere Fan Fan Dankeschön Aber Ich glaube das ist schon länger als eine halbe Stunde her Oder Gut Jan Guck mal Cut Der Janik bietet dir an Dir zu helfen Ich kann dir nur empfehlen Bleib ruhig Hoff auf die Hilfe Und dann klappt das So wer hat die Absperrung hier unten gefahren Bestimmt Florian Weil er so dringend aufs Klo musste Kann man da noch einen reinkippen Oh ja da ist ja noch ein bisschen Platz So Ja Joel Dann können wir jetzt endlich Endlich offline gehen Wenn du jetzt alle Mods hast Nein war nur Spaß Noch Habe ich keine WhatsApp Bleib also noch ein bisschen da Ich bin allein schon stolz Dass der Rücken heute so lange mitmacht So Was ist denn hier passiert Irgendeiner hat hier anscheinend aus Versehen Die Abschiebung mitgenommen Also Leute Ich denke mal Da können wir schon mal ein bisschen was zu erzählen 50.000 Abonnenten Special wird unter anderem sein Wir werden es auf jeden Fall versuchen Einen Ähm Einen Anhänger Also einen Anhänger aus dem Spiel Mit unserem Kanalbanner Zu Umbodillieren Und euch zur Verfügung zu stellen Ist dann Rein theoretisch verfügbar Auf meinem Discord Server Moment So Müssen hier mal wieder absperren Krasser Rücken Meiner ist schon halbtot Echt Patti Ich bin eigentlich der Der es viel schlimmer hat als ihr Weil ich ja wirklich Rückenprobleme habe Aber Es klappt Luke Wo bist du? Welches Feld? Soll ich euch mal spoilern? Komm Wir spoilern euch mal grad Passt mal auf Wir zeigen euch mal Was wir gerade am Bauen sind So sieht's aus So Das ist schon mal So der erste Entwurf Auf dem Anhänger drauf So sieht ihr es schön Ne Da bitte schon mal Bescheid Wiss Also da sind wir jetzt grad dran 50.000 Abonnenten Special Einen kleinen Anhänger Schon mal dabei Den ihr dann auf unserem Discord Server Ähm Kostenlos herunterladen könnt So Kleiner Spoiler hier So Feld 3 Äh Feld 3 Feld 3 Feld 3 Feld 3 Ach da bist du Du hast doch genug Abfahrer 1 2 3 4 Was willst du mit noch einem? Also den werden wir euch dann zur Verfügung stellen Wird wahrscheinlich aber nur PC Ne? Ist halt schwierig den für die Konsole zu machen Dann müssen wir den ModTab hochladen Bis der freigegeben wird Ah guck mal hier Sascha Sascha ist so einer der gerne Schilder umfährt Kann ich dir so schon sagen Hier Sascha du Lümmel du Guck mal Ach du Hans ist nicht hier Wie war das? Voll macht leer Platz ne? Ne leer macht voll Platz Leider nicht Agravideus Das Problem ist einfach ModTab Muss erst von Giants Abgesignet sein Und die werden sowas nicht absegnen Weil dann würde ja gerne jeder YouTuber Seinen eigenen Mod Hab Anhänger veröffentlicht Mit seinem Banner drauf Und das werden die nicht machen So leid es mir tut So kommen sie Ja sie sind unterwegs So mal wieder mein Fenster aufmachen hier So Das größte Problem beim Mepen War wahrscheinlich tatsächlich die BGA Echt? Ich finde die ist aber sehr schön geworden Ich weiß Nils Ich weiß So Feld 12 Flug Feld 12 Feld 12 Das ist links Okay Krieg mal hin So Kann man den Caveco vielleicht so umbauen Dass man auch Farben konfigurieren kann? Ja also Echt jetzt Nicht böse gemeint Aber den Verkehr müsst ihr echt machen Das ist ja die Katastrophe hier Ansgar hat seinen Zähnen auch im Mod Ist auch Ansgar Das Muss man erstmal sagen Eine ganz andere Reichweite Und Das Event wurde mit von Giants gesponsert Unter anderem Klaas, Giants und Ansgar selber Und natürlich Bringen die den seinen Dann im Mod Aber okay Das ist Das kannst du nicht vergleichen Das ist was ganz anderes Vielleicht noch Füllvolumen Also das sich höher füllt Als wie die Standardhänger Ja Könnt man vielleicht auch noch machen John Deere Herzlich Willkommen Und ein paar Blitzer hinten dran Wären geil Das wird ein geiler Mod Noch ein paar Blitzer hinten dran Links und rechts An der Stoßstange So Heckblitzer Oder an die Hier an das An das Heck Ich glaube Ne ich würde unten An die Stoßstange An die Stoßstange Noch zwei Blitzer Links und rechts dran Oder eine Rundumleuchte Ne Rundumleuchte ist doof Blitzer sind cooler Oh das wird was Gutes Oh ich bin gespannt Hi Lutz Grüß dich Gerne Luke Kein Problem So Gucken wir jetzt bitte auf Wenn über andere Leute zu reden Dankeschön Ich werde es mal im nächsten Meeting Ansprechen Dankeschön Kein Klex Ansonsten echt Top Map Aber Das war nur eine ganz coole Kiste Oh ich muss auch So langsam mal mit meinem Hund Spazieren gehen glaube ich Ich sehe die halt in meinem Kühlschrank hier Das ist ganz lustig In meinem Kühlschrank Das Glas reflektiert Auf die Schlafcouch Die hinter mir steht Und mein Hund liegt ja da drauf Und guckt mich schon so ganz an So von Ihnen Können wir mal langsam gehen Ne jetzt hat es sich wieder umgedreht Und schläft weiter Okay Die BGA ist schon nur blöd Da es einzelne Platten sind Und jeder Einziges Volumen und Verdicht angezeigt hat Ja das Ich weiß was zu meinen FC Bayern Das ist nicht so perfekt Das ist richtig Ey Serkan Was geht denn bei dir ab Vielen Dank für deine Mitgliedschaft Yannik Da hast du aber einen tollen Kerl hergeholt Hier Serkan Dankeschön Willkommen bei den Praktikanten Willkommen bei den Jottos Ja so ein bisschen Yannik Aber nur ein klein bisschen Ne Benny Der Kenplugs hat mitgewirkt Also er kennt den Modder Er ist mit dem Modder in Kontakt Und er hat ein bisschen auf der Map Wohl mitgewirkt Natürlich hoffe ich Dass das alles wahr ist Was er erzählt Viele können ja viel erzählen Wenn der Tag lang ist Ich vertraue ihm einfach mal Dass es auch wirklich so ist Ne Ne Thomas Ich habe jetzt erstmal das Plumpsklo Für den Trecker gekauft Ne Über deine Donation Ja Kenplugs Alles gut Ich vertraue dir Es sind halt so Kenplugs Ich denke mal Du weißt selber wie das meint Wie ich das meine Es gibt halt viele Hier kriege ich Aufmerksamkeit Ich erzähle jetzt einfach mal Was Und dann ist das leider so Ja mehr mehr Können wir gerne In einem der nächsten Livestreams mal machen Stimmt Die Umfrage oben Leute 86% Haben für ja gestimmt Und wir haben es wirklich geschafft Ne Also auf euch ist auf jeden Fall Verlass Man kann aber eigene Bunker Bei der EGBA bauen Genau Du kannst dir diese einzelnen Platten Abreißen Und dann setzt du einfach Eine selbstgebaute Einen selbstgebauten BGA Bunker hin Es gibt auch jetzt im ModTab Neue Durchfahrsilos Sind jetzt auch neu Mit dazu gekommen Weil Giants ist ja wieder da Giants geht natürlich wieder In die Mod Prüfung Und dementsprechend Kommen natürlich jetzt auch wieder Neue und aktuellere Mods In den ModTab Also Mein Urlaub ist vorbei Da geht es jetzt fleißig weiter Könnt man eigentlich hier wieder Meine Klappe zumachen So Bin nämlich schon fast wieder voll Janik Ich guck gleich nochmal Keine Sorge Wir haben wieder ein paar Soundprobleme hier Das ist immer doof So falls irgendwelche Traktoren Hier sind die nicht benötigt Werden Leute Fahrt die bitte Zur BGA Oder stellt die beim Shop In die Halle Wäre wirklich super cool von euch Dass wir hier Kein Chaos auf der Map haben Alter ich hab ein Loch in der Platte Ja siehste Lass das doch lieber mal Den Moritz machen Hallo Finn Luca Grüße dich Katja Janik hat dir doch gesagt Er hilft dir Ach kann sein Luke Du hast das kleinere Schneidwerk Ne Ich hab's schon zugeklebt Mit Uhu Kleber Na toll Hier wird wieder gefuscht Hier wird wieder nur Gefuscht Der ist abwesend Ach so Der Lümmel ist wieder abwesend Hände ist Ausrufezeichen An den Server geht nicht mehr Das Bild ist ja gelöscht Warte mal Ich hab das doch auf dem Server Wartet mal kurz Ich hab das doch auf meiner Festplatte Lass mich hier kurz mal voll machen Und dann So Ohne Momento Ich hab das doch auf der Festplatte Ist doch gar kein Problem Lass mich mal kurz gucken Ich meine Ich hätte Ich glaube Ich hab das abgespeichert Da So Ihr findet den Server Okay in dem Fall ist es jetzt Mühlenkreis Mittelland Hier muss einfach immer Der Mapname stehen In dem Fall ist es jetzt Die Ostseeküste So Sprache Deutsch 16 Kein Passwort Aus Weil ich glaub Kat Du hast geschrieben An Also schon falsch Du musst ja kein Passwort Aus machen Kein Passwort Heißt er zeigt dir Bei An Nur Server Ohne Passwort Wenn du es an hast Musst du es auf Aus stellen Spiel es nicht voll aus Nur bereits installiertes Mods Aus Und Crossfit zu lassen An Also eigentlich ist es Aus 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 An Dann findet ihr den Server Wie wird man den Maurice Was möchtest du mit dem Anhänger So Ich muss die Feldausfahrt finden Wo ist die Feldausfahrt Ich könnte ja jetzt schummeln Einfach hier rechts abbiegen Aber so bin ich nicht Die wird doch wahrscheinlich Irgendwo hier An der Straße sein Oder Wollt ihr mich verkackeiern Ah hier ist er Gefunden Dennis Ostseeküste Eine wirklich sehr schöne Map Mein Mund ist so eine faule Sau Ey Ja siehste Katz So viel zu L.A.A.A Aber Hauptsache immer rummeckern Kann ich nicht verstehen Leute Ihr müsst einfach mal ein bisschen Geduld haben Ich sag ja Wenn ihr die falsche Subprüche habt Dann findet ihr so einen Server auch nicht Dann soll ich es immer schuld sein Ja klar So Leute 6 Stunden live Halber 12 Stunden Livestream Schon ein bisschen verrückt Ne Schon ein klein bisschen Ne sechs stunden bin ich jetzt schon am dubbeln mit euch wir haben in den sechs stunden jetzt 1233 likes geschafft und über 300 abos mührkreis mit land beste und legenden map aus dem 19 ja ich habe wo schöne map macht auf jeden fall spaß darauf zu zocken und hat sich hat sich auch gewandelt sie ist jetzt ja größer geworden im 22 hat was fragst du mich jetzt noch noch einmal es kann jeder mitspielen so ich gucke noch mal kurz wie sieht es hier mit den spielern aus die dürfen noch knapp in zehn minuten leute wir haben die 50.000 und 50 vielen dank sehr geil von euch so hier ist jetzt gerade e-chaos warenweste habe ich noch an ich hole mir gerade den johnny hier weg stellt ihn schon mal wieder ordentlich hin ich weiß halt nicht warum der hier so steht ja philip heute haben wir richtig was hier weg ich glaube vier millionen liter aber warte mal kann man hier so einen kleinen parkplatz bauen der müsste mal tanken da ist auch noch platz genug so bga sie gerade voll hey so hey mach mal hier kein geier ich habe hier mal kurzerhand einen trecker parkplatz hin gezaubert für die traktoren die momentan nicht benötigt werden so was kann man als praktikant alles man praktikant ist der kleinste rang auf meinem kanal da kriegst du von uns auf dem discord den mitgliedschafts rang und dort stehen hast du die möglichkeit in einen chatraum zu kommen wo nur kanal mitglieder drin sind heißt es ist quasi ja so ein bisschen privateres chatten ich denke mal so so kann man das nennen da ist da sind wir ein bisschen mehr unter uns sage ich mal so so trecker parkplatz gebaut guck mal wird man auch noch meinen traktor sauber gemacht ist das nicht schön so bin erstmal weg freut mich 50k voll sind wünscht auch schon einen schönen restlichen streamen und schönen sonntag das wünsche ich auch nie wird die Katz das machst du mit der maus warum findet man den server nicht oder fall nur die falschen so für die vertreten dass das thematisch gerade eben noch mit der kat Die hat nämlich auch die ganze Zeit gemeint, sein Server ist nicht da, den findet man nicht. Doch, der ist da. Jetzt kann sich schon was los, ne? Haben wir eigentlich hier, ähm, bei den Schildern irgendwas, was man da noch nutzen kann? Was haben wir denn hier? Ein Parkplatzschildwecker. Hier, Haltestelle. Ist aber leider nur eine Haltestelle. Ah, da. Hi, hi, hi. Das ist geil. Wo, wo wird das gespawnt? Ach, fuck, das kommt dann, Entschuldigung für das Wort. Das kommt dann zum Shop, ne? Schade, das hätte ich jetzt gerne nach vorne hingestellt. Und dann hätte man sogar noch, hier. Eine Tankstelle davor. Ah, das hätte man alles so schön machen können, ne? Nein, das sehe ich nicht, Sascha. Sehr gerne, Praktikant. Ja, dann am besten mein Team auf Discord anschreiben. Ähm. Ja, Zeug, warte, ich kauf die mal gerade. Und zwar, ähm, bring mal bitte das Schild mit. Und das Schild. Was wir leider nicht haben, ist hier sauber machen. Was haben wir denn hier noch so? Damit kannst du halt richtig schön was bauen, ne? Ich finde das, ich finde sowas sehr geil. So. So. Wie sieht's hier aus? Geil. Nächstes Silo voll. Ey, das ist so geil. Leute, wir haben heute eins, zwei, zwei Silos gefüllt. Also das müsste pro Silo gut drei Liter, äh, drei Millionen Liter sein, ne? Ja, Luke, kannst, kannst an den Baum pinkeln. Kostet auch nix heute. Ja, das ist okay, Kat. Du brauchst mich aber deswegen nicht anschreien. Mach mal nicht einen hier auf, äh, auf dicke Hose, ne? Einfach in aller Ruhe mit mir quatschen und dann ist auch alles okay. Macht doch noch ein Stoppschild, wo wir mal warten. Da hält sich eh keiner dran, Ralle. Ich könnte auch ein Stoppschild hinstellen und ein Schild daneben. Achtung, bei Überfahrt 10.000 Euro Strafe. Da hält sich keiner dran. Dankeschön, Vita. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, Wetter nach rechts. Ja, so ist gut. Oh, Moment. Ich muss nochmal ein Stück vorziehen. Einen Moment, so. So. Kannst du auch mal Blitzer platzieren? Och, nö, das ist dann... Ja, geht doch schon zu sehr ins Real Life. Nö, nö, das sind nur so ein paar Schilder, um das hier ein bisschen cooler zu machen mit der BGA und so. Deswegen haben wir auch die Absperrschilder da vorne. Aber ansonsten, mehr brauchen wir da eigentlich nicht. Ich spiele jetzt auch LS22 und dann wechselt ihr gleich. BGA war schwer, weil immer, wenn die Silos platziert hatten, waren die falsch herum und das hat so lange gedauert, bis es aufgehört hat. Die waren falsch herum? Aber die kann man doch über dem... Über die... Braucht man ja nicht mal die Konsole für. Kannst du auch über das Baumenü machen, oder? So, was wir hier wieder haben. Schilder wieder verrückt. Vor allem eigentlich kann man die gar nicht umfahren. So nah wie wir die an den Zaun platzieren, kann eigentlich gar keiner gegenfahren, ne? Aber irgendwie schaffen es die Leute doch. Ist ein Anhänger raus mit Multifrucht? Können wir bestimmt auch irgendwie hin, ja? Das kostet halt dich was. Was kostet mich was, Felix? So. Äh, der Zeugger hat mal drum gebeten, dass ich kurz an der BGA warte. Das ist gar kein Problem. Dann lasst mich mal kurz hier, ähm... Lass mich mal kurz hier rein. So. Ich stelle mich mal ganz kurz hier an der Seite. Ach so, dass ich dann da Geld für kriege, wenn jemand geblitzt wird. Ja gut, nee, so gemein wollen wir nicht sein. So. Ich bleib mal kurz hier stehen. Ich soll mal kurz auf den Zockerbro warten. Ähm, der wollte jetzt die Schilder mit hier reinbringen. Also das ist auf jeden Fall voll, würde ich sagen. Da müssen wir sogar noch ein bisschen wegladen. Wo ist denn der Radlader? Ach, der ist gerade da hinten am Schieben. Okay. Patti muss weg. Da quengelt wer. Äh, ich hab eine gute Idee für ein Special, aber nur tschö. Mach's gut. Mach's gut, Moritz. Schreib mir gerne. So. Aber hier hinten muss auch noch abgedeckt werden. Ach. 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 Schön. King Snowy. Moin. Alles abgedeckt. Perfekt. So. Müssen wir nur hier vorne mal das Häckselgut noch rüber lagern. Aber der Rest passt. Nee, Hennes, das ist ja nur die Infos für dich, wie der Server dann heißt und so, ne? Ja, Yannick, was gibt's? Immer noch keine WhatsApp. Ich warte jetzt mal kurz auf Zocker, Bro. Der bringt, ähm, Schilder mit. Wo bist du denn? Ach, du bist schon da hinten. Komm, äh. Komm, äh. Hat er die jetzt in den Hänger reingeschmissen oder was? Oh. Ja, ja. Ich fang. Hier, fang mal. Hahaha. Dann kommt da plötzlich ein Schild rausgeflogen. Das ist auch geil. Hier, fang mal. Hahaha. Ja, zu geil, ey. Hahaha. Geil, ey. Ja, einfach mal ein Schild rausgeflogen. So, dann haben wir nämlich hier jetzt eine kleine Parkplatzfläche für zwei Traktoren. Wir müssen ja mal gucken, wo wir die überall hinstellen. Wenn wir hier gleich wieder Feierabend machen, wollte ich die eigentlich wieder, also wirklich alle wieder hier so schön ordentlich hinstellen. Ich würde aber sagen, wir ändern das mal hier in, wie nennt man die nochmal? Wie nennt man nochmal diese Steine? Die haben da so einen besonderen Namen. Mir fällt gerade nur der Name nicht ein. Rasengittersteine. So. Einen Moment. Gucken wir nämlich, dass wir das hier schön ordentlich haben. Wenn wir hier später all unsere Traktoren hinstellen. Das will ich nämlich jetzt ordentlich haben. Hier, weil wir werden auf dieser Map noch das ein oder andere Mal zocken. Ihr seht das jetzt gerade selber hier. Zocker Row hilft auch schon. Wir bauen das jetzt mal hier gerade mal ein bisschen um. Ja, die werden bestimmt gleich noch so, dass sie wieder ein bisschen weg. Ja, manchmal will das hier nicht so ganz, ne? Die sind geil, Kenplex. Also damit habt ihr nichts falsch gemacht. Rasengittersteine sind sowas, für sowas muss ich sagen, wirklich genau richtig, weil sie halt auch sehr realistisch sind. Rasengittersteine werden gerne für Feuerwehrzufahrten unter anderem verwendet. Und die machen einfach schön was her. Das ist wirklich so. Also damit habt ihr wirklich nichts falsch gemacht, muss ich sagen. Aber was wir anscheinend hier haben, guck mal, hier, hier gucken noch so ein paar. Guck mal, warum gucken jetzt hier zum Beispiel noch die Büsche raus? Ah, müssen wir einfach nochmal drüber malen. Ja, aber guck mal, so ganz an den Rand geht es leider noch nicht. Ach, die hast du gemacht. Ach so, dass das so aussieht als... Entschuldigung. Schlag mich nicht gleich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Dass man da vielleicht mal ein bisschen Unkraut zupfen müsste, ne? Ich zock auf PC, 9-Flow, ja, aber mit Crossplay. So, warum hat er das jetzt hier noch nicht übernommen? Naja, da hat er noch nicht übernommen. Schönen Parkplatz hier für gleich, Leute. Wenn hier gleich Feierabend ist, wird hier alles schön ordentlich hingestellt. So, jetzt hat es geklappt. So. So, Joel, sehr schön. Das finde ich schade. Ähm, ich weiß nicht, hier... Ähm, ähm, Chemplex. Könnt ihr vielleicht noch ein paar Bäume entfernen? Ich finde es schade, dass man keine Bäume platzieren kann. Weil, ja, angeblich schon zu viele Bäume auf der Map sind. Das ist dann, ähm, oh. Das ist natürlich dann, ich muss sagen, ehrlich gestehen, ein bisschen schade. Wenn man keine Bäume mehr platzieren, da weil schon so viele drauf sind. Leo, lasst euch überraschen. Deswegen wird es ja auch ein 50k Special. Hier sind auf jeden Fall an was dran. Was es eventuell schon mal auf jeden Fall geben wird, ist ein Anhänger unter anderem. Ja. Über den Rest lasst euch mal überraschen. So. Das passt erst mal. So, das Schild jetzt hier noch ein Stückchen zurück, damit er nicht aus Versehen an der Gegend fährt. Dann lass es doch, XOLS. Brauchst du doch gar nicht. Warte mal, ich stelle das Schild mal woanders hin. So, Horrorclown, moin. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen, Livestream. Ja, das ist sehr schön. Ey. Achso. Da macht noch einen Sound drumherum. Leute, ihr könnt drumherum fahren. Fahrt drumherum. Wir machen euch Platz. Einen Moment. Äh, Lauri weiß ich schon nicht. Schauen wir mal. Bisschen noch. Wir haben jetzt, was haben wir voll? Sechs Stunden und 16 Minuten sind wir noch über 300 Zuschauer. Leute, schön, dass ihr da seid. Guck mal, die Wildtiere fühlen sich ja auch schon wohl. Bastian, das ist die Ostseeküste. Ja, das passt. Guck mal, das Parkplatzschild ist zu erkennen. Was hat er hier jetzt noch geholt? Achso, das Tankstellenschild. Guck mal, dann haben wir hier schön gleich einen Parkplatz, wo wir dann... Kann man die komplett einzäunen? Guck mal, ähm, hier. Sorry, wenn wir doch hier... Am besten hier noch einen Zaun runter. Und hier hoch. Dass man hier nur so einen kleinen Eingang hat, um zu tanken. Weil sonst fahren die mir dagegen, oder? So, dann kann man hier die Maschinen alle hinstellen. Das sollte doch funktionieren. Hallo Katja, grüße dich. Schön, dass du da bist. Willkommen, Livestream. So. Ich weiß, ich weiß, Campplace. Denen frage ich ja, kann man nicht... Hätte man nicht die... Die, ähm... Hätte man nicht einfach weniger Bäume machen können? Und man hätte doch selber welche platzieren dürfen? Ich weiß nicht, wo da die Grenze ungefähr ist. Lenny, moin. Obwohl, dann würdet ihr sagen, ja, dann spiel doch die Konsole, äh, die PC-Version, ne? Dann kann ich da wahrscheinlich, ähm, weitermachen, ne? Ja. Wechsel wird's noch geben. Machen wir gleich. Oh. Oh. Wahnsinn hier. Stefan. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, genau so. So passt das doch. Dann können wir die da jetzt rein platzieren. Dann haben wir auf jeden Fall unsere Tankstelle. So, ich bin halt so ein Deko-Freund, ne? Ich mach wirklich sehr gerne Dekoration mit, äh, auch mit Lampen und, äh, okay, die ist ein bisschen übertrieben. Also da bin ich wirklich, äh, großer Fan von, was Deko-Objekte und so angeht. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. So, damit der Parkplatz auch schön ausgeleuchtet ist und es da nicht irgendwie zu Kollisionen und so kommt. Das ist schön, das ist gut. So, das sieht schon mal wie fast 1.200 Likes. Ja, ähm, Horrorclown, das ist die Ostseeküste, die wir heute spielen. Ey, schmeiß kein Schild nach mir. So, welchen Zaun hast du da genommen? Ist das der? Ist der hier, oder? Ja. Okay. Nee. Doch, ne? Okay. So, jetzt muss ich einmal den da rausfahren. Ja, der Zaun ist aber weiter unten, weißt du? Sonst fahren die mir da die Böschung hoch und wundern sich dann, warum sie sich festfahren. Wir kennen doch unsere Profis. So, äh, äh, was ist das denn? Bin ich ja, äh, pfff. Machst du gleich Schluss? Ja, äh, noch nicht. Noch nicht, noch nicht so ganz. Boah, mein Hund hat gepupst. Warum stinken Hundepupse immer so? Das werde ich nie verstehen. Warum stinkt ein Hundepups? Boah, du Ferkel. Guckt mich auch gar nicht erst an. Hallo Jessica, moin. Wieso eigentlich kein Deuce? Ist das Vordach-Abo etwa abgelaufen, oder wie? Das Vordach-Abo? Es ist Abo. Mein Trecker steht in dem Weg. Nee, nee, Moment. Ich hab meinen schön an Seite gesetzt. Moment. Ich hab meinen schön an Seite gesetzt. Wo steht der denn da? Der steht doch nicht im Weg. Könnt ihr drum herum fahren. Ja, komm, ich fahr noch ein Stückchen zurück. Okay, ein Junge. Ja, ist ja... Pass auf, da steht Jessica. Wo soll ich das denn wissen? Das weiß ich schon nicht. So. Jetzt besser? So. Könnt ihr meinen drum herum fahren? Hallo Sophie, grüß dich. So. Ja, das sollte eigentlich so passen. Haben wir jetzt hier einen wunderschönen Parkplatz gebaut. Wo ist eigentlich der Anhänger von dem John Deere? Ich glaub, der steht noch am Shop, ne? Ich hol den, warte mal. Ich guck mal grad, dann hol ich den nämlich grad schon mal. Da steht noch ein Anhänger, ne? Ja. Okay, fahren wir mal grad zur... BG... Ja, zum Shop rüber. Und hol mal den Anhänger da weg. Mein Hund hat mal gepupst und vor seinem Pupst selbst erschrocken. Das ist auch gut. Wegen der Vorderachse und dem Bremstest. Ai, 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 ai. Ich kenn das Video. Kennst du Emergency 5? Ja, das Spiel Emergency kenn ich. Hab ich früher auch mal gespielt. So, ich fahr mal grad zum Shop hoch hier mit meinem Johnny. Und hol mal grad, ähm... unseren Anhänger, der da oben steht. Geh mal zu deinem 1-Silo als BGA-Ding. Da ist noch der Bug. Wo ist da ein Bug? Irgendjahr Bug? Ich seh da keinen Bug. Oder meinst du, dass das da durchbackt? Das ist halt vielleicht je nachdem, wenn du das Silo mal zu voll machst, ne? So, auf welchem Hof bist du? Auf gar keinem. Aber klar, ich bin hier in der BGA unterwegs. Ich hab mir Emergency 5 Deluxe gekauft. Nice. David ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, muss ich sagen. Also es macht schon Spaß, dieses Organisieren von Einsätzen und je nachdem, was man rausschicken muss. Und was ich immer geil fand, ist diese Selbstorganisation mit Straßensperren und sowas. Dass du das Polizeiauto so setzen musst, dass die Straße gesperrt wird und so. Ja, fand ich auch immer geil. Ach, ob da noch ein Bug ist? Nö, also unser Silo sieht jetzt eigentlich gut aus. So, ich fahr mal kurz zum Shop. Ich hol jetzt einfach nur mal kurz den Anhänger, der da noch steht. Äh, Jessica weiß ich noch nicht. Noch ein bisschen. Was haben wir denn jetzt? Sechs Stunden und dreißig Minuten. Boah. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange heute zocke. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich jetzt offline gehe und meine Frau ist nicht da, langweile ich mich sowieso. Hi Cedric. Dann ist für mich sowieso Langeweile vorprogrammiert. Na ja, ich weiß ja nicht, was ich machen soll, ne? Hallo Max. So. Da ist unser Anhänger. Hoppala. Äh. Oh, hat der gar keine Abdeckung? Nee, hat er nicht. Okay. Ja, Luke, die sind unterwegs. Am besten, Luke, nicht in den YouTube-Chat schreiben, sondern in den In-Game-Chat schreiben. Ich weiß aber nicht, wie man die Fahrzeuge umleiten kann. Oh, das weiß ich leider auch nicht. Also ich kenne Emergency allgemein. Ich glaube, den letzten Teil, den ich aber gespielt habe, war Teil 3. Der Händler ist super, kein Plex. Max Goddor, herzlich willkommen. Das weiß man nicht, Jason. It's me last. Grüße dich. Ciao, Horrorclown. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Habe ich den schon mal hier rüber geholt. Der bleibt nämlich in der BGA. Also, hast du, hast du, war Straße, hast du noch nicht platziert, ne? Einen kleinen Kärscher, ne? Nee, aber er baut noch ein Farmhaus. Okay. So, pass auf, dann. Ähm. Hat er, doch nicht so mitten rein. Hier fährt doch jeder um. Sowas muss man in, in eine Ecke setzen. So, wo da keiner gegenfahren kann. Hupsala. So. Hallo Philipp, hab gestern LS13 ist aber einfach eine Legende. Legende, LS13, okay. Kenn ich gar nicht. Also doch, kenn ich schon. Hab ich selber aber nie gespielt. Komm ich so an den Hänger dran? Wird der sauber? Nee, ne? Ah. Ah, so. Die BGA, Markus, kann ich dir zeigen. Da. Unten links, bei Feld Nummer 10. Da ist die BGA. Ken Plex. Plex gesprochen, Ken Plex geschrieben. Hat es schon richtig ausgesprochen. Okay, Ken Plex. Ich denke jetzt einfach an Plex. Ist nicht böse gemeint, ne? So. Ich würde gern schon mal parken. Jetzt muss ich mal mal gucken. Wenn der Florian hat wegfährt, kann ich den Drehschirm eigentlich da rückwärts reinsetzen. Ah, der Florian muss tanken. Ah, ist kein Problem. So, ja. Jetzt ist ja klar, die Map gibt es auch auf PS4. So, mal gucken, ob ich hier rumkomme. Müsste aber eigentlich gehen. Ist ja ein guter Drehschemel. Die haben ja einen relativ kleinen Wendekreis, dass das trotz Zaun hier eigentlich gehen sollte. So, ich habe sogar mal den LS09 gezockt. Ja, sehr geil, Philipp. Also ich bin erst seit dem LS15 mit dabei. Aber auch da bin ich schon sehr stolz auf, dass ich überhaupt herausgefunden habe, dass es so ein Spiel gibt. Ich wusste das ja früher gar nicht, ne? Ich wusste früher nie, was LS überhaupt ist. Ne? War es ja eine falsche Suchbegriffe. Kann ich dir so schon sagen. So. Oh, Deutzfahrt, Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. So, ich muss den Anhänger jetzt da noch ein bisschen rüber bekommen. Dafür muss ich jetzt erstmal hier nah genug an den Zaun rankommen. Den Drehschemel würde ich da unten in die Ecke reinsetzen. Ah, jetzt geht das wieder los hier, ne? Drehschemel fahren. Wenn man es langsam macht, kriegt man es hin. So. So. Kein Problem, Ghostbike. Einmal kurz voll tanken. Dann stelle ich die nämlich schon mal an Seite. Tim, echt, echt? Okay, Tim, Permaban. Tim, bist du noch im Chat? Ich hoffe, du bist noch im Live-Chat. Ich lese hier gerade. Du liegst, hast dich auf die Seite geschmissen und bist dann einfach gegangen. Tim, denk dran. Permaban ist raus, ne? Kein Problem. So. So, haben wir den schon mal? Ach, das Frontgewicht darf ja nur mit laufendem Motor abgesenkt werden. So. Sockenrod, keine Lust mehr zu arbeiten. Ach, hat er uns hier noch ein kleines Häuschen hingesetzt? Ja. Toll, warum kriege ich denn nur so eine Baumbude? Ist ja voll unfair. Okay, nur so eine olle Baumbude hier. Ja, klar. Jessica, kannst du dir aber einen Mod-Habber runterladen? Sind kostenfreie Mods. So. Meine lieben Freunde. Also, Cut, eigentlich bin ich der Meinung, du hast hier gar nichts auf dem Server zu suchen. Entschuldigung, dass ich das so sage, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm. Ich halte mich zurück. Ich sage besser nichts. So, Freunde, wir machen nochmal einen kleinen Wechsel für die, die jetzt hier schon so fleißig mitgespielt haben. Ich würde jetzt mal nicht alle rausschmeißen, weil ich weiß nicht, wie viele jetzt noch reinkommen. Ich lasse es einfach mal so. Und dann schauen wir mal, wie viele jetzt nochmal joinen wollen. Weiß ja jetzt nicht, ähm, was, wie viel hier jetzt noch los ist. Aber dann könnt ihr gerne rein joinen. Ich habe hier sogar eine Seehütte gebaut. Ja, okay. Ja, das weiß ich auch nicht, Ken Plax. Das habe ich aber sehr oft. Ich habe auch viele, die was umschmeißen und dann einfach einen anderen Traktor reingehen. Aber meistens bekommen wir das mit. Hat er jetzt mitbekommen. Der Tim wurde auch dabei erwischt. So. Der Joel hat es jetzt auch nach drei Stunden endlich mal auf dem Server geschafft. Sehr gut. Ihr habt doch zu viele Mods. Okay. Also ich finde, ich glaube, was haben wir? 42 Mods? Lauchi, klar. Also was heißt klar? 50k, ne? Ich finde 52... Nein, 42. Ich finde 42 Mods nicht viel. Es gibt andere Server, da sind hunderte drauf. 62, okay, 62. Finde ich, ist aber auch nicht viel. Muss ich ehrlich gestehen. Ich finde das sogar noch sehr angenehm. So, Motorräder Ghostbike, okay, auch geil. Fahr mal jetzt noch einmal rüber. Ja, 62 Mods ist aber nicht viel. Vor allem, ihr könnt alles über Mods mit einem Klick herunterladen oder sogar meinen Mod-Link nutzen. Also, ihr habt es eigentlich super einfach mit dem Mod-Link von mir. Da könnt ihr ja einfach den Mod-Link herunterladen, die Mods in euren Ordner packen und schon kann es losgehen, ne? Okay, Yannick, ich mache nochmal Platz. Leute, ist gar kein Problem. Ich kann noch ein paar rausschmeißen. Ist gar kein Problem. Die sind hier alle schon lange auf dem Server. Ich kann noch gerne für ein bisschen Platz sorgen. So. Ab Theo, die sind neu. Ist doch kein Problem. Mein Mod-Speicher liegt bei 100%. Ja, das sind die Konsolenspieler, ne? Ja, ne, Diego, ich habe eher das Gefühl, wie man Brunch daraus. Brunch und wer weiß, was noch. Ja, sehen wir ja. Alles gut. Aber ey, zum Vorteil von euch, Leute, dass wir immer noch live sein können. Ne? Also, von daher, Leute, was wollt ihr mehr? Ist doch, ist doch, ist doch perfekt. Wann war ich das letzte Mal so lange live? So, warum ist jetzt hier keine Feldeinfahrt? Ihr wollt mir doch alle auf der... Geil, ich fahre extra diese Hauptstraße entlang und hier ist keine Feldeinfahrt. Warum ist hier keine Feldeinfahrt? Wo ist die? Dankeschön, Ghostbike. Vielen Dank. Freut mich. Freut mich auf jeden Fall. Der Moment, wo die 50k gefallen sind, der war emotional. Ich glaube, ich werde den gleich mal herausschneiden und daraus eine Story machen. Das geht doch irgendwie, ne? Ich glaube, ich kann doch... Warte mal, kann man... Man kann doch... Warte mal, wir kann doch auf YouTube... Ist hier die Feldeinfahrt? Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ah, ich habe sie gefunden. So, man kann doch, glaube ich, neuerdings auf YouTube so, ähm... So einen Zuschnitt machen. Ich will mir das mal gerade rausziehen. Wartet mal. Die Zeit müsst ihr mir mal kurz geben. Ich muss mal kurz gucken, ob das geht. Ich möchte mir gerne in diesem Moment, wo wir die 50k gemacht haben, diesen Moment würde ich mir die Zeit gerne mal rausziehen. Und zwar hier, Clip. So, und dann kann man doch jetzt hier... So. Ja, jetzt die Frage natürlich, wann war das, ne? Ich gucke mal kurz. Eigentlich da. Wartet. Ähm... Vor zwei Stunden. Also, was haben wir jetzt? 643. Bei 4,34... Müsste das ungefähr gewesen sein. Ne. 4,34. Moment. Äh, was ist denn jetzt 4,34? Moment, abbrechen. Clip verwerfen. Clip. So, da muss eine 4 hin. So, ah! Sehr gut. Ich hab's gefunden. Ich will mir daraus nämlich einen Clip machen und dann lade ich den hier als Dings hoch. So, wie lang darf so ein Clip sein? 60 Sekunden. 60 Sekunden, okay. Ich guck mal kurz. So. Ach, nein. Ach, Markus, dankeschön fürs Abo. Doch, da kommen sie wieder. Ne, warte. Da, da hatten wir sie schon einmal. Oder? Wartet. Der 50.000 und zweite Abonnent ist genauso gehypt bei mir. Und der, der neun... Zwei! Doch, da, da ist, da ist die Szene. Ja, ich weiß, ihr hört das jetzt. Komm, ich... Freunde, vielen Dank. Danke für all die, die hier abonnieren. Komm, ich... Ich gönn's euch, wenn ihr auch 50.000 und erste Abonnent sein. Ist gar kein Problem. Der 50.000 und zweite Abonnent ist genauso gehypt bei mir. Und der, der 49.999 wird, ist genauso gehypt bei mir. Freunde, fünf Stück noch. Vier! Drei! Ich mach mal ein bisschen leiser. Zwei! 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 Ruft schon mal RTD. Freunde! Einer! 50 K... So! Beim Erstellen des Clips, du musst einen Titel sowie Start- und Endzeit eingeben. Hä? Und der, der 90.999 wird, ist genau wie der halt bei mir. Freunde, fünf Stück noch. Vier! Drei! Beschreibung. Der... Moment, wenn man die 50.000 Abos knackt. So. Clip teil. Freunde! Wo ist der? Ich kann nicht doch noch mal. Das geht doch oben, ne? Ich glaub, kann doch... Warte mal. Kann man nicht wissen, kann doch... Kann doch auf die 50.000 Abos knackt. Ah, ich hab's gehypt. Ah, ich hab's gehypt. Ich hab's gehypt. Ah, ich hab's gehypt. Ja, wie soll denn jetzt teilen? Auf Facebook? Ich schick mir den einfach per E-Mail. Ne. Ich habe kein Gmail. Äh. So, einen Moment. So. Jetzt habe ich da einen Clip. Ich dachte, ich könnte eigentlich so so einen Clip rausziehen und den in der Story dann hochladen. Aber das geht anscheinend nicht, ne? Das ist aber jetzt uncool. Ich wollte eigentlich einfach so einen Clip herausziehen und den mir eigentlich abspeichern und dann später Also ich habe einen Clip auf jeden Fall hier. Kann ich die nicht auf meinen Kanal hochladen oder so? Ich bin immer noch live, Yoshi, so sieht es aus. VHH, herzlich willkommen. Apple-Nutzer. Ich habe kein Apple. Nein. Das war Gmail-Konto, aber ich habe auch kein... Oder das war ein E-Mail-Konto. Ich habe aber keinen Outlook. Ich bin kein Apple-Nutzer. Ich kann mit Apple absolut nichts anfangen. So, ich habe jetzt davon ein Clip erstellt. Wo ist der denn jetzt sichtbar? Weil da steht ja auch Aufrufe 0. Ist der jetzt nicht auf dem Kanal? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hätte gesagt, der ist irgendwie so auf dem Kanal jetzt sichtbar unter Shorts zum Beispiel. Ich würde den gerne als Short hochladen. Aber das geht nicht, ne? Schade. Ich dachte jetzt, ich könnte mir den einfach so rausziehen. Ciao Jessica, mach's gut. Ja, Nick, mache ich jetzt nicht. Wir haben gerade erst durchgewechselt. Schade. Jo, Johnny, mach's gut. Dankeschön. Schönen Sonntag noch. Den wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt hier so eine Videodatei und könnte die auf meinem Kanal als Short zum Beispiel hochladen. Aber ich kriege keine Datei daraus. Ich habe einfach jetzt nur einen Clip gemacht. Und den kann man jetzt teilen. Dann habe ich jetzt hier einen Link. Aber den kannst du anscheinend einbetten? Ne, einbetten möchte ich den auch nicht. Ne, da ist auch leider nicht Party. Also ich wollte den eigentlich hier bei Shorts hochladen. Aber ist kein Problem. Dann mache ich gleich. Ist kein Problem. Ich kann ja gleich einen Moment. So, das ist mein Livestream. Der kann geschlossen werden. Ich kann ja gleich hingehen und einfach mir meinen Livestream anschauen. Also im aufgezeichneten Zustand geht der ja online. Und ziehe mir den dann von OBS einfach runter. So. Wenn ich es vor Stunden richtig verstanden habe, möchtest du ein Preview von meiner Map haben, oder? Genau. Also wenn du Bock hast, ich würde deine Map dann als Preview, naja, also vor Preview ist ja ohne, dass es veröffentlicht wurde, ähm, schon mal präsentieren. Dann, ja, eine Map-Vorstellung nenne ich das immer. Wo sind die Hexlerfahrer? Wo ist der Hexlerfahrer? Ne, als Vorstellung würde ich das machen. Luca, jeder kriegt die gleiche Chance. Sehr geil, VHH. So muss das sein. Ja, alles, ne. Macht mega viel Spaß. Bin ich, ja, bin ich genauso drauf. Ne, mache ich gleich noch. Ich mache gleich noch so einen kleinen Clip für, ähm, als wir die 50k geknackt haben. Äh, zwar, vielleicht bist du auch du kaputt. Ciao, Nils, mach's gut. Schön, dass du lange dabei warst. Äh, hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du mit dabei bist. Wann bist du wieder live? Oh, irgendwann im Laufe der Woche. Das ist immer ganz unterschiedlich, Nils. YouTube ist mein Hobby, nicht mein Job. Bärenfels, du klingt gut auf jeden Fall. Na, Bro, man weiß nie. Man weiß nie. So, Lisboa geht jetzt einmal hier voll. So, Server schon wieder voll, anscheinend. Haben alle mal gejoint. Ich guck mal kurz. Der war schon. So. Ja, sind doch eigentlich alles neue Spieler. So. Was war denn jetzt mit Katja? Warum musst du die denn rausgehen? Dankeschön, Meister Hans Dirk. Schön, dass du mit dabei bist und vielen Dank für deine Glückwünsche. Sehr geil. Ja, ich habe gerade noch mal einen rausschmissen. Der war ja schon einmal drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass nach sechs, dreiviertel Stunde oder sechs, dreiviertel Stunden Livestream immer noch hier Leute sind, die noch nicht mitgespielen konnten und hier gerne noch joinen möchten. Also, geil. Nee, nee, Luke, kein zwölf Stunden Livestream. Das nicht. Aber, dass wir so lange zocken, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber ich denke mal, ich werde jetzt noch einmal hier Anhänger voll und dann glaube ich, sollte das passen. Dann haben wir gut sieben Stunden und dann gehe ich auf jeden Fall, also ich muss auf jeden Fall mit meinem Hund mal spazieren gehen. Das sollte aber eigentlich dann auch passen. dann haben wir zumindest schon länger gemacht als gedacht. Deswegen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange machen. Aber trotzdem sehr geil, also muss ich wirklich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Manuel Moinsen, ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Likas, das, was da ist. Darfst du hier quasi nehmen, was du möchtest. Das ist deine freie Entscheidung. Mal Leon, kennst du Real Life? Dann ist gut. Wie lange war geplant? Keine Ahnung. Also, eigentlich gab es kein Ende, Luke, weil es ist ja ein Open End Livestream, also ein XXL Good Morning Stream als Open End. Das bedeutet eigentlich, ich weiß nicht, wann ich Ende mache, aber ich hätte jetzt so gedacht, du siehst so vier Stunden, fünf vielleicht, aber das ist sieben, werden. Ich habe langsamer Hunger. Nee, kennst du nicht, Leon, ja, dann tut es mir leid. Ich hätte nicht, dass es halt sieben werden. Also, wirklich vielen Dank, schön, dass ihr so lange mit ausgehalten habt und so fleißig mit dabei wart. 1285 Daumen, meinen lieben Freunden. Das ist schon eine sehr gute Leistung, also, puh, sehr geil. Naja, Leon, wenn ich dir doch sage, ich gehe mit meinem Hund spazieren, dann musst du doch nicht sagen, bleib doch live. Nein, we live, Leon. YouTube ist mein Hobby. Ich mache das, weil ich Spaß dran habe. Und wenn ich sage, ich gehe gleich offline, weil ich mit meinem Hund spazieren möchte, dann gehe ich auch offline und dann bleibe ich auch offline und dann nehme ich mir Zeit, um mit meinem Hund zu spazieren. Dann bin ich eine Stunde mit dem weg und dann komme ich wieder und dann ist vielleicht meine Frau auch da und dann gibt es auch Abendessen. Oh, Theo Keller, da soll nicht so viel hier stehen. Hey, der Witzger hier. Thorsten, Dankeschön. Also Theo ist ein kleiner Chaos-Häcksler. Der nimmt immer die kürzesten Wege hier. 50k-Macher, ja. So Freunde, es wäre auch cool, wenn ihr so langsam einfach mal, also all die, die jetzt hinter mir sind, einfach mal so langsam Richtung BGA fahrt und schon mal eure Maschinen sauber macht, tankt und dann da sauber auf den Parkplatz stellt, dass wir hier gerne nochmal ein MySexus-Scream machen können. Das wäre ganz cool. Können wir dann gerne demnächst nochmal MySexus-Scream. Also muss ich ganz ehrlich sein, mir macht es mega viel Spaß und wir werden es auch so fortführen. Sehe ich gar kein Problem drin. Ach, mittlerweile Black Beauty. Hättest du nicht wenigstens eine schöne Farbe machen können? Black Beauty finde ich immer so abstoßend. Ist halt schwarz, ne? Pur schwarz. Hi Justin, moin. Endlich mal live gefunden. Wie, 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 dann lade ich gleich noch den Clip hoch. Kurz, gibt es auf YouTube, YouTuber, hä? Gibt es auch, ja klar, Micha, Influencer nennen die sich. Natürlich, also es ist ein anerkannter Job in dem Sinne, Influencer heißt das. Es gibt tatsächlich auch YouTuber, die von YouTube Vollzeit leben. Ich kenne sogar ein Jahr. Der hat knapp 200.000 Abos und der macht jetzt seit knapp einem Jahr es als Selbstständiger, ne? Muss ein Kleingewerbe anmelden. Wenn du über diese 32.500 kommst, dann ist es schon mehr als ein Kleingewerbe meistens. Aber, äh, ja. Die gibt es tatsächlich. Natürlich, die leben Vollzeit von YouTube. Die sind am, am quasi den Job als YouTuber Videos hochzuladen, je nachdem was sie machen. Ob es, ob es ein Let's Play Kanal ist oder ein Livestream Kanal oder so. Das weiß ich natürlich nicht, aber es gibt tatsächlich Vollzeit YouTuber und Vollzeit Twitch Streamer. So. Rüber zu BGA, Freunde. Dann wird aufgeräumt. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach sieben Stunden mal offline, okay? Ich mach dann noch den, ich versuche noch den Clip fertig zu machen. Ich weiß halt nicht, kann man auf YouTube auch Shorts hochladen oder geht das nur vom Handy? Das weiß ich halt nicht. Weil dann würde ich echt gerne noch einen Short hochladen mit den 50.000 Abos, damit das auch jeder mal mitbekommen, dass wir 50k haben. Und dann, ja. ich bin seit 10.30 Uhr im Stream. Halb elf Party. Ja, wir haben neun Uhr angefangen, ne? Ah, das geht, okay. Muss wahrscheinlich dann eine, eine Videodatei sein, ne? Deswegen sag ich ja, ich würde das mit, ähm, mit OBS gleich mal abfilmen, als wir die 50k geknackt haben. Und dann sollte das ja eigentlich klappen, ne? Weil es gibt ja welche, die nicht im Livestream dabei sind und trotzdem wissen möchten, dass wir gerne die 50k geknackt haben. Das kann man über so einen Short ganz schön machen. Das kriegen wir hin. Vor allem, was ich geil finde, wir waren drei Viertel des Streams über 400 Leute. Der Rest des Streams Minimum an die 300. Ähm, zu Hike-Zeiten waren es über 500 Zuschauer, die mit dabei waren. und das ist schon, äh, sehr geil. Also wirklich, muss ich sagen, hat gut geklappt. Jo, Phlox, Dankeschön. Norbert, geradeaus. Kann wieder keine Schilder lesen. Achso! Na komm, Norbert, du kannst noch links abbiegen. Wiegt links ab. Norbert, fahr links rum. Da hinten, die sind ja schon alle am Putzen. Komm, fahren wir mal ausnahmsweise links rum. Sonst, wir kommen da ja sowieso jetzt gerade nicht rum. Dann fahren wir mal von hier rein kippen. Sollte ja auch gar kein Problem sein. Ja, Nick, Dankeschön. Danke, danke. Norm ist der Anhänger nicht ganz voll. Die Bahn war zu Ende, Leo. Und bevor ich dann dafür eine Bahn nochmal drehe, ähm, breche ich sowas einfach gerne ab und fahre einfach schon mal kippen. War jetzt auch, Gott sei Dank, nicht so weit. Sehr geil, Paul. So, haben wir auf jeden Fall einiges geschafft, muss ich sagen. Sehr geil. Also das war wirklich nicht gerade wenig, was wir heute hier weggeballert haben. Zweieinhalb Silos voll, ne? Ein, zweieinhalb Silos haben wir heute voll gemacht. Das ist schon verdammt viel für so ein Livestream, muss ich sagen. In sieben Stunden. Das werden so an die 500, äh, an die 5 Millionen Liter sein. Sehr geil. Joel freut mich, sehr cool. Deswegen, wie gesagt, wir werden jetzt auch hier ordentlich aufräumen und so und dann gerne hier nochmal weitermachen. Also soll nicht der letzte Stream auf dem Server sein. Entschuldigung. Lecker schmecker. So. Da ist jetzt ganz schön was los. Ich nehme mal schon mal die Absperrschranken. Das mit den Schranken finde ich echt geil. Also sowas war im Crossplay fähig. Ist eigentlich richtig cool gemacht, dass man sowas nutzen kann. Und vor allem ist es, also Crossplay heißt ja Konsole und PC. Ist gar kein Problem, das doppelt zu nutzen. Und das ist halt cool. Und dann hast du halt so ein paar Absperrschilder dabei. Dann hast du ein paar Leitbarken, Baustellenschilder und Verkehrsschilder und so. Das ist echt cool gemacht. Hallo Momo, grüße dich. Schön, dass du da bist. So, das ist wunderbar. Ja, hier ist natürlich jetzt Warnwestenpflicht. In der BGA herrscht Warnwestenpflicht, meine lieben Freunde. Platzorganisator. Müssen wir hier mal kurz schauen, wie wir, ja, du solltest mit deinem woanders hin. Ich glaube, dass wir hier, dass wir an deine Stelle eher einen kleineren hinstellen sollten. Schauen wir mal, Tom, wir haben ja erst die 50k jetzt geknackt. Wenn es kommt, dann küllet, ne? Philipp, willkommen zurück. Bleibt der Stream online? Ja, der Livestream wird online gestellt. Wie gesagt, ich mache noch einen Clip draus, mit den, dass wir die 50k geknackt haben. Ja. Ey, du musst auch mal in dein Rückspiel gucken. Nicht einfach fahren, auch mal looky, looky machen. so. Ja, Chaos hier, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Fahrzeuge da alle hinbekommen. Das sind, äh, nämlich doch einige, die wir hier haben. Warte, erst mal kurz hier sauber machen. Dankeschön, LP Paulberger. Vielen, vielen Dank für deine Glückwünsche. Schauen wir einfach mal, wie wir das hinbekommen. Also irgendwie kriegen wir die schon irgendwie alle hier hin. Müssen wir wirklich nun mal gucken, dass wir die gut zusammenstellen. Sollte aber eigentlich funktionieren. Ja, natürlich, Max, kein Problem, wenn du das gerne machen möchtest. Das kannst du gerne machen. So. Ja, der steht schon mal ganz gut. Müssen wir vielleicht nur noch ein bisschen näher ran. Ja, dann lass ihn da stehen, Zogrow, kein Problem. Warum spiele ich mit Tastatur? So, wir müssen halt alles wirklich relativ nah an die Zäune stellen. Leute, bringt mir nochmal die Jukebox zum Laufen, wenn ihr Bock habt. Gerne, wie gesagt, kostenfrei abonnieren. Auch nach den 50k haben wir natürlich, nach den 50k, vor den 50k, natürlich haben wir jetzt auch weitere Ziele hier, die wir gemeinsam schaffen wollen. Ja, müssen wir mal, ah doch, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Die Hexler kann man dann vielleicht dazwischen stellen. Gut, wir haben natürlich, ich glaube, an die 20 Fahrzeuge. Das ist nicht gerade wenig, was jetzt hier in der BGA untergestellt werden muss. Aber irgendwie sollte es schon klappen. Äh, Party, geh mal bitte nur mal Block 2 ist das. So, jetzt haben wir hier unseren Fend. Können wir vielleicht auch noch daneben stellen. hier Hexler, erstmal rüberfahren, bitte. Der Anhänger muss dann noch Gold werden, wenn er nur noch Anhänger ist. Theo, fahr mal weg da. Ja, ich habe wieder Soundprobleme, deswegen hört man auch gerade meine Hupe nicht. 10 Likes noch, Freunde, dann haben wir auch die 700 voll. Entschuldigung, die 300, 1300. Genau, Theo, genau, einfach mal einmal auf Seite fahren, bitte lass meinen Traktor da stehen. Oh, schon habe ich Angst, wenn die so fahren. So, deine Tasse hat keine Hunde. Party, dann geh in die Einstellung und belegst dir. du kannst das auch, das ist schön am PC, du kannst dir das so belegen, wie du es gerne haben möchtest. Du kannst das ja auch auf F2 legen oder auf O, auf G, auf Q, alles was du möchtest, ist deine freie Entscheidung. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ähm, kriegen wir hier noch einen rein? Nee, nee. So, am besten glaube ich jetzt. Äh, ja, Joschi, das ist, ähm, Grafikkarten-Shader. Also ein paar Traktoren können auf jeden Fall hinten die BGA, die Häcksler, würde ich sagen, fahren wir hier rein. Marinos, komm mal hier so rückwärts rein gefahren. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn die Häcksler hier so jetzt rückwärts reinfahren, 1, 2, 3, nebeneinander. Oh, hier ist noch das Licht an. So. Ja, hier ganz dicht an, an das Gewicht dran, rückwärts rein, das passt, der andere Häcksler dann auch. Wunder, Lukas kann einmal rumfahren auf jeden Fall. Wo ist der dritte Häcksler? Ah! Ist doch zu lang. Ja, dann, dann fahr. Oh, ist doch zu lang. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so lang sind. Ja, doch, das geht aber. Doch, doch, das geht. Ja, ja, das passt, das passt. Das passt. Kein Problem. So, lassen wir einmal kurz hier vorbei. So, jetzt habe ich hier Yannick. Mal kurz hier rüber. Switchen, irgendwo müsste hier noch der dritte Häcksler fahren. Oh, ist der dritte Häcksler? Ah, da! Und Theo kommt jetzt gleich auch mal rum. Ich glaube, die anderen setzen wir am besten mal hier wieder in die BGA rein. Ne, Halle würde ich jetzt nicht bauen, aber ich würde gucken, dass wir vielleicht beim nächsten Mal morgen Ansgar grüßt euch. Wir könnten ja mal gucken, ob es überhaupt der Richtige ist. Okay, ich muss mal kurz was gucken hier zum Kanal. Ah, jetzt habe ich mein Abozeller weggemacht. Moment. Äh. Fälschung. Fälschung. Äh, schon peinlich, oder? Endplay, wer auch immer du bist, ist schon peinlich, so einen großen YouTuber zu nehmen und ihn zu fälschen. Willst du damit Aufmerksamkeit erregen, oder? Dankeschön, Linus. Danke, danke. Luke ist nicht Ansgar. Ist ein Faker. Klick einfach mal auf zum Kanal, da siehst du es schon. Aber das muss schon, das muss schon richtig peinlich sein, oder? Das muss schon, das muss schon richtig wehtun, wenn man, also wenn man schon so sehr aufs Maul gefallen ist, das tut doch weh, oder? So, ich mach mal kurz das Gewicht runter. Na, und die drei Hexer müssten wir hier eigentlich wunderbar hinbekommen. Wir können mal gerne beim Mixer überlegen, Zoggerbro, was wir mit der Halle hier machen. Ja, du musst, oh, da könnten drei reinpassen, ne? Kriegen wir unsere noch ein bisschen zurück, Zoggerbro? Guck mal, ach, guck mal hier. Ne, wir stehen schon ganz dran. Ah, dann kriegen wir die nicht da rein. Theo, du machst mir ein bisschen Angst. Entschuldigung, Theo, ich muss dich mal kurz vom Hof entfernen. Du machst mir, du machst mir richtig Angst. Langsam. Guck mal, einschneid, wie du hier gefahren bist. Als werde ich den LS22FH? Kriegen wir da nicht die drei Häcksler rein? Ah, das kann doch jetzt nicht sein, dass der dritte da nicht reinpasst. Guck mal, Yannick, rein theoretisch könntest du doch den einen noch ein bisschen zurückfahren. Doch, das kriegen wir hin. Rein theoretisch, genau, wenn wir, guck mal, wenn wir den Zoggerbro da noch ein bisschen zurückkriegen, weiß ich nicht, kann, äh, Kennplex, das nennt sich Aufmerksamkeit. Genau, Zoggerbro, genau so, perfekt. Wir haben den Zaun da ein bisschen noch nach hinten gesetzt. Können wir die noch was zurückfahren? Na, und jetzt kriegen wir auch die drei Häcksler da rein. So, ich muss nur gucken, wie ich da jetzt am besten reinkomme. Ja, Thomas, aber, ja, das ist YouTube, ne? so, ja, ja, aber, ich hab ja auch noch einen Hund, oder? Und die will natürlich auch irgendwie mal raus, ne? So, das Problem ist, ich würde eigentlich gern von der anderen Seite rückwärts rein, aber dadurch, dass da so viele Traktoren stehen, komm ich da jetzt wahrscheinlich nicht rum. Genau, deswegen lässt er mich jetzt zuerst mal rein. Ich bin mal gespannt, wenn wir das nächste Mal hier häckseln und alle rausfahren, ähm, ob das funktioniert. Ob man dann so hier, ähm, maschiniert, maschiniert, ne, wie sagt man? Anständig alle rausfahren. Ob das klappen würde, da bin ich mal gespannt, wenn wir das nächste Mal hier Mais häckseln machen. Routiniert, genau, routiniert, so heißt das. Ob die dann hier alle auch routiniert rauskommen. die anderen, ähm, kommen hier rum und können sich unter anderem hier wieder an die Seiten stellen. Genau, zum Beispiel hier neben die Baustellenschilder und sowas. So, müssen wir nur hier gerade noch ein bisschen rüberfahren, weil Platz haben wir hier auf jeden Fall. Also wir haben es beim letzten Mal ja auch schon hinbekommen, ohne dass wir da hinten diesen Parkplatz gebaut haben, haben wir ja schon, ähm, alle Traktoren damals tatsächlich hier reinbekommen. Ich glaube, ein Häcksler und ein Trecker standen an, am Shop und den Rest haben wir tatsächlich alle hier reingefahren. Also das hat tatsächlich auch schon, äh, damals funktioniert und dann kriegen wir das jetzt auch hin. Ja, den Tag einfach, äh, no Copyright Songs eingeben. Ich habe mir damals für ein paar Euro 800 Liter gekauft. So, die Gaming Tio herzlich bekommen, schön, dass du da bist. So, genau, die können auf ihn, genau, Rolf steht schon perfekt, sehr gut. So, wie gesagt, die anderen würde ich sagen, fahren tatsächlich rum. Max hier, unser, unser Kärschermeister ist auch unterwegs. Genau, die anderen fahren am besten tatsächlich rum und können dann da stehen bleiben. Warum steht der denn schon wieder so krumm? Ja, ich weiß, ich bin da Perfektionist. Das müsst ihr entschuldigen, Leute, aber so, so bin ich halt. Na, zum Beispiel hier, die Maschine, die steht jetzt quer und, und das fusselt mich. Das ist leider so. Aber, ja, das bin halt ich. Aber vor allem, vor allem, wenn sie im Zaun drin hängt. Sie hängt ja sogar im Zaun drin. Ja, gut. Holen wir dann beim nächsten Mal raus. Ja, hängt warum auch immer im Zaun drin. Hallo Mathis, grüße dich. Echt, Kenplex? Okay, ich bin da eigentlich schon sehr stolz drauf, weil normalerweise schafft er das nie. So. Die können wir auch mal langsam neu machen. Eieiei. Ich würde sagen, die Messer sind schon ganz schön abgenutzt. Die haben schon ganz schön was geleistet. Ich glaube, wir brauchen beim nächsten Mal einen Klaashäcksler. Beim nächsten Mal, glaube ich, muss ein großer Klaashäcksler her. So, das ist doch gut. Na komm. Komm mit mir. Hallo. Hallo. Ja, damit da keiner gegenfährt. Krone, ja, geht auch. Ey, ex, OLS. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Hammer denn alles von den Feldern weg. Das sieht sehr gut aus. Da vorne ist noch der 42 unterwegs. Ich glaube, da stand noch ein Anhänger. Aber Leute, guckt mal. Wir haben heute die gesamte Ecke weggemacht, die hier weggemacht, da und das hier angefangen. Boah, die Map ist so riesig. Also wirklich, Kilian, ein Wunderschönen. Schön, dass du da bist. Die Map ist so riesig, das ist unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Also wirklich sehr geil hier, muss ich sagen. Das ist sauber. Boah, der Hänger sieht auch schon gut aus. Guckt mal, innen drin. Jo, der hat schon ein paar Tonnen Mais gefahren, würde ich sagen. Wenn die so aussehen, dann sind die durch. Einfach Diego, alles klar, mach das. So, hier stellen wir schon mal besser keinen mehr hin. Den Rest würde ich jetzt tatsächlich ins Silo reinsetzen. Wie gesagt, da muss noch der 942 wieder rein. So, hier noch die Abdeckplane drauf. Dankeschön. Auch sehr schön bei dem Anderburger, dass man das konfigurieren kann. So. Hallo Werner, ich grüße dich. Dankeschön, Velo. Wenn ein Klaas Hexler kommt, löse ich weit keinen an und bleibt den ganzen Silo noch. Okay, nächstes Mal mit Klaas Hexler. Versprochen, Thomas. Warte, damit wir das nicht vergessen. Den können wir aber am Shop stehen lassen. Den lassen wir aber am Stop stehen. Komm, du kriegst sogar 89. Den lassen wir aber bitte am Shop noch stehen. machen wir das normale und dann machen wir da kommen wir mal einfach 162. Was? Ich habe kein Geld mehr. Toll, dann will man einmal angeben und hat kein Geld mehr. So, der Yannick muss noch rumfahren. Das passt alles. Das sieht sehr, das ist schön. Da haben wir einen schönen Parkplatz haben wir hier gebaut. So. So, der hier kriegt jetzt im Moment ich muss mal kurz was gucken. Okay. So, dieser Fake-Pijoko, du bist auf YouTube gemeldet. Ähm. So, gemeldet wegen Zweitkanal. Aber ist gar kein Problem für dich. Schönes Leben noch. Tschüss, Sikowski. So. Den Häckser lasst du bitte am Shop stehen. Den holen wir jetzt nicht auch noch hier runter. Der ist dann fürs nächste Mal für den lieben ähm, Thomas, damit der auch endlich mal dazu kommt, seine Wildcard einzulösen. Der schleppt die ja schon seit Jahrzehnten mit sich herum. So, Thomas, hier ein wunderschöner Glashäcksler. Und dann kriegst du dazu passend natürlich auch das Orbis mit 9 Metern. So. Bitte schön. So. Was ist das denn jetzt hier? Leute, nee. Ich sollte doch nicht hier absperren. So. Was mit dem 9 42? Wer auch immer ihn fährt, bitte stehen lassen. Geldschieden ist illegal. Ach so. Habe ich jetzt, äh, habe ich jetzt was verbrochen? Wussten der zu 9 42? Also hast du noch einen Hänger geholt? Also haben wir einen Anhänger ohne Zugmaschine? Ach so. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ja, okay. Bro, dann passt's ja. So, da passt noch einer rein. Hier kann noch einer rein. Äh, Janik. Ja, Janik, kannst hier reinfahren. Kein Problem. Alles gut, Janik. Dann haben wir tatsächlich einen Anhänger ohne Zugmaschine. Warum ist das Silo abgedeckt? Das sind so Dödels. Guck mal hier, Silo abgedeckt. Was sind das hier eigentlich für Dödels? Ach ja. Das sind ein paar Dödels hier. So, Fahr mal, du kannst hier noch daneben parken. Guck mal, stell dich mal hier vor Silo. Ich mach mal die Absperrschranke jetzt auf Seite. Vorsicht, heiß und fertig hier. Schäfe muss hier vorbei. Achtung. So. Ah. Jetzt bin ich tot. So. So, jetzt stellen wir den wieder weg, damit der Fendler wieder dran kann. Da kommt nämlich der 942 dran. RTV zur BGA mit Leichenwagen. Ja, bringt direkt alles mit. Sehr geil. So. Der kann hier stehen bleiben. Oh. Ja, auch geil. Lande ich einfach mal im Fermenter drin. So, fahr mal. Du kannst deinen hier reinstellen. Und dann kann der mit seinem 942 einmal da rein. sind aber auch recht geile Traktoren, muss ich also wirklich mal sagen. Wir sind gut aufgestellt, was die BGA und so angeht. Also, da kann man schon einiges mitreißen. Aber ich wusste gar nicht wirklich, dass wir einen Trecker, einen Hänger mehr haben. Aber das ist ja auch okay. Ach stimmt, ich habe ja noch einen gekauft vorhin. Ich hatte ja noch einen gekauft. So. Schauen wir mal. Das sollte alles passen. Ach, sehr cool. Der Xerion hat auch noch ein Plätzchen gefunden. Zeug aber versucht da rein. Ja, das passt. Der Kärscher, das passt auch. Das ist okay. Da fuchst mich aber schon wieder was. Also, der steht gut da, aber er backt aus der Leitplanke heraus. Und so was, das fuchst mich ja dann immer so. Das sieht dann so aus, so gewollt, aber nicht gekonnt. So. Okay. Moin Fabian. Bis ins Detail. Das mache ich jetzt nicht. Das dauert mir zu lang. Die Juten. Komm, geht einfach mal alle hoch aufs Silo, obwohl ich gehe mal hoch aufs Silo und ihr seid unten. Da sieht man euch besser. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir gehen in den wohlverdienten Feierabend mit 1304 Likes. Was ein Livestream. 7 Stunden und 13 Minuten. Ich gehe jetzt mit meinem Hund spazieren. Dann ziehe ich mir jetzt noch schnell den Clip raus, wo wir die 50k gemacht haben. Ich stelle das als Short, dann als Story, auf meinem YouTube-Kanal zur Verfügung. Und ansonsten, Leute, was ein geiler Livestream. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich für jedes Likechen, das ihr da gelassen habt, für jedes Abo, was reingekommen ist. Über, Entschuldigung, da ist ein Bäuschen hochgekommen. Über 300 Abos, die wir heute gemacht haben. Hat mir mega viel Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe natürlich auf die nächsten tollen Livestreams. Kommt erstmal gut in die neue Woche. Genießt noch den Sonntag, Viertel nach vier. So sechs, sieben Stunden haben wir ja jetzt noch. Und ansonsten, Leute, vielen Dank für euren Support an alle Kanalmitglieder, an alle heutigen Supporter, was die Spenden angeht. Mega geiler Livestream. Vielen Dank nochmal für 50.000 Abonnenten. Einfach mega geil. Die Credits spiele ich jetzt nicht ab. Ich habe nämlich Angst, dass die total schrotti sind. Ich habe nämlich keine Ahnung, was damit los ist. Ich muss mich da noch dran setzen. Spielstream hat irgendwie Probleme, da auf YouTube zuzugreifen und deswegen funktioniert funktioniert das Ding hier, funktionieren die Credits nicht so richtig. Aber ansonsten, Leute, vielen, vielen Dank wirklich für jedes Abo, was reingekommen ist. Fühlt euch von mir gedrückt. Vielen Dank wirklich für 50K. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart und hoffe natürlich auf den nächsten Livestream euch alle wieder begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, hier auch das Projekt mit der Viehwirtschaft fortzusetzen. Und ansonsten, Leute, ich freue mich auf das kleine Video, was noch kommt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie hin. Sollte aber. Und wirklich ansonsten, Freunde, habt einen schönen Sonntag noch. Schreibt mir gerne mal auf Instagram, kommt auf unseren Discord-Server und ja, also wirklich ein fettes Dankeschön an jeden von euch. 50K, niemals gedacht. 50.000 Abonnenten-Special kommt dann auch. Erster Part davon wird ein Mod-Anhänger sein. im Pichoco-Design, also mit unserem Logo drauf und so, den ihr dann als PC-Zocker gerne frei nutzen könnt. Und ansonsten, Freunde, geiler Livestream. Top. Vielen Dank für über 1300 Likes. Ihr habt's gut. Ich hab's auch gut. Und deswegen jetzt zurücklehnen und genießen, Leute. Bis zum nächsten Livestream. Macht's gut. Bild durchgedrückt. Dankeschön. Tüdelü und tschüss. 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 Vielen Dank.